gewesen. Hat, ich glaube, drei Spiele absolviert. Davon konnte er eins gewinnen im Doppel. Also auch da sehr spannend diese Partie. Wir haben dann bei Darmstadt Yannick de Groth, E-Sportler und Felix Platte. Außerdem bei Bayer 04 Leverkusen Kai Wollin, ebenso E-Sportler. Das ist das von mir erwähnte Duell. Das gab es auch schon in der Club Championship. Und dann haben wir noch Adrian Stanislevic mit dabei, der hier für Leverkusen auflaufen wird. Aber widmen wir uns jetzt der kommenden Partie. Und zwar Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg. Das ist die Partie, die wir zu allererst sehen werden. Dort werden als erstes spielen Michael Bittner gegen Felix Schimmel und Maximilian Eggestein im Anschluss gegen Tim Handwerker. Das letzte Duell der beiden Fußballvereine war im Februar 2019. Da ging das Ganze 1 zu 1 aus. Und Eggestein traf zum 1 zu 0 in der 64. Spielminute. Also auch hier vielleicht für Eggestein eine Möglichkeit, wieder ein wenig zu glänzen. In der Virtual Bundesliga Club Championship gab es das Duell auch. Allerdings nicht zwischen Michael Bittner und Felix Schimmel. Das Ergebnis insgesamt in der Virtual Bundesliga, die sich noch nicht so auskennen, werden je drei Spiele gespielt. Jedes Spiel wird separiert für sich, gewertet mit drei Punkten beziehungsweise eben ein Punkt bei einem unentschiedenen Nullpunkt bei einer Niederlage. Insgesamt gewann Werder Bremen mit 7 zu 1. 2 zu 1 auf der PlayStation, 2 zu 2 auf der Xbox. Das war die Konsole von Megabit, der übrigens hier also nur einen Punkt hat holen können. Und im Doppel gewann Werder Bremen mit 1 zu 0 mit seinem Teamkollegen Dr. Erhano. Und Megabit wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für Felix Schimmel werden, denn für den Fußballprofi, der tritt an gegen den amtierenden deutschen Meister und den amtierenden deutschen Einzelmeister, der in dieser Saison wieder Platz 1 belegt, was die Siege angeht. 30 Siege in der Saison hat er eingefahren. Davon 16 im Doppel. 78 Tore konnte er erzielen. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Felix Schimmel kommt aus der zweiten nürnbergerischen Mannschaft vom 1. FC Nürnberg. Zwei 13 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Zum FIFA-Talent kann ich noch nicht viel sagen. Er ist 20 Jahre jung, das ist eigentlich das perfekte Alter, um da auch eine Runde FIFA zu zocken und vielleicht auch Megabit einen Schneid abzukaufen. Wenn er das richtig angeht, defensiv steht, dann könnte das nochmal richtig interessant werden. Das Duell Maximilian Eggestein gegen Tim Handwerker, das ist eben ein Duell, wo man sagt, okay, das ist schwer einzuschätzen. Maximilian Eggestein, 22 Bundesliga-Einsätze, zwei Torvorlagen, Tim Handwerker, 18 Bundesliga-Einsätze in der zweiten Bundesliga, ein Tor, eine Torvorlage als Außenverteidiger. Schon mal keine schlechte Statistik und dann allerdings keine Hilfe, wenn es an den Controller geht. Wird eine sehr interessante Partie. Da haben wir gestern schon sehr viele erlebt, die dies gesehen haben. Das ist immer sehr schwer einzuschätzen, wer da am Ende den Sieg holt. Bei Michael Bittner gegen Felix Schimmel gibt es mit Sicherheit einen Favoriten und der heißt eben Megabit. Nochmal, 121 Punkte haben die Bremer in der Club Championship geholt. 30 Siege, das ist schon fast schierer Wahnsinn und dementsprechend auch absoluter Favorit wieder, vielleicht sogar seinen Einzeltitel, der noch nie verteidigt wurde übrigens, zu verteidigen. Das wird sehr interessant. Wir haben gestern auch schon hohe Ergebnisse gesehen zwischen E-Sportlern und eben nicht E-Sportlern, zwischen E-Sportlern und YouTubern haben wir ein hohes Ergebnis gesehen, zum Beispiel Stranger hat die Jungs von Tisi Schubech mit 5 zu 1 vom Platz geschoben oder vom Platz gefegt. Das sollte Felix vielleicht versuchen zu vermeiden und die Defensive erstmal präferieren. Ein kleiner Tipp hier so aus der Kommentatorenkabine. Das haben wir noch für Ergebnisse gehabt im Einzelnen. Da haben wir das Marco Terrasino gestern gehabt gegen Andreas Gubit, der ist Profi von Eintracht Frankfurt. Marco Terrasino Fußball, also Andreas Gubit E-Sport-Profi von Eintracht Frankfurt E-Sports und Marco Terrasino Dynamo Dresden Fußballprofi. Da gab es auch ein recht hohes Ergebnis 0 zu 4. Also da heißt es aufpassen, das sind dann schon für die Fußballer doch Herausforderungen, denn die Jungs sind nicht umsonst E-Sport-Profi, die trainieren hart und jeden Tag. Zum Ablauf insgesamt, die Spiele werden nacheinander gespielt, wir werden zwischendurch natürlich immer ein wenig erklären, ein paar Daten liefern. Jeder der Spieler sitzt zu Hause, heißt, stellt uns das Bild, das kann dementsprechend auch immer mal einen Moment dauern, wenn wir jetzt 15.30 Uhr angesetzt haben, den Anstoß, so wie hier zwischen Megabit und Felix Schimmel, dann kann das durchaus auch mal dazu kommen, dass wir eine Minute länger brauchen. Sieht hier allerdings nicht danach aus, hier sieht es schon mal gut aus, wenn ich das so nebenbei laufen sehe. Und dann wollen wir gleich reingehen ins erste Spiel des Tages zwischen Michael Megabit Bittner und Felix Schimmel. Interessante Partie, habe ich noch mal gesagt, die Herausforderung für Felix Schimmel wird sein, hier einfach so wenig wie möglich Tore zu kassieren und dann im besten Fall vorne den einen oder anderen zu machen und Megabit hier noch zu ärgern. und dann geht's los im Wohnen-West-Stadion von links nach rechts die Bremer Megabit und von rechts nach links der 1. FC Nürnberg mit Felix Schimmel und Megabit stößt an und beginnt den Angriff über die rechte Seite Lang Eggestein Friedel über Augustinsson Pizarro und Eggestein der gleich auch folgen wird, der hier allerdings dann nicht auf dem Platz steht, sondern am Controller ist und dann eben gegen Tim Handwerker antreten muss und Felix Schimmel macht schon mal richtig steht kompakt defensiv und versucht hier den ersten Angriff passiv von Megabit abzuwehren Füllkrug gegen Mühl und Mühl gewinnt den Ball und der erste Ballbesitz hier für Felix Schimmel Pizarro den darf er so nicht wieder hergeben direkt druckvoll nachgesetzt von Megabit und das ist stark gut dazwischen gegangen von Felix und jetzt vielleicht mal einen Konter einsetzen er nimmt erstmal die sichere Variante ist auch hier vermutlich nicht die falsche Entscheidung muss allerdings aufpassen dass er dann die Bälle so nicht verliert noch mal Eggestein aber Willard ohne Probleme das sind diese Herausforderungen ein Spieler wie Megabit weiß natürlich genau was seine elf Leute da auf dem Platz treiben wie er den Druck auf den Gegner hochhalten kann und wie er die Lücken in der Verteidigung findet da muss Felix Schimmel aufpassen defensiv ordentlich stehen aber vor allen Dingen im Rausspielen das sind immer die größten Probleme die dann eben nicht E-Sportler gegen E-Sportler haben wenn man einen Aufbaufehler macht und plötzlich geht der E-Sportler frei auf sein Tor zu hier muss er erstmal nicht frei drauf Füllkrug mit dem 1 zu 0 15 Minuten hat es gedauert und der war klasse abgeschlossen dann wird hier nochmal geschaut okay wie spielt der tatsächlich 4-2-3-1 das habe ich gestern auch oft wiederholt das ist die Formation die die meisten E-Sportler wählen die sorgt für viel Sicherheit in der Defensive aber auch für viele Optionen in der Offensive und Megabit legt vor macht das erste Tor des Tages und jetzt ist Felix gefragt Sorg erstmal wieder rauskommen aus der eigenen Hälfte das wird entscheidend sein und vor allen Dingen versuchen diesen Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen das macht er gut Heise Hack mit der Ballrolle genau in den Spieler rein hat Glück dass er hier im Ballbesitz bleibt nochmal Schleusener gegen Friedl und dann sind die Bremer dann ist Megabit hier wieder im Ballbesitz und darf seinen Angriff starten gut nachgesetzt aber Klaassen verliert hier den Ball nicht trotzdem ein guter Versuch von Felix Schimmel hier direkt mal drauf zu gehen und den E-Sportler eben auch ein bisschen zu fordern der war's Gebris Selassie wieder dazwischen und auch in der Defensive beziehungsweise im offensiven Spielaufbau wird es eine Herausforderung werden für Felix Schimmel hier Megabit zu knacken. Nichtsdestotrotz 25 Spielminuten bis hierhin macht er das sehr gut, defensiv steht er ordentlich und die ersten Ansätze nach vorne werden auch immer besser. Füllkrug auf Eggestein. Guter Ball auf Pizarro und da macht er ihn rein. Da macht er ihn rein, Claudio Pizarro. Ein Mann für genau solche Tore, wenn der vorne den Ball bekommt, dann musst du dich irgendwie reinschmeißen, ansonsten sitzt das Ding und das beweist auch hier. In FIFA 20. Felix jetzt mit zwei Toren zurück. Nach knapp 30 Minuten nochmal. Es ist keine Schande hier zurückzuliegen gegen Megabit, der eine herausragende Saison in der Virtual Bundesliga Club Championship gespielt hat. Wer bei den Finals mit dabei gewesen wäre, die ja dieses Wochenende hätten stattgefunden. Erstmal. Aber jetzt eben aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können. Eggestein. Und ich wiederhole es nochmal, 78 Tore hat er gemacht, damit die meisten Tore in der Virtual Bundesliga Club Championship erwähnt. Äh, 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 geschossen, entschuldigung, nicht erwähnt, geschossen. Füllkrug wieder auf Pizarro und er macht ihn erneut. Und da verneigt er sich, Claudio Pizarro. Schön gemacht, klasse in die Mitte. Und dann ist es ein leichtes, das Ding nur noch über die Linie zu boxieren. Und das sind halt diese Momente. Das sieht vielleicht nicht unbedingt danach aus, als könnte jetzt Megabit hier irgendwie dran vorbeikommen. Dann ist es ein kongenialer Angriff, der irgendwie Richtung Grundlinie geht. Schwer für Felix Himmel dann, das Ganze hier zu antizipieren. Ball in die Mitte. Und der Ball ist drin. Nichtsdestotrotz bleibt Felix hier mit Sicherheit konzentriert. Denn auch er möchte mit Sicherheit hier bei der Bundesliga-Home-Challenge zumindest mal ein Trefferchen machen. Nochmal, es ist ein schweres Los. Das habe ich auch gestern schon gesagt, wenn die Fußballer auf Profis getroffen sind. Es ist ein schweres Los, wenn man hier gegen einen E-Sport-Profi ran muss. Und erst recht, wenn man eben gegen den Bremer Megabit ran muss. Schleusener, Schleusener treibt den Ball jetzt mal voran. Aber dann kommt die Grätsche wieder von Friedl. Und Eggestein, Seitenwechsel. Auf die Partie bin ich auch sehr gespannt. Maximilian Eggestein gegen Tim Handwerker. Da werden die Karten neu gemischt. Aber erst mal legt hier Megabit für die Bremer vor. 45 Minuten haben wir gleich noch. Die erste Halbzeit ist gleich durch. Und dann bin ich gespannt, ob Felix hier noch irgendwie reagiert. Ob er etwas offensiver wird. Ob er mutiger wird. Ob er sagt, hey komm. Mir ist egal, wie hoch ich hier am Ende verliere. Ich möchte auf jeden Fall ein Tor machen. Oder ob er sich sagt, Tim Handwerker ist so ein guter FIFA-Spieler. Der könnte Maximilian Eggestein vielleicht mit drei, vier Toren raushauen. Ich sehe erst mal zu, dass ich nicht viel mehr bekomme als die drei. Und versuche dann mein Glück in den Kontern. Hier geht es auf jeden Fall in die taktischen Einstellungen nochmal. Die sind ja seit gut zwei FIFA-Versionen jetzt etwas verändert. Man kann hier also diese Balken verschieben in Sachen Breite. Das ist übrigens die Einstellung von Megabit, sehe ich gerade. Der verändert also ein bisschen was. Der eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Aber fühlt sich hier dann doch dazu genötigt, ein paar taktische Änderungen vorzunehmen. Und jetzt Megabit, Michael Bittner von rechts nach links. Und Felix Schimmel von links nach rechts. Arg, arg, schöne Schussantäuschung. Aber da kommt Megabit wieder zwischen. War keine schlechte Idee, wenn er da noch ein bisschen diesem Zweikampf aus dem Weg geht. Vielleicht mit einer Ballrolle weg vom Gegner. Dann könnte da noch mehr draus werden. Aber erst mal Megabit. Über Vöhlkrug, Pizarro. Claudio Pizarro kommt da nicht durch. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, mal ein bisschen Tempo zu machen. Geht auf die rechte Seite. Klasse Kombination. Schön im Doppelpass. Und jetzt über den Flügel. In der Zentrale fehlt die Anspielstation ein wenig. Ist jetzt auf die Außen gezwungen worden. Und dann lässt er sich rausdrängen. Klar, guter Einsatz. Und ein guter Ansatz auch vom Angriff sah richtig gut aus, als es noch mit Tempo kam. Dann musst du natürlich gegen den erfahrenen Megabit in dieser Situation ein bisschen mehr machen. Denn der weiß genau, wie er dich dann Richtung Grundlinie oder eben Auslinie wegpresst. Das haben wir hier auch gesehen. Es scheint zumindest so, als würde Felix jetzt ein bisschen was ändern. Bleibt zumindest mal im 4-2-3-1. Ein Wurf für die Bremer in der eigenen Hälfte. Seitenwechsel, Auflang. Fridl. Da ist mal der ruhige Aufbau. Gefühlt steht Felix jetzt etwas höher. Aber versucht es erstmal trotzdem mit einer passiven Defensive. Also hier Vorsicht vor Risiko. Gut gemacht. Und wieder über die rechte Seite. Die geht da ganz gerne ab. Huck. Wieder abdrehen. Schönes L1-Trippeln hier von Felix Schimmel. Erhauptet da mit dem Ball. Ischak. Sorg. Er sucht lange. Aber immerhin ein Ansatz. Also mit sehr viel Bedacht. Die Flanke hatte ich gestern mal erwähnt. Flanken sind nicht so effektiv. Aber kann man durchaus mal probieren. Und dann kommt er direkt wieder an den Ball. Schöner Dragback. Jetzt muss er erstmal wieder zurück. Gefällt mir gerade richtig gut, was er in den letzten 5-10 Ingame-Minuten hier treibt. Da tut sich Megabit gerade schwer. Jetzt allerdings wieder gegen 2. Und diesmal ist es Abstoß. Und nochmal das Pause-Menü. Und Megabit vielleicht auch immer eine Idee, doch nochmal mehr drauf zu drücken. frische Leute sollen kommen. Low-Camper ins zentrale offensive Mittelfeld. Und taktische, wieder taktische Veränderungen bei Megabit. Klar, der muss das nicht unbedingt. Der führt. Aber er merkt natürlich auch, dass Felix hier ein bisschen mehr tut für die Partie. Und unbedingt diesen Treffer will. Und er würde natürlich gerne Maximilian Eggestein gleich gegen Tim Handwerker eine komfortable Führung präsentieren. Die 3-0-Führung wäre eine solche komfortable Führung. Aber wenn Felix Schimmel hier noch ein Trefferchen macht, dann sind es nur noch zwei Tore. Und im besten Fall setzt du vielleicht nochmal einen Lucky Punch hinterher. Und dann steht es plötzlich nur noch 3-2 hier gegen den E-Sportler. Und dann ist alles offen. Dann ist alles offen, wenn die beiden Fußballer aufeinandertreffen. Friedl. August Dinsson, erst mal wieder die Bremer. Erst mal wieder Megabit. Pizarro, der Doppeltorschütze aus Halbzeit 1. Selke auf Klasen. Gut gespielt, aber dann auch sehr gut dazwischengekommen jetzt von Felix. Und wieder 2-3-4 Mann vorne mit dabei. Jetzt muss er aufpassen, dass er sich da nicht verrennt. Macht das gut. Klasse Dragback und verschafft sich wieder Raum. Sehr gut gemacht. Nur Kemper gerade frisch eingewechselt, aber bleibt dann da zentral hängen. 18 Minuten noch. Gute Ansätze bei Felix. Und ich würde ihm diesen Treffer gönnen, um die nächste Partie für Tim Handwerker etwas entspannter zu machen. Huck. Klokemper. Rechts wäre wieder Platz, könnte ihn durchschicken. Macht er gut, aber auch sehr gut aufgepasst von Megabit da auf dem Flügel. Direkt auf den Spieler gewechselt. Den Ball abgefangen. Man kann jetzt selbst mal einen Konter fahren. Irost lang. Er muss komplett abbrechen, weil auch hier wieder Felix Schimmel sehr gut zustellt. Jetzt wird es wieder etwas schneller und dann ist es wieder konzentriert. Die Situation unter Kontrolle bekommen. Und Willert im Tor. Ist gefordert und hält das Ding. Und Eckballmöglichkeit für die Bremer, Eckballmöglichkeit für Megabit. Gebris Selassi ist mit dabei. Friedl, Pizarro wieder. Dann wird es wieder gefährlich, aber Sork und Mühl im Zusammenspiel das Ding erst mal wieder beweinigt. Und Augustinsson immer wieder auf der rechten Seite. Megabit mit Augustinsson mit einem guten Timing. Und viel Präzision. Und jetzt wird hier Megabit noch aktiv. Drückt da ganz nach vorne drauf. Also will vielleicht nochmal einen drauflegen. Merkt, in Halbzeit 2 läuft es nicht ganz so rund. Und Felix Schimmel musste sich vielleicht auch ein wenig an dieses Tempo, das der E-Sportler hier an den Tag legt, gewöhnen. Macht das sehr, sehr gut. Jetzt in Halbzeit 2. Das muss man ihm einfach mal zugestehen, dass das innerhalb von Zeit 1 zwar nicht optimal war. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass Megabit die wenigen Chancen, die er gehabt hat, alle reingemacht hat. Aber innerhalb von Zeit 2 ist ein Felix Schimmel hier sehr gut unterwegs. Auch mit ordentlichen Ansätzen in der Offensive. Nur zum Torabschluss. Da hat es bisher noch nicht gereicht. Heisen, gut dazwischen. Fünf Minuten noch. Ein Törchen vielleicht noch für Felix Schimmel. No Kemper, der ist frisch. Und auf der anderen Seite, da ist einer mit dabei und da gibt es das Ding. 3-1. Das ist so wichtig und so gut ausgespielt. Das ist so wichtig und so gut ausgespielt. Klasse gemacht und das hat er sich verdient. Das muss man einfach so sagen. Eine tolle zweite Halbzeit hier gegen Megabit auf den Platz gebracht und verdient sich diesen Treffer. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück, vielleicht gibt es hier noch einen. Und dann wird die Partie für Tim Handwerker noch mal deutlich angenehmer. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass er nicht noch einen bekommt. Denn das 3-1 geht schon insgesamt in Ordnung. Da muss er sich noch mal reinwerfen. Macht er. Klasse. Sörensen. Und jetzt weckt das Ding. Heise, aufgepasst. Bekommt ihn an den Mann. Viel Platz wieder über die linke Seite. Jetzt sind schon 3 Mann wieder drum. Das ist halt immer dieser Moment, wenn du denkst, okay, ich habe jetzt Platz. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen gehen, aber dann auf einen Schlag hast du 2, 3 Mann drumherum. Megabit versucht noch den letzten Angriff zu holen, aber der Schiedsrichter sagt, an dieser Stelle ist Feierabend. Und damit geht das Spiel zwischen Megabit und Felix Schimmel 3-1 aus. Eine tolle Partie, vor allen Dingen in Halbzeit 2 für Felix Schimmel. Halbzeit 1 gehörte ganz klar Michael Bittner. Wir sehen es ja auch an der Statistik. Fünf Torabschüsse, aber es ist genau das, was ich sagte. Es waren nicht wahnsinnig viele Torabschüsse auf Seiten von Megabit. Aber wenn sie rausgespielt haben, rausgespielt waren, dann so gut, dass es da kaum noch was zu halten gab. Und man muss ganz klar sagen, eine Passgenauigkeit auf Seiten von Felix Schimmel von 92 Prozent. Das ist eine sehr, sehr gute Statistik. 94 Prozent auf Seiten von Megabit. Das ist natürlich noch ein Tucken besser, aber dementsprechend ist eben auch dieses Ergebnis. Nichtsdestotrotz ein deutlich angenehmeres Ergebnis für Tim Handwerker als ein 3 zu 0, der jetzt gleich gegen Maximilian Eggestein ran darf oder ran muss. Maximilian Eggestein hatte ich vorhin schon mal gesagt. 23 Jahre jung, 22 Bundesliga-Einsätze, zwei Torvorlagen in dieser Saison. Tim Handwerker, 18 Bundesliga-Einsätze, 21 Jahre jung. Also beide eigentlich im perfekten Alter, um eine ordentliche Partie FIFA hinzulegen. Tim Handwerker eben mit 18 Bundesliga-Einsätzen in der zweiten Bundesliga. Ein Tor und zwei Torvorlagen. Also Tore schießen kann der Außenverteidiger eben auch. Und es wird spannend sein, ob die beiden das auch auf den Platz bringen. Das sind immer so Situationen nochmal. Man kann das ganz schwer einschätzen, weil man sie, ich zumindest, beide noch nicht FIFA-Hub spielen sehen. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ich hatte das auch vorher nochmal erwähnt. Es gab das Duell der beiden Teams das letzte Mal 2019 und damals traf Maximilian Eggestein zum 1 zu 0 in der 64. Spielminute. Das Endergebnis allerdings 1 zu 1. Wir können sehr gespannt sein, was die beiden Profis hier auf dem digitalen Platz bringen werden. Zu den Nürnbergern insgesamt bei der Virtual Bundesliga gab es Platz 15 übrigens. Es ist auch so interessant, sie haben das Team für die Virtual Bundesliga, aber keiner der Spieler wurde hier also nominiert. Das ist natürlich den Vereinen frei überlassen. An dieser Stelle hat Nürnberg sich dafür entschieden, eben Felix Schimmel loszuschicken aus der zweiten Mannschaft von Nürnberg. Und eben kein E-Sportler und eben Tim Handwerker. Die Platzierung gab es eben, hatte ich nochmal gesagt, Platz 15. 79 Punkte konnten die Jungs einfahren in der Saison. Und das Ergebnis in der Virtual Bundesliga Club Championship zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg war 7 zu 1. 2 zu 1 gab es das Spiel auf der Playstation. 7 zu 1 nach Punkten, für die, die vorhin die Erklärung nicht drin hatten. Gespielt wurde dort in drei Partien. Jeweils in einem 1 gegen 1 auf der Playstation, in einem 1 gegen 1 auf der Xbox und eben in einem 2 gegen 2 auf der Konsole, die das Heimteam wählt. Welche Konsole, das war jetzt tatsächlich nicht genau drauf. Es gab das 2 zu 1 auf der Playstation. Das waren drei Punkte für die Bremer. Dann Megabit, der eigentlich auf der Xbox unterwegs ist, heute aber eben auf der Playstation gespielt hat, mit 2 zu 2 unterwegs gewesen und dann im Doppel Dr. Erhano und eben Megabit den knappen 1 zu 0 Sieg und somit insgesamt 7 zu 1 in der Virtual Bundesliga Club Championship geholt. Aber all das interessiert gleich erstmal nicht, denn die beiden, die hier aufeinandertreffen, die sind zumindest digital noch nie gegeneinander angetreten. Und soweit ich weiß, kann natürlich sein, dass sie schon ein paar Freundschaftsspiele gemacht haben, aber noch nicht in der Öffentlichkeit. Und jetzt ist alles wieder auf 0 gestellt, egal ob sie es schon mal gespielt hatten oder nicht. Jetzt heißt es gleich Vollgasfußball. Und Maximilian Ergestein hat den Vorteil, dass sein Teamkollege Michael Megabit-Bittner gegen Felix Schimmel schon ein 3 zu 1 geholt hat. Das heißt, er hat momentan den Vorteil. Aber auch solche Ergebnisse habe ich schon sehr oft schmelzen sehen. Vor allen Dingen auch bei den Virtual Bundesliga Playoffs gab es ein ähnliches System mit Hin- und Rückspiel. Und da habe ich schon Ergebnisse von bis zu 4 zu 0 am Ende in ein 5 zu 4 drehen sehen. Im zweiten Spiel dementsprechend heikel, heikel. Also sich zurücklegen und sagen, nee, wir schaffen das jetzt schon mit diesem 3 zu 1 Vorsprung. Das kann nicht gut gehen. Das ist ganz klar. Ansonsten, was erwartet euch noch am heutigen Tag? Wir haben nach dem Spiel Werder Bremen gegen Nürnberg, die Leipziger gegen Hamburg, die werden dort spielen. Dann haben wir Union Berlin und Jan Regensburg heute noch auf dem Spielplan. Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel, Freiburg gegen Wehen Wiesbaden und Darmstadt gegen Leverkusen. Das sind die Partien, die wir heute noch sehen werden. Aber vorerst wollen wir natürlich die Partie zwischen Maximilian Eggestein und Tim Handwerker begutachten. Da können wir gleich starten, glaube ich. Die Jungs sehen schon ready aus. Jawohl, da seht ihr sie. Aufstellungen sind auch schon mal vorbereitet. Auch hier wird im 4231 aufgestellt. Auf beiden Seiten sowohl bei Tim Handwerker als auch Maximilian Eggestein. Das ist so. Vielleicht haben sie sich auch noch mal von ihren E-Sport-Teams oder E-Sport-Team-Kollegen ein paar Tipps geholt. Bei Nürnberg spielt zwar keiner der Jungs vom 1. FC Nürnberg E-Sports, aber die helfen sehr gerne aus, vermutlich, wenn es darum geht, taktische Einstellungen zu machen. Und dann würde ich sagen, rein ins Spiel. Maximilian Eggestein von links nach rechts gegen eben Tim Handwerker von rechts nach links. Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg. So ein erster Angriff und der Anstoß gehört hier, den Bremern gehört Maximilian Eggestein. Guter Ball, der kommt richtig gut. Schleusener, Schleusener und das ist schon das erste Ding sein können. Keine fünf Minuten auf dem Platz und dann hätte es hier gleich klingeln können. Klasse gespielt von Tim Handwerker. Und der will hier unbedingt diesen Sieg. Schleusener und wieder hängen geblieben. Jetzt gibt es mal den Ball für die Bremer Eggestein. Rashica kommt da nicht durch. Gut wieder abgefangen hier von Tim Handwerker und der hat er erneut aufbauen. Und gerade eben ging es richtig schnell und plötzlich steht er da vor der Kiste. Und er darf sich Maximilian Eggestein bei seinem Torhüter bedanken. Rischak. Da kommt die Grätsche. Ist das denn schon so eine kleine Frustgrätsche, dass er da nicht so gut an den Ball kommt? Aber Klaasen dann sauber dazwischen. Das hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man dann die ein oder andere Frustgrätsche raushaut. Ich hoffe, das war nicht schon so eine von Eggestein. Die Partie ist noch lang. Er wirkt zumindest mal sehr entspannt. Pizarro, Vöhlkrug. Aber gut dazwischen gegangen wieder von Tim Handwerker. Ja, Entschuldigung. Hack. Über die Außen will er es nochmal versuchen. Aber Gebre Selassie mit einem guten Teckel, beziehungsweise sehr schön zwischen Ball und Spieler gestellt. Jetzt Eggestein über Pizarro. Aber da kommt er wieder nicht durch. Die Ansätze sind gut bei Maximilian Eggestein. Aber zu gefährlichen Aktionen kommt dann auch nicht. In der Defensive hat er sich wieder stabilisiert nach der ersten Riesenmöglichkeit für den Handwerker. Oh, da kommt wieder so eine Grätsche. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Also die müssen nicht unbedingt sein. Die bringen dich mehr aus dem Konzept, als dass sie dich weiterbringen. Und jetzt kommt wieder der Angriff von Tim. Aber Toprak ist mit dabei. Klaasen. Klaasen treibt mal, bekommt ein bisschen Raum. Eggestein jetzt über rechts. Ich hatte das Gefühl, dass er erst so ein bisschen über die linke Seite kam. Vielleicht aber auch einfach aus dem Spielfluss heraus. Zaro, der Doppeltorschütze aus dem ersten Spiel. Zwei Tore gemacht. Für Megabit. Im Spiel gegen Felix Schimmel. Das 3 zu 1 ausging. Und Eggestein hat auch schon das Pausenmenü angefordert. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist auch die Controllereinstellung nicht ganz richtig. Es gibt ja den einen oder anderen, der die Schuss- und die Flankentaste austauscht. Und vielleicht will er eher tacklen. Und dementsprechend kommt er eben hier wieder. Nicht sauber mitgenommen. Das sah auch eher danach aus, als hätte er hier tatsächlich die falsche Einstellung drin. Da bin ich sehr gespannt, was er gleich tut. Und wenn das Pausenmenü kommt, nochmal, Flanken und Schießen verwechseln, ist eben dann auch, wenn es nicht gut läuft, so, dass Grätschen und das normale Tackle nicht auf der richtigen Taste sind. Ich hatte gerade das Gefühl, dass er vielleicht Flanken wollte. Schießen ist eher unwahrscheinlich. Aber da das rote Time-Finish kam, kann nicht sein, dass die Schusstaste falsch belegt ist. Aber jetzt ist es mal vorne drin. Pizarro! Pizarro, den macht er nicht. Und da gibt es für Füllkrug noch nachträglich die gelbe Karte. Das wird für die Grätsche gewesen sein. Und das ist gerade jetzt leider das Bild der Nürnberger. Da kann ich nicht erkennen, was Heggestein da macht. Das wäre interessant zu sehen, ob es tatsächlich die Kontrolleinstellung war. Weil ich vermute es. Ich würde es in diesem Moment vermuten. Und dem Handwerker. Er ändert da ein bisschen was. Auch taktisch, um da vielleicht besser reinzukommen. Und dann geht's weiter. Dann geht's. Der Gestein jetzt mal mit dem Angriff. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt besser läuft. Also nochmal, die Grätschen kam mir schon merkwürdig vor. Also Frustgrätschen zu diesem Zeitpunkt, das wäre schon sehr früh gewesen. Und dementsprechend, wie gesagt, gehe ich aktuell davon aus, dass er hier die falschen Einstellungen drin hatte. Und Bizarro mit der Riesenmöglichkeit per Kopf. Das ist nicht einfach in FIFA 20 das Ding unterzubringen, aber das sah richtig gut aus. Das sah richtig gut aus. Das sah richtig gut aus. auf den Socials diskutieren wollt, dann dürft ihr natürlich gerne den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge verwenden. Dann werden wir da mit Sicherheit auch mal einen Blick drauf werfen. Handwerker. 45 Minuten gleich um. Eine sehr ausgeglichene Partie bis hierhin. Machen das ordentlich auf beiden Seiten. Richtig gute Chance in den ersten Minuten gab es für den Handwerker, der da vollkommen blank auf dem Torhüter zulief. Und zwei richtig gute Möglichkeiten für Eggestein. Einmal mit Pizarro frei aufs Tor. Jetzt wieder Pizarro und wieder nicht sauber abgeschlossen. Und dann geht's in die Halbzeit. bin ich gespannt, ob was kommt als Veränderung. Also es gab auch noch natürlich bei Handwerker ein paar Abschlüsse, statistisch leider sehr schnell weggedrückt. Und sie gehen auch recht fix in Halbzeit 2. Also hier wird sich keine Zeit gelassen. Gleich rein und drauf. Ich erinnere kurzer dran, das Spiel zwischen Michael Bittner, Megabitt und Felix Schimmel ging 3 zu 1 aus. Das heißt, die Nürnberger hier im addierten Ergebnis momentan mit zwei Toren zurück. Und das bedeutet für Team Handwerker, dass er irgendwann vielleicht auch mal öffnen muss. Alle Spiele außer Wertung, ganz klar. Aber keiner will ein Spiel verlieren. Jeder kennt es, der irgendeine Sportart betreibt. Egal was es ist. Es ist ein Freundschaftsspiel, was auch immer. Niemand will es verlieren. Und jetzt hier so ein Slapstick. Und Pizarro. Und Pizarro stochert das Ding über die Linie. Und selbst Maximilian Eggestein schämt sich ein wenig. Neigt den Kopf, hält sich die Hand vor die Augen. Ja, ja, auch mit sowas muss man leben. Aber den nimmt er am Ende natürlich gerne mit. Irgendwie muss er halt über die Linie. Wenn du frei aufs Tor zugehst und die Dinger halt nicht so reinmachen kannst, dann kann sie einen Pizarro eben auch mal so rüber stochern. Klar, 1-0. Weiter geht's. Und das ist natürlich bitter für Tim Handwerker. Den hätte er gerne, wenn schon kassiert, dann anders. Aber da darf er den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Eggestein nochmal im Zusammenspiel mit Füllkug. Aber da kommt er nicht vorbei. Und innerhalb Zeit 2 haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass Maximilian Eggestein besser drin ist als Tim Handwerker, der sehr gut in der ersten Halbzeit gewesen ist, der auch sehr gut reingekommen ist. Noch mal die Möglichkeit. Da mal Willard. Nur das Ding hier reinzumachen war die Schwierigkeit bis hierhin. Beide hatten gute Möglichkeiten. Und dann entsteht da so ein Tor draus. Jetzt bin ich gespannt, wie Tim Handwerker drauf reagiert. Die erste richtig gute Möglichkeit kam über den Konter. Jetzt steht hier Eggestein etwas besser. Und was ist das denn? Den macht er richtig gut. Schöner Drag-Back. Und dann mit voller Wucht ins Eck. Da kann der Keeper sich strecken und recken, aber da reagierst du nicht mehr. Und damit ist diese Partie erstmal wieder ausgeglichen. Klasse gemacht. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann dürft ihr natürlich gerne tun auf den Social Media Kanälen und einfach den Hashtag Bundesliga Stay-Home-Challenge benutzen und Bundesliga Stay-Home-Challenge genau. Entschuldigung. Bundesliga Stay-Home-Challenge benutzen und mitdiskutieren. Jetzt geht es in 4-4-2 und es kommen frische Leute. Also Handwerker will was ausprobieren. Will hier nochmal in der Schlussphase dieser Partie etwas mehr Durchschlagskraft nach vorne bekommen. Was ist das Kind? Gut. das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. 25 minuten noch badels bartels gestein dazwischen nun jetzt noch mal die möglichkeit hier führt dem handwerker der kommt nicht durch klassen ist da aber direkt druckvoll draufgegangen das macht er gut schleusener und jetzt ein bisschen raum zwischen der vierer kette auch das ist stark gemacht gute ballrolle noch mal in die mitte richtig gut und pavlenka pavlenka einmal aber den zweiten kriegt er nicht 1 zu 2 und damit die führung für dem handwerker und dann ist ja nur noch ein trefferchen davon entfernt das gesamte ergebnis gleich zu suchen nach dem spiel zwischen megabit und felix schimmel das 3 zu 1 ausging ist er jetzt dran ein trefferchen noch und da kommt er wieder comeback qualitäten hat umgestellt aus 4 4 2 enge raute und macht jetzt druck hengestein ist dran aber sehr gut gemacht sorg doch klasse ball das könnte jetzt wieder richtig gefährlich werden ist im strafraum schön angehalten und er wird geblockt von toprak ins eigene tor 1 zu 3 alles egalisiert alles wieder ausgeglichen und wir haben noch zeit klasse ding von tim handwerker klar ein bisschen glücklich dass toprak den nicht am tor vorbei blockt sondern ins tor aber da wird er sich nicht drum scheren wenn man das ding von pizarro sieht was er vorher bekommen hat da wird er sagen ausgleich in der gerechtigkeit und jetzt sind noch 13 minuten und wieder der ball gewinn und wieder platz über den flügel bleibt auch hier bei besitz kommt noch mein rückraum die ballverarbeitung ist nicht so sauber und dann toprak hier mit dem teckel zwischen und jetzt das faul und gibt freistoß und noch mal rein noch mal taktisch verändern also hier wird nicht drauf ausgeruht bringt dann auch mal frische leute schleusener erstmal raus die schack wenn er option der ist fitness technisch das seht ihr in diesem grünen beziehungsweise gelben balken um so geringer die sind um so weniger ausdauer hat der spieler dann am ende klar nach 80 spiel minuten sind sie eben angefressen aber tim handwerker hat jetzt die komplette offensive frisch aufgestellt das sorgt dafür dass er erst mal direkt mehr druck machen kann da vorne und dann natürlich auch gleich dem ein oder anderen verteidiger davon laufen kann und da kommt er wieder stark gemacht gut in den strafraum wieder rein aber toprak versucht hier alles um sein eigentor wieder gut zu machen seitenwechsel bartels bartels gegen handwerker und klar handwerker weiß wie das funktioniert in der defensive stark gespielt und nächste möglichkeit und wieder pavlenka vier minuten noch wieder im strafraum irgendwie an den balkon selke auf gebris erlassen der das schon fast an der grundlinie steht aber raus kommen sie trotzdem nicht er was macht er denn was macht er denn das war die riesen chance dieses ding an sich zu reißen aber der geht deutlich drüber und ergestein schwimmt der hier eine richtig gute partie eigentlich in halbzeit eins gemacht hat der schwimmt komplett er bekommt gerade nicht verteidigt und da ist er wieder dran den muss er machen den wachter und in letzter sekunde holt er sich den sieg tim handwerker 1 zu 4 und was für eine verrückte erste partie hier am heutigen tage nach dem 3 zu 1 im hinspiel heißt es auf einmal 1 zu 4 im rückspiel und jetzt sind die nürnberger vorne und viel zeit ist nicht mehr genau gesagt gar keine mehr und die nürnberger gewinnen im team überragende leistung hier von dem handwerker der wirklich nicht viel zeit gebraucht hat um hier die vier tore zu machen und da freut er sich klar zu heraus so muss das sein und ein enttäuschter maximilian eggestein wenigstens kaum noch ein lächeln über die lippen natürlich ist das ein bisschen enttäuschend das willst du nicht du hast eigentlich ein gutes spiel gemacht er braucht sich nicht viel vorwerfen aber am ende hat tim handwerker einfach alles nach vorne geworfen und das spiel endet 4 zu 5 für die nürnberger ganz ganz tolles erstes spiel das wir hier gesehen haben und so kann das gerne weitergehen so kann das gerne weitergehen also megabit hat vorgelegt als favorit in diese partie gegangen und hat am ende 3 zu 1 gewonnen das muss man aber auch felix schimmel zugute halten der sehr lange dafür gekämpft hat vor allen dingen in halbzeit zwei eine richtig richtig gute partie gemacht und sich das ganze auch erarbeitet am ende das war bock stark und dann kam eben maximilian eggestein der eine überragende erste halbzeit gespielt hat nach der riesen chance von tim handwerker die erstmal nichts geworden ist und in halbzeit zwei hat dem handwerker das haben wir gesehen zwei dreimal glaube ich taktisch ein bisschen was verändert ist dann irgendwann vom 4 2 3 1 aus 4 4 aus 4 2 2 2 gegangen also mit zwei stürmern etwas mehr druck dann hat er gemerkt okay da geht was hat auch das 4 4 2 enge raute umgestellt also noch mehr offensiv power noch mehr durch die mitte druck und hat auch das sehr gut umgesetzt und am ende eben mit 1 zu 4 gewonnen und den gesamtsieg für die nürnberger eingefahren richtig klasse partie das hat spaß gemacht als nächste partie sehen wir dann leipzig gegen den hamburger sv namentlich gian jazala und humut gülteking die aufeinander treffen beides e-sportler in dem fall beides e-sportler des jeweiligen verein ähm und dann nordi mukiele gegen sonny kittel die zwei profi fußballer die eben das duell dann beenden werden tian jazala aufgelaufen in dieser saison in der virtual bundesliga club championship für die leipziger bei umut sieht das ein bisschen anders aus der war nicht im kader bei der virtual bundesliga club championship mit dabei sollte sich über die vbl open qualifizieren das hat er gemacht zumindest für die playoffs und ist dann ganz ganz knapp gescheitert im last chance spiel nach golden goal hat er die vbl finals verpasst um euch da mal kurz abzuholen er war quasi ein spiel davon entfernt auch die finals zu erreichen musste dann allerdings zwei niederlagen hinnehmen und im zweiten spiel im last chance game das heißt wenn du das final gegen verlierst gibt es noch mal ein last chance game für die verlierer aus diesem spiel da werden nochmal die letzten zwei gesucht und da hat er ganz knapp im golden goal match das ding dann am ende verloren aber nichtsdestotrotz eine sehr erfolgreiche saison für den jungen umut drei an drei foot champions cup hat er teilgenommen und im stage 3 also ich glaube im zweiten turnier als er teilgenommen hat das war die stage 3 im januar hat er weltweit den zweiten platz belegt also die gesamte playstation seite gewonnen musste sich dann nur im overall finale geschlagen geben gegen sein xbox kontrahenten bei chehan jazala der teilgenommen an der virtual bundesliga club championship gemeinsam mit seinem teamkollegen alexander charpi beziehungsweise alex charpi acht doppelsiege konnten sie einfahren außerdem war die god demme mit dabei auch fußball profi und der gewechselt ist mittlerweile zu neapel im winter und alexander breuer die im team gespielt ich glaube alexander breuer hat ein spiel gespielt genauso wie die god demme ansonsten alex charpi und jazala alle doppel gespielt acht doppelsiege geholt 89 punkte konnten sie einfahren platz 13 erreicht tian konnte 15 siege insgesamt holen und 49 tore erzielen das wird also das erste duell der e-sportler sein tian jazala gegen umut gülteking und ich sehe die jungs sind auch schon bereit und auch das wird eine sehr sehr interessante partie diese partie gab es übrigens auch bei der vbl club championship da gewann der hamburger sv am ende insgesamt mit drei zu sechs die playstation partie konnte noch gian für sich entscheiden mit vier zu zwei auf der xbox mussten sie sich dann allerdings mit null zu vier geschlagen geben genauso wie im zwei gegen zwei mit null zu eins und das letzte aufeinandertreffen der beiden vereine auf dem reellen fußballplatz war übrigens im april 2019 damals im dfb pokal da hieß es drei zu eins für die leipziger also digital der letzte sieg für die hamburger auf dem fußballplatz für die leipziger und jetzt wollen wir mal schauen welcher der beiden e-sportler hier die ersten punkte einfach das ist auch mal eine ganz andere situation wir haben vorher gesehen e-sportler gegen profi fußballer schwierige situation weil dann natürlich klar der e-sportler im vorteil ist nichtsdestotrotz haben die nürnberger am ende das ding gewonnen hier sind die karten neu gemischt es treffen erst mal zwei e-sportler aufeinander und dann zwei profi fußballer und zwar mukiele und kittel die dann sich gegenseitig versuchen werden die punkte abzunehmen ihr seht oben links in der kamera cihan und oben rechts umut die auch schon auf heißen kohlen sitzen nur noch auf ihr go warten um dann zu starten auch hier nochmal der hinweis das kann schon mal einen moment dauern weil man natürlich eine ganz andere kommunikation hat als wenn man vor ort den spielern dann einmal kurz auf die schulter tippt und sagt achtung starten sondern es müssen digitale wege gegangen sein denn wir sollen alle zu hause bleiben und wenn ihr gerne mit diskutieren möchtet auf den social media kanälen dann benutzt doch gerne den hashtag bundesliga home challenge und lasst uns eure meinung da wie ihr das ganze hier findet oder was auch immer ihr dazu sagen möchtet wir sehen auch die hamburgers sind bereit heißt wir werden gleich rein starten die hamburgers übrigens platz sieben hatte ich glaube ich gar nicht erwähnt in der virtual bundesliga club championship knapp gescheitert sehr sehr knapp gescheitert für diejenigen die es nicht kennen bei der virtual bundesliga club championship werden die ersten sechs teams dürfen je zwei spieler direkt in die einzelfinals ins grand final schicken und die hamburgers sind am ende siebter geworden hinter dem hinter den bochumern und ich glaube es waren am ende nur fünf punkte wenn man bedenkt dass neun punkte pro spieltag vergeben werden war das ein sehr knappes ergebnis ergebnis und dann werden sie sich mit sicherheit sehr über sich selbst geärgert haben am ende aber all das zählt jetzt erstmal nicht jetzt geht es in ein neues spiel dieser zwei hier man sieht auch bei gian alte erfolge ich habe nur die neuen erfolge aufgezählt die alten erfolge die meisterschaften der esl meisterschaft da sehen wir die zwei pokale hinten im hintergrund die saison wo er dann einmal meister der virtual bundesliga im einzel wurde und zeitgleich esl meister der inoffiziellen deutschen meisterschaft eine richtig starke saison also mit dem ist auf jeden fall zu rechnen aber auch umut noch mal ich wiederhole eine ganz ganz tolle saison der junge mann hat noch ganz viel vor sich und so gehen wir rein in diese partie zwischen cihan und umut cihan von links nach rechts natürlich mit leipzig und umut von rechts nach links mit den hamburgern erst mal cihan mit dem ersten angriff hartmann man muss natürlich sagen vielleicht doch ein ganz leichter vorteil cihan hat halt die 85er saison hinter sich wer es noch nicht weiß viele große events werden nicht im 85er modus gespielt sondern im foot modus also im fifa ultimate team modus da kann man sich ein dream team zusammenbauen und genau in diesem modus liefen auch die fat champions cups ab bei denen umut sehr erfolgreich war und dementsprechend spielt man nicht so oft diesen 85er modus das hat cihan dann oder da hat cihan dann vielleicht einen kleinen vorteil weil er eine gesamte saison in einem kompetitiven wettbewerb bereits hinter sich hat aber all das muss nicht so sein denn auch junge spieler wie umut sind sehr anpassungsfähig grundsätzlich verschlechtert der modus ja nicht die wahrscheinlichkeit kleinigkeiten gibt es natürlich ich hatte das gestern schon erwähnt skillsterne das heißt man kann nicht so viele tricks ausführen wie mit manchen anderen spielern wie zum beispiel mit cristiano ronaldo oder ähnlichem ja guter angriff hier von umut mit harnik lucia ketel ketel kommt nicht durch aber ansonsten gibt es dann eben noch den schwachen fuß auch die sind etwas anders aufgeteilt das heißt man muss da ein bisschen darauf achten dass man versucht den spieler so zu postieren dass er mit seinem starken fuß passt oder eben auch schießt nur ganz wenige haben im 85er modus 5 sterne auf dem schwachen fuß und klar die richtigen positionen die richtigen spieler auf die richtigen positionen zu bekommen auch das ist vielleicht dann eine etwas ungewohnte situation und hier kommt über werner kampe schöne kombination und vorne versucht er seinen mitspieler zu bekommen aber klasse reingegrätscht hier vom fein umut also hoch konzentriert in der defensive auch das ein spiel das im league defensiv da ist er stark und dann vorne immer wieder diese nadelstiche die hier cihan wehtun können damit da muss er halt aufpassen ne wird vermutlich der spielbestimmende spieler hier sein wird versuchen über langsame über koordinierte angriffe da in den strafraum zu kommen dann zum abschluss zu kommen und umut wird halt warten hartmann kommt nicht dran kommt nicht durch 22 e-sport lang keiner dieses spiel verlieren im gegenteil man will es unbedingt gewinnen und dementsprechend werden beide sehr fokussiert agieren guter langer ball jetzt mal von cihan hier auf schick und er verarbeitet den auch gut aber im rückraum fehlt eine anspielstation jetzt kommt da noch einer nach aber er muss trotzdem auch so auf den außenverteidiger halstenberg wieder zurück kuku kampel schönes kombinationsspiel pausen und gutes ding schön gemacht nimmt ihn ein bisschen aus der drehung damit ist die ausrichtung nicht perfekt aber eine gute erste möglichkeit hier für cihan dutziak noch mal zurück wieder dutziak findet fein und er sucht da die option da kommt er nicht richtig durch aber er sucht und sucht und dann kommt er hier mit kittel mit sony kittel der übrigens gleich normal ran muss gegen mukjele dementsprechend wird er hier um und natürlich die daumen drücken kampel und hätte sich sicher gefreut wenn er hier das 1 zu 0 gemacht hätte auf der anderen seite der dann für leipzig auf dem platz muss die 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 zurück zurück machen das sind so die kleinen aber feinen unterschiede natürlich haben wir vorhin gesehen megabit der immer wieder räume bekommen hat und die 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 und die 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 reingekriegt hat, aber es wird ihm am Ende wahrscheinlich egal sein, wenn Hartmann hier nicht wieder ausgleicht. Gian mit dem Angriff. Kampel, wieder Hartmann und dann ist Fein da. Und so gehen wir in die Halbzeit. Eieiei, die Schlussphase dieser Halbzeit, die hatte das nochmal richtig in sich. Tolle Partie, wenn es so weitergeht. Den ersten Treffer haben wir. Erst scheitert Sonny Kittel und dann ist aber Harnik da und macht es besser. Out das Ding rein zum 0 zu 1. Und jetzt die Hamburger, jetzt Umut von links nach rechts. Und Gian mit Leipzig von rechts nach links. Guter langer Ball. Will er unbedingt behaupten, aber stark nachgesetzt hier auf dem Flügel. Kuku. Auf Klostermann. Da kommt er nicht durch, da muss er mehr machen. Chial hat einen sehr guten Start bis zu diesem bis zu dieser Schlussphase in Halbzeit 1. Hat er das Spiel unter Kontrolle. Jetzt binden sich so kleine Fehlpässe ein, die dann genau das Spiel von Umut fördern. Nämlich dann schnell die Konter anzusetzen. Schick. Übrigens muss ich gerade mal sagen, das ist ganz frech. Ich sehe gar nicht Mokele auf dem Platz. Das sollte Mokele vielleicht mal bei Chihan durchrufen und ihm mal fragen, was er sich da hat einfallen lassen. Hartmann. Ach, da kann man natürlich jeden reinstellen. Hartmann. Kampel auf Schick. Jetzt ist Chihan wieder da mit seiner Dominanz, mit dem Versuch in den Strafraum zu kommen. Guter Seitenwechsel. Gut befreit. Da hat er auf dem Flügel den Ball erobert und dann wird Chihan natürlich gleich draufdrücken und das löst hier Umut richtig gut. Kommt jetzt über die andere Seite, muss allerdings gegen Klostermann. macht das auch wieder gut. Dudziak. In der Mitte wäre Harnik, der Torschütze zum 1 zu 0 beziehungsweise 0 zu 1. Kittel setzt nach. Stark gemacht. Halbzeit 2 ist deutlich ausgeglichener. Da ist deutlich mehr Mut auf Seiten von Umut. der versucht jetzt auch vorne so ein bisschen den Chihan einzuschnüren und der hat Schwierigkeit, sein dominantes Spiel hier auf den Platz zu bringen. Seit, vor allen Dingen seit dem Gegentreffer. Na klar, und die Tore verändern auch die Spielidee, denn man weiß, hey, ich führe 1 zu 0, ich kann jetzt mit etwas mehr Mut nach vorne gehen. Und vielleicht noch eine bessere Ausgangssituation für Sonny Kittel besorgen. Auf der anderen Seite wird Chihan mit Sicherheit für Mugeli ein besseres Ergebnis rausarbeiten möchte. Aber erst mal wieder Umut. Allerdings kommt der zweite Mann aus dem Abseits. und jetzt geht es ins Pausenmenü und eben in eine Formationsänderung. Chihan geht in ein 4-4-2. Da sehen wir Mugeli auf der Bank. Er ist als Innenverteidiger gesiedet. Das könnte natürlich der Grund sein, dass Mugeli vielleicht ein Tucken kleiner ist als Upamecano und Kunate. Deshalb muss er leider auf der Bank platzen. Ich bin gespannt, ob Mugeli sich selbst aufstellt. Die meisten tun das, aber da ist vielleicht dann der kompetitive Gedanke auch bei manchen Größen. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht Chihan gesagt, hey, pass auf, ich stelle dich nicht auf, weil vielleicht folgt dann auch Mugeli dem Rat und lässt sich erst mal auf der Bank. Das wird er natürlich nicht hören wollen. 18 Bundesliga-Einsätze hat er in dieser Saison und hat drei Tore und zwei Torvorlagen gemacht. Mit Sicherheit müssen wir was machen. Auf dem reellen Fußballplatz übrigens mehr über die Außen zu sehen, der Mugeli. hier wie gesagt eben als Innenverteidiger im Spiel angelegt und das ändert gerade im 85er-Monus natürlich seine Werte, was auch Geschwindigkeit, Passgenauigkeit etc. angeht. Paulsen, 15 Minuten noch. Was lässt sich Gianni hier noch einfallen? 15 Minuten noch, um hier das Ergebnis gleich zu ziehen. Auf Paulsen! Und was für ein Ding! Und da freut er sich. Na klar, wie nochmal abgeklatscht mit seinem Nebenmann, der auch immer ihn da unterstützt in der aktuellen Situation. Den nimmt er mit. 1-1-Ausgleich und Umut ärgert sich. So ein gutes Spiel bis hierhin, vor allen Dingen in Halbzeit 2 und das ist so ein bisschen der Unterschied. In Halbzeit 1 hatte eigentlich Gian alles unter Kontrolle, Umut kam und machte das 1-0. Hier muss man sagen, hat Umut etwas besser performt in Halbzeit 2 und dann kommt Gian mit Pausen. Aber noch haben wir 12 Minuten und das könnte noch mal eine spannende Schlussphase werden. Denn jetzt wird natürlich noch mal versucht, hier irgendwie den Sieg mitzunehmen und für seinen Mitstreiter hier das Ding noch mal etwas besser zu gestalten. Erstmal Umut über Dudziak. Kittel, Dudziak, nochmal Kittel, Doppelpass und Doppelpass, aber irgendwie muss er halt in den gefährlichen Raum. Hier kommt er nicht durch und jetzt Ballbesitz Gian, sieben Minuten noch. Timo Werner mit einem guten langen Ball auf Schick. Schick macht das klasse, nimmt hinten wieder Timo Werner mit und der will dann unbedingt irgendwie an Feind vorbei, aber das ist zu einfach. Das war zu einfach. noch mal die Hamburger, noch mal Umut. Nochmal im Flügelwechsel. Auch das eine Situation jetzt, die sehen wir auch gerne auf Events, auf E-Sport-Turnieren im Bereich FIFA 20. Man weiß genau, die Zeit wird eng. Man hat noch zwei Ingame-Minuten plus gegebenenfalls Nachspielzeit und dann ist der beste Weg, sich den letzten Angriff so lange aufzusparen, dass man volles Risiko gehen kann, ohne Gefahr zu laufen, einen Konter zu kassieren und das sieht man hier eben gerade bei Umut. Der lässt sich sehr viel Zeit für diesen letzten Angriff, verliert ihn jetzt aber in einer unglücklichen Situation und genau das will man damit eigentlich verhindern. Gian könnte nochmal einen langen Ball schlagen, muss jetzt aber. Der kommt nicht gut und jetzt sind zwei Minuten um und das sollte auch beim 1 zu 1 bleiben. Jawohl, bleibt es und ich denke insgesamt geht das absolut in Ordnung und jetzt werden Mugiele und Kittel darum kämpfen müssen hier drei Punkte für sich zu beanspruchen. Trotzdem tolle Partie mit guten Ansätzen in der Offensive nochmal zwei Vollprofis im Bereich E-Sports. Da ist es nicht so einfach und wir sehen auch Gian, der dann auch immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat und sich nochmal freut darüber, dass er den späten Ausgleich gemacht hat, nachdem er eben das späte 1 zu 0 in Halbzeit 1 bekommen hat. Hier sehen wir nochmal die Möglichkeit von Paulsen kurz und dann geht's gleich los. Da sehen wir das Ergebnis, zumindest vom jetzigen Spielstand. Das Spiel 2 werden wir gleich nochmal für euch parat haben. Nordi Mugiele gegen Sonny Kittel die zwei Fußballprofis. Nordi Mugiele Außenverteidiger und Flügelspieler 22 Jahre jung, hatte ich gerade hingegen auch schon mal gesagt, 18 Bundesliga Einsätze, jetzt drei Tore, zwei Torvorlagen gemacht und Kittel zentraler Mittelfeldspieler auch als Flügelspieler einsetzbar, ein paar Jährchen älter, 27, 24 Bundesliga Einsätze in Liga 2 gehabt in diesem Jahr, elf Tore, vier Torvorlagen, also der weiß, wo das Tor steht und ich hoffe, dass er genau diese Einstellung, also diesen Torhunger auch in FIFA 20 mitbringen kann und dann werden wir hier nochmal ein sehr interessantes und hoffentlich torreiches Spiel sehen. Das letzte Duell, hatte ich auch vorhin schon mal erwähnt, gab es zwischen den beiden Vereinen im April 2019, damals im DFB-Pokal, hieß es 3 zu 1 für Leipzig in der aktuellen Virtual-Bundesliga-Saison gab es den Sieg für die Hamburger 3 zu 6, also digital momentan die Hamburger an der Nase vorn, was das letzte Duell angeht, reell momentan die Leipziger die Nase vorn, aber jetzt ist ein neuer Spieltag und dementsprechend können die Jungs hier gleich ein bisschen was gerade ziehen. Auch hier wieder die Situation, hier auch wieder die Situation, ich kann ganz schlecht sagen, wer mehr FIFA spielt, wer weniger FIFA spielt, sie müssen sich gleich beweisen. Ich habe sie noch nicht spielen gesehen, aber die Vereine werden sie ja auch auf den Platz schicken, weil sie eventuell sagen, hey, ich kann das, ich möchte das und wir haben auch schon den einen oder anderen Namen gehört, der tatsächlich einiges an Siegen, vor allen Dingen auch in der Weekend liegt, das ist ja immer das Maßstab, woran man sich dann misst, eben irgendwie ranholt. Ich habe leider von den Jungs jetzt gerade noch keine Weekend Liga Ergebnisse, das wäre mal fürs nächste Mal, falls es war, ein nächstes Mal gibt es eine gute Option zu sagen, hey, wer holt denn eigentlich wie viele Siege, um dann einschätzen zu können, okay, wer steht sich denn wie gegenüber, die, die sich auskennen wissen, 30 Spiele werden am Wochenende gespielt oder können am Wochenende gespielt werden und wenn man alle 30 durchzieht, umso mehr man davon gewinnt, umso höher wird man eben gerankt und nachher am Ende des Wochenendes auch belohnt von EA Sports mit eben in diesem Champions-Monus. Um das Ganze jetzt auszuweiten, wäre es ein bisschen lang, aber um euch das mal klar zu machen, es ist wie eine kleine Liga, man absolviert 30 Spiele beziehungsweise so viele, wie man Zeit hat und umso mehr man davon gewinnt, umso besser wird man am Ende belohnt. 27 Siege muss man hitten einmal an so einem Wochenende um von EA Sports als E-Sport-Spieler in Anführungsstrichen anerkannt zu werden, um da an den offiziellen Events teilzunehmen und das schafft auch der eine oder andere Fußballprofi und da wäre es wirklich mal interessant zu sehen, wer tatsächlich das Ganze schafft. Ich schaue oft da rein, aber man weiß ja auch nie, was für Gamertags sie verwenden und da tummeln sich sehr viele Namen, die einem zum Teil halt auch nichts sagen und auch von Spielern, die schon mal 30 Siege komplett geholt haben, über so ein Wochenende habe ich schon gehört, von Fußballprofis dementsprechend, könnte sehr, sehr interessant werden. Was kommt noch auf uns zu am heutigen Tage? Wir haben jetzt natürlich gleich das Rückspiel Leipzig gegen Hamburg, aber wir haben dann im Anschluss noch mal Union Berlin gegen Jan Regensburg, Aminia Bielefeld gegen Holstein Kiel, der SC Freiburg trifft auf den SVW in Wiesbaden und Darmstadt auf Bayer 04 Leverkusen und da habe ich schon gesagt, auch da haben wir sehr interessante Partien, wir haben Liga-interne Partien, wie eben Aminia gegen Kiel, die auch schon in der zweiten Bundesliga aufeinander getroffen sind, wir haben aber auch Partien, ich hatte vorhin gesagt, 2019, April 2019 sind die beiden hier aufeinander getroffen, also Leipzig und Hamburg, aber wir haben auch Partien, die sind das letzte Mal entstanden im Jahr 2009, zum Beispiel Freiburg gegen Wien Wiesbaden und dann haben wir auch ganz unterschiedliche Charaktere, die aufeinander treffen, wie zum Beispiel Union Berlin gegen Regensburg, die haben noch gar nichts mit diesem Bereich E-Sports digital zu tun gehabt, keine Virtual Bundesliga Club Championship, nichts dabei, vielleicht die erste Erfahrung, zumindest von der, die ich höre, nichts Großes im Bereich E-Sport, wo sie namentlich aufgetaucht sind, aber hier für sie eine Chance, sich mal zu beweisen und komplett ohne E-Sportler aufzutauchen, also die beiden tatsächlich komplett ohne E-Sportler, dann haben wir aber auch Duelle, die gab es auch schon in der Virtual Bundesliga Club Championship, wir haben auch hier ein E-Sportler-Duell gehabt, allerdings hatte ich gesagt, Umut war nicht im Kader bei Hamburg für die Club Championship, auf der anderen Seite bei Darmstadt gegen Leverkusen, da treffen Gotzeri und Deto aufeinander, also der Yannick und der Kai und die haben schon gegeneinander gespielt in der Club Championship, auch das wird eine sehr interessante Partie, außerdem haben wir heute schon gesehen, die Spiele Werder Bremen gegen Nürnberg, da haben wir auch den amtierenden Meister gehabt, der Virtual Bundesliga Club Championship Werder Bremen und eben als E-Sportler dort dabei gewesen, der Michael Bittner. Ansonsten hatten wir gestern natürlich auch Programm, wir hatten Fürth gegen Hoffenheim, da ging es 2 zu 3 aus, Hertha gegen Paderborn, das Gesamtergebnis 6 zu 3, Mainz gegen Borussia Dortmund, das war das einzige Unentschieden des gestrigen Tages, 3 zu 3, Pauli gegen Schalke 1 zu 4, Köln gegen Stuttgart 5 zu 3, außerdem Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 8 und Augsburg gegen Hannover 2 zu 1. Das sind die Spiele, die wir gestern gesehen haben, aber jetzt haben wir erstmal hier noch ein Spiel zwischen Leipzig und Hamburg, das Vorgegangene habt ihr gesehen, 1 zu 1 zwischen Gian und Umut und jetzt eben die Partie zwischen Mukiele und Kittel, zwischen den zwei Fußballprofis, da nochmal, das sind immer die Spiele für mich, für mich persönlich, die ich kaum einschätzen kann und wo ich wirklich gespannt bin, wie die zwei sich schlagen, wie sie sich hier auf dem virtuellen Rasen präsentieren, nochmal, Sonny Kittel weiß, wo das Tor steht, 11 Tore in 24 Bundesliga einsetzen der zweiten Bundesliga, 4 Torvorlagen, der weiß, wie man das macht, ist die Frage, kann der das auch am Controller, kann der das auch am Controller, ja, natürlich, Mukiele, Außenverteidiger, allerdings auch noch ein Tucken jünger, man sagt ja immer so schön im E-Sport, umso jünger, umso besser für dich, was die Reaktionszeiten angeht, auf der anderen Seite vielleicht auch Erfahrung, also Mukiele 22, Kittel 27, Kittel ist jetzt, ich will nicht sagen alt, aber E-Sport, würde man bei Deto auch schon sagen, ein Wunder, dass der überhaupt dabei ist, der Kollege auch schon mittlerweile über 30, aber macht trotzdem sehr, 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 sehr gute, bringt sehr, sehr gute Leistung, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren immer wieder auch international für Furore gesorgt, der Kollege, und da ist dann eben das Wort Erfahrung, das man immer so schön benutzt, und da hat der gute Sonny Kittel eben fünf Jahre mehr auf dem Buckel, und das wird spannend, das wird nochmal, alles, alles Daten, die auf dem reellen Fußballplatz sind, die zählen gleich, wenn hier der Anpfiff fällt, alle nicht mehr, denn sie müssen das Ganze jetzt hier am Controller lösen, sie müssen auch alle elf steuern und sind nicht nur für sich selbst verantwortlich, und wenn ihr gerne mitdiskutieren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf euren Social, auf den Social Media Kanälen, einfach den Hashtag Bundesliga Home Challenge verwenden und mitdiskutieren zum Thema, wie ihr das Ganze findet, was ihr verbessern würdet, und so weiter, und so weiter, wen ihr gerne sehen wollt, als nächstes vielleicht, wenn es ein nächstes Mal gibt, welchen Profi würdet ihr gerne am Controller sehen, das ist auch eine sehr interessante Frage, das dürft ihr gerne tun, einfach auf den Socials den Hashtag Bundesliga Home Challenge verwenden, aber wir wollen jetzt mal rein hier ins Game, let's go Jungs, lasst uns nochmal Gameplay sehen hier. Ja, auch die Hamburger müssten auch schon fertig sein, das heißt, Mugiele ist da noch zu Gange, da muss noch alles vernünftig eingestellt werden, und auch das sage ich immer und immer wieder, die Jungs warten natürlich auf das Go, das ist nicht so einfach, weil wir sind ja alle von zu Hause, auch ich bin zu Hause, jeder der Spieler ist zu Hause, denn genau das ist nämlich das Thema Home Challenge, wir bleiben zu Hause und wir gamen, ja, und das solltet ihr alle tun, zu Hause bleiben, bleibt gesund, und jetzt haben wir mal rein ins Spiel, ich reibe mir die Hände ein Leckerbissen, wir haben schon ins Spiel 1 ein wahnsinnig gutes Spiel gesehen zwischen Bremen und Nürnberg, das war richtig gut, und jetzt bin ich gespannt, ob auch die zwei uns hier so ein Spektakel bringen können, wie eben vorher die Jungs Maximilian Eggestein und Tim Handwerker sowie Michael Bittner und Felix Schimmel, da gab es ja ein 3 zu 1 für Megabit und im Anschluss dann ein 1 zu 3 für Tim Handwerker, der die Nürnberger zum Sieg schoss, jetzt ist die Ausgangssituation eine etwas andere, Gian und Umu trennten sich 1 zu 1, das heißt hier für die beiden, die können oder haben hier alles von Beginn an selber in der Hand, ob hier Leipzig als Sieger am Ende rausgeht oder eben die Hamburger, da ist Upamecano und Kunate, jetzt sehe ich gerade in der Innenverteidigung hat sich Mokel zumindest mal nicht aufgestellt, das war genau dieser Gedanke, also normal stellen die Profis sich natürlich immer selbst auf, aber hier ist vielleicht auch der kompetitive Gedanke dabei, sei denn er hat sich trotzdem, trotz aller Werte irgendwie auf den Flügel gestellt, das ist hier die Frage, oder sagt er mir ist der kompetitive Gedanke wichtiger als mein eigener Name auf dem Platz und dementsprechend lasse ich meine Innenverteidiger Kollegen da ran. Erstmal die Hamburger mit dem Angriff. Erstmal Kittel überfein mit der Schussantäuschung und das ist gut verteidigt. Schick auf Klostermann, gut durchkombiniert, nochmal Klostermann und im Rückraum wäre eine Anspielstation, er versucht es in Richtung Strafraum. Ist vielleicht nicht die beste Option gewesen, aber erstmal ein guter und solider Angriff. der Ball kommt sehr steil und da kommt er nicht dran vorbei. Viertelstunde, beide mit etwas Vorsicht, gerne die langen Bälle. Navica. Und Kuku versucht mal den Ball auf den Flügel zu bringen auf Klostermann, aber der kommt nicht weit genug. Harnik, klasse Dragbag. Also das haben sie schon mal drauf, das ist schon mal gut. Wir sehen die ersten kleinen Skills, die Dragbags, die Ballrollen und na klar die schönen Paschstafetten, aber jetzt müssen sie halt auch mal in den Strafraum. Harnik, der kommt gut, der kommt richtig gut und den muss er machen und den macht er auf. Und das 0 zu 1 für Sonny Kittel und der, habe ich vorher gesagt, weiß, wo das Tor steht. Und nicht nur Tore schießen, auch Torvorlagen und das geht im digitalen Bereich beides einher. Den hat er klasse gemacht, den Chip da richtig schön, lässt sich viel Zeit, lässt sich da nicht beirren, nimmt ihn nicht direkt und verwandelt zum 0 zu 1. Klasse gemacht. Im Stile eines 1A Stürmers. Meccano. Und jetzt ist hier Mokele gefragt. Und er kommt über Schick. Hört die Frage. Wenn Sonny Kittel so gut verteidigt, wie er gerade angegriffen hat, dann könnte das eine ganz schwere Angelegenheit werden hier. Mokele, Dudziak. Fein, guter Dragbag, sucht jetzt wieder die Lücke. Das hat er vorhin schon sehr gut gemacht, hat sich sehr viel Zeit in seinem Angriff gelassen und dann eben diesen gechippten Ball vorne in die Spitze im perfekten Moment. Der kommt gut. Kittel ist halt auf dem Platz. Wie gesagt, Mokele habe ich jetzt noch nicht auf dem Platz gesehen, aber ich hatte das auch schon vermutet, nachdem ich gesehen hatte, dass Mokele hier als Innenverteidiger gesiedelt ist. Das Dacian, den ich aufgestellt habe, vermutlich aufgrund der Größen. Das ist ja einer der größten Unterschiede. Nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Der Sonny Kittel und da ist er ganz, ganz stark drin. Im Spielaufbau. Das gefällt mir richtig gut, was er da treibt. Lässt sich sehr viel Zeit, das sieht dann unscheinbar aus und plötzlich hat er sich in diesen Raum gespielt, wo er die Möglichkeit hat, auch mal einen aus der zweiten Reihe zu bringen. Vorhin das Ding perfekt reingeschippt, das war wunderschön gemacht. Das muss man sagen, das ist bisher vielleicht das Tor. Viele Spiele haben wir natürlich noch nicht gesehen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich erinnere noch mal, im Anschluss Union Berlin gegen Regensburg, Bielefeld gegen Kiel, Freiburg gegen Wehen, Wiesbaden und dann nochmal Darmstadt gegen Leverkusen. Aber das war bis dato vielleicht das am schönsten rausgespielt. Er hat sich, wie gesagt, sehr viel Zeit gelassen. Mal schauen, wann er die nächste Möglichkeit riecht. Mokele tut sich zum aktuellen Zeitpunkt etwas schwer, aber das liegt auch daran, dass auch die Defensive von Sonny Kittel sehr gut steht. Fein auf Kittel 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 und Gulaschi, den hat er nicht so platziert ins Eck bekommen. Gulaschi erstmal ohne Probleme. Sah schwieriger aus als es war. festhalten ist natürlich schwer in dem Moment, weil er kommt mit Wucht. Gulaschi macht das, was er soll. So ein Ding parierter. Sabica auf Upamecano Konate. Ah, den kriegt er wieder nicht durch. Und jetzt, glaube ich, ist es diese Haltung. Von der hatte ich gestern schon gesprochen. diese Kämpferhaltung, sich die Ellenbogen auf die Knie pressen, aber erstmal wieder Kittel mit der Möglichkeit, allerdings mit einem angechippten Ball, so ein Kopfballduell zu gewinnen, ist schwierig. Er ist noch nicht so zufrieden, der Mokeele mit seiner Leistung, zumindest was der Gesichtsausdruck sagt, wenn ich das mal hier aus der Ferne lesen darf. Zwei Minuten Nachspielzeit in Halbzeit eins. Bei Kittel merkt man, dass er das Spiel schon etwas öfter spielt und es macht er richtig gut. Aber es gönnt ihm nicht sein Treffer. auch abseits, aber trotzdem hätte er den wahrscheinlich gerne in den Maschen gesehen. Da wird er sich sagen, Mensch, den mache ich doch von 0 zu 1. Mokeele muss schauen, wo er bleibt. Momentan fehlen ihm die Torabschlüsse. Schwimmt ein wenig in der Defensive. Die Frage, was macht er? Kittel erstmal ohne Änderungen. Der bleibt bei seinen taktischen Einstellungen, aber bei Mokeele hat man das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen was verändern will. Na klar, er muss 45 Minuten noch, er liegt 1-0 hinten, muss aber den Kopf nicht in den Sand stecken, das lag Gian auch und hat dann am Ende ausgeglichen, also von dem her alles noch offen. Ein Treffer ist in 45 Minuten immer möglich und im besten Fall kannst du sogar das Ding noch drehen. Aber er muss offensiver werden, also nur hinten darauf warten, dass Kittel da seine Angriffe fährt und selber vorne nicht genug drauf kriegen, Druck drauf kriegen, dann geht das hier erstmal nichts. Fein, Harnik, der sieht gut aus, Kitte und dann Gulaschi. er kriegt ihn nicht über die Linie. Na klar war da ein bisschen Distanz und Gulaschi ist groß und kann sich lang machen und holt das Ding damit. Danke kommt und auch hier Gulaschi wieder wieder da. Nochmal Eckball. Kurz gespielt, wieder in Rückraum, das ist dann so die Variante, die auch die E-Sportler gerne an den Tag legen. Flanken, das habe ich auch glaube ich schon das ein oder andere Mal heute erwähnt oder auch gestern, ist nicht das Mittel in FIFA 20 um zum Torerfolg zu kommen. Es ist ganz schwer eine Flanke zu verarbeiten, so wollte ich sagen, sie direkt aufs Tor zu bringen, erst recht, wenn ein Verteidiger dran ist. Dann erstmal dieses Duell gewinnen und dann eben in dieser Drucksituation den Ball aufs Tor zu kriegen. Es ist ganz ganz schwer, dementsprechend eher seltener als Mittel gewählt in diesem FIFA-Teil. Nichtsdestotrotz kann man so einen auch mal versenken und deshalb auch der Versuch hier vom Kittel den Ball mal nach hinten rüber zu chippen. Im FIFA 19 war das eher möglich, da hat man das ganz gerne gemacht, weil große Kopfball starke Spieler vor allen Dingen auch im 85er-Modus und da muss man sagen, den spielen wir ja für diejenigen, die gerade eingeschaltet haben und sich denken, okay, ist Hamburg vielleicht etwas schwächer als Leipzig? Ist es ein Nachteil? Nein, ist es nicht, denn man hat im 85er-Modus alle Werte angeglichen. Das Einzige, wo es sich unterscheidet, ist halt positionsbedingt. Natürlich muss ein Verteidiger nicht den wahnsinnigen Abschluss haben und ein Stürmer nicht unbedingt die krassesten Defensivwerte. Das ist also individuell etwas angepasst auf die jeweilige Formation, aber ein Stürmer im 85er-Modus, ob er jetzt bei Leipzig oder bei Hamburg spielt, hat die gleichen Werte, genauso wie eben die Innenverteidiger. Und da geht es dann nur noch ein bisschen um das Spielermodel, heißt also um die Größe und eben darum, dass man vielleicht einen etwas stärkeren, schwachen Fuß hat oder einen etwas schwächeren, schwachen Fuß. Das ist zu beachten. Ansonsten ist eben alles gleich. Und in FIFA 19 wurden gerne große Spieler gewählt vorne in der Offensive, weil man eben genau das konnte. Man konnte Flanken schlagen und Kopfbälle reinbringen. Und in FIFA 20 ist es so, dass man das nicht mehr so gut kann und deshalb nimmt man eher kleine, wendigere Stürmerklasse gespielt. Timo Werner und Fernandes richtig gut gemacht jetzt hier von Mugiele. Lange Zeit war nicht so viel zu sehen und plötzlich kickt er ihn da vollkommen blank in den Strafraum, aber nicht ins Tor. Vielleicht jetzt mal per Kopf. Kunaté kriegt ihn aber nicht in Richtung Tor. Ist ein Verteidiger zwischen. Upamecano. Gut 22 Minuten. Klostermann. Auf Sabitzer, der muss hier gegen den Außenverteil der kommt da nicht durch. Fein, Jung. Erst mal wieder Kittel auf dem Weg nach vorne mit den Hamburgern. Kittel hat benutzt deutlich mehr diese kleinen Tricks. Dragbacks, die Ballrollen, die Schussantäuschung. Schussantäuschung, um stehen zu bleiben. Hier verhaut er den mal, aber nichtsdestotrotz sehr mutig, sehr gut, sehr individuell. Mokele beschränkt sich ein wenig auf die Basics, die Passstaffetten und versuchen den Gegner eben mit ganz normalen Dribblings dann stehen zu lassen. jetzt mal Platz, die Gretchen kommt nicht gut. hat Glück, dass er ihn da nicht erwischt und dass Mokele den Ball da nicht irgendwie reinbekommt. 15 Minuten noch, sehr enge Partie, genauso wie es vorher auch zwischen Cihan und Umut war. Gespannt, ob hier noch ein Trefferchen fällt. Das könnte, wenn Mokele hier sich da vorne rein spielt, nochmal. mit einem 1 zu 1 enden, das erste Unentschieden des Tages sein. Gestern hatten wir ein einziges Unentschieden und das war zwischen Mainz und Borussia Dortmund 3 zu 3. Hier mal eine Partie, die nicht so torreich ist. Vorher hatten wir eine sehr torreiche Partie zwischen Bremen und Nürnberg. Da ging es aus 3 zu 4. Hier jetzt mal eine Partie, die nicht so torreich ist. Das ist eben auch Fußball. Acht Minuten noch, Kittel. Komm nochmal, einer darf noch einen machen. Acht Minuten, Forsberg. Und Mokele muss, wenn der jetzt hier nochmal einen Punkt holen will für seinen Leipziger, dann muss er jetzt ein bisschen mehr riskieren. Was wir auch wenig sehen in dieser Partie sind taktische Einstellungen. Das allerdings auf beiden Seiten. Das heißt, man geht hier eigentlich so ziemlich genau mit derselben taktischen Einstellungen die 90 Minuten über, wie man begonnen hat. Bei Mokele kann ich es nicht genau sagen. Es könnte sein, dass er es in der Halbzeit irgendwie noch ein bisschen angepasst hat. Hier allerdings nicht. Also nicht während der Partie nochmal. Aber Kittel nimmt jetzt mal das Pause. Jetzt ist die Frage, ist es vielleicht schon zu spät? Der führt ja noch 1 zu 0. Vielleicht will er auch die letzten Minuten nochmal dicht machen. Das kann auch sein. 2 Minuten noch. Erstmal, das habe ich vorhin bei Umut auch gesagt. Diese letzten Minuten, die spielt man dann gerne mal so aus, dass der Gegner nicht mehr an den Ball kommt. Das gelingt Kittel hier jetzt gerade nicht. Und damit bekommt Mokele noch vermutlich den letzten Angriff. 2 Minuten Nachspielzeit. Er muss jetzt natürlich nach vorne spielen. Jetzt darf er den Ball nicht zu lange im Halbfeld halten. Sondern er muss schon auch ein bisschen den Ball nach vorne treiben. Und jetzt hat er den Ball verloren. Und 2 Minuten sind um. Und dann gibt es hier den Schlusspfiff. 0 zu 1. Sonny Kittel, hatte ich vorhin gesagt, weiß, wie Tore schießen geht. 24 Bundesliga-Einsätze, 11 Tore. Und hier hat er es auch gepackt, den Treffer gemacht. Mokele Kain. Das vorhergegangene Spiel zwischen Tian und Umut ging 1 zu 1 aus. Und vielleicht sehen wir gleich nochmal das Tor. Denn es war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Vielleicht das schönste Tor, das wir bis hierhin gesehen haben. Wenn ihr derselben Meinung seid und ihr wollt mir das gerne mitteilen benutzt, einfach gerne den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge auf den Social-Media-Kanälen und teilt mir mit, welches Tor euch bis jetzt am besten gefallen hat. Vielleicht auch gerne mit einem kleinen GIF oder Ähnlichem. Hier das Gesamtergebnis. Sonny Kittel gewinnt mit 0 zu 1 gegen Mokele. Tian und Umut trennen sich mit 1 zu 1. Und dementsprechend gewinnt der Hamburger SV hier gegen Leipzig insgesamt mit 1 zu 2. Das also die Partie Nummer 2 am heutigen Tag. Wir haben natürlich noch weitere Spiele für euch im Programm. Und zwar werden wir gleich sehen. Union Berlin gegen Jan Regensburg. Amir Bielefeld gegen Holstein Kiel. SC Freiburg gegen Wehen Wiesbaden. SV Darmstadt 98 gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir haben jetzt die Partie Union Berlin gegen Jan Regensburg. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt eine Partie, da gibt es noch gar keine Beteiligung an E-Sportlern. Vielleicht auch gar nicht. Und das ist eben genau diese Partie. Union Berlin gegen Jan Regensburg. Noch weder Virtual Bundesliga Club Championship, noch irgendwas, was mir persönlich zu Ohren gekommen ist. Vielleicht mal ein kleines Turnier ausgerichtet, das ich jetzt persönlich nicht mitbekommen habe. Aber beide laufen auf mit Fußballprofis. Wir haben im Kader von Union Berlin den Jula Skade und Kevin Schlotterbeck. Bei SSV Jan Regensburg läuft auf. Frederico Palacios und Tom Bach. Tom Bach übrigens trainiert worden von Xander, E-Sport-Profi beim VfL Bochum. Er hatte mir vorher ganz kurz geschrieben, er sagt, es gibt Straftraining bei einer Niederlage für Tom Bach. Also ich möchte ja nichts herausrufen, aber es ist eine Ansage. Es ist eine Ansage vom Coach Xander. Dementsprechend muss hier Tom Bach dann aufpassen. Der muss allerdings erst in der zweiten Runde ran. Erstmal Julius Kade gegen Frederico Palacios. Und ich sehe auch, die beiden sind schon drin und machen ihre Aufstellungen. Das letzte Duell der beiden übrigens war im April 2019. Und da gab es ein 2 zu 2, also auf dem reellen Rasen. Wir haben bei Julius Kade noch kein Ansatz. Da haben wir übrigens die Ergebnisse aus der letzten Woche, hätte ich schon fast gesagt, von gestern. Und gestern gab es, nee, Entschuldigung, von heute, mein Fehler. Heute haben wir die Ergebnisse gehabt, schon 4 zu 5 zwischen Werder Bremen und Nürnberg. Eine richtig, richtig tolle Partie. Erst der dreien Sieg vom E-Sportler Megabit gegen den Kollegen Felix Schimmel. Und dann Maximilian Eggestein, der gegen Tim Handwerker gespielt hat und das Spiel verloren hat mit 1 zu 4. Endergebnis 4 zu 5. Also Nürnberger im zweiten Spiel im Hintertreffen am Ende das Ding. Dennoch gewonnen, dann haben wir Leipzig gegen Hamburg. Das erste Spiel zwischen den beiden E-Sportlern mit 1 zu 1 und das zwischen den Profis mit 0 zu 1 und dementsprechend Gesamtergebnis 1 zu 2. Jetzt gleich sehen wir nochmal Union Berlin gegen Regensburg, Bielefeld eben gegen Holstein Kiel, Freiburg gegen Wien-Wiesbaden und Darmstadt 98 gegen Leverkusen. Und jetzt als allererstes Julius Kade gegen Frederico Palacius. Da hatte ich nochmal gesagt, beide keine Virtual-Bundesliga-Erfahrung. Das heißt, alles Spieler, Profispieler. Julius Kade, 20 Jahre jung, Frederico Palacius 24. Beide mit Offensiverfahrung. Julius Kade mehr so im offensiven Mittelfeld zu finden. Frederico Palacius Mittelstürmer, auch mal auf den Flügeln und im zentraloffensiven Mittelfeld, neun Bundesliga-Einsätze in der zweiten Bundesliga und aktuell ein Tor bei Julius Kade. Aktuell noch ohne Einsatz. Also Julius Kade gegen Frederico Palacius. Das sind so Spiele, wo man wirklich gerade kaum abschätzen kann, was tatsächlich hier auf uns zukommt. Ja, nochmal. Ich habe noch nicht gehört, dass Union Berlin oder Regensburg im E-Sport tätig geworden sind. Und das wird spannend. Im April 2019 gab es das letzte Aufeinandertreffen der beiden. Da ging das Ergebnis 2 zu 2 aus, auf dem reellen Rasen. Das ist die Frage, was passiert hier auf dem virtuellen Rasen? Auch zwischen Kevin Schlotterbeck und Tom Buck. Nochmal Tom Buck, da muss man ihn jetzt, ich möchte ihn ja nicht unter Druck setzen, aber ich muss ihn jetzt unter Druck setzen, nachdem ich weiß, dass er mit Xander trainieren durfte. Und da würde ich gerne dann auch ein Video sehen, wie das Straftraining aussieht, wenn es denn am Ende zu einer Niederlage von Tom Buck kommen sollte. Aber erstmal konzentrieren wir uns hier auf diese Partie zwischen Julius Kade und Frederico Palacius. Da sehen wir noch, dass Frederico die ein oder andere Einstellung machen muss, vielleicht auch erstmal reinkonnecten muss. Das wird wahrscheinlich das blaue Bildschirm gewesen sein, den wir gesehen haben. Auch hier nochmal der Hinweis, alle von zu Hause, ja, ich von zu Hause, die Spieler von zu Hause, alles wird von zu Hause geregelt. Dementsprechend kann das schon mal sein. Erstmal hat man nicht die Möglichkeit, ihm direkt unter die Arme zu greifen, sondern man muss hier dann vielleicht auch mal den Weg über das Telefon machen oder ähnliches. Und dann muss man halt auch schauen, wenn so kleine Verbindungsprobleme auftreten. Also alles schon gehabt. Ich glaube, jeder, der schon mal diese Konsole angeschmissen hat, weiß genau, dass man da immer mal wieder eine Kleinigkeit zwischen hat. Und deshalb kann es halt ein bisschen dauern, bis wir pünktlich den Anstoß haben. Aber wir sehen es, die Jungs sind bereit. Die haben Lust. Momentane Platzierung übrigens. Union Berlin, Platz 11 in der 1. Bundesliga, 30 Punkte gesammelt. Während Jan Regensburg in der 2. Bundesliga Platz 10 belegt, 32 Punkte auf dem Konto hat. Das so die Stände. Aktuell zum 25. Spieltag. Beide werden natürlich gleich ihre Vereine wählen. Julius wird mit Union Berlin auflaufen. Federico mit Jan Regensburg. Keiner wird hier irgendwie einen Vor- oder Nachteil haben, weil im 85er-Modus gespielt wird. Das habe ich schon das Öftere mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal. Im 85er-Modus gibt es keinen Nachteil. Sind alle Spieler auf 85 geratet. Die einzigen Unterschiede sind eben der schwache Fuß. Da gibt es nicht so gravierende Unterschiede. Dann kann man noch nach Belieben wählen, ob man lieber größere oder eher kleinere und wendigere Spieler aufstellt. Die Werte sind zwar bei den Spielern dementsprechend gleich, aber ein etwas kleinerer Spieler bewegt sich natürlich etwas wendiger als ein größerer Spieler. Deshalb nimmt man in der Regel in der Innenverteidigung immer große Spieler. Auf der anderen Seite halt auch mal kleinere Stürmer, um eben an diesen großen Kolossen-Lane-Verteidigung vorbeizukommen. Wir haben ansonsten noch, kann ich auch nochmal drauf hinweisen, gleich sehr interessante Matches. Wir haben noch Freiburg gegen Wien-Wiesbaden. Die haben das letzte Mal ein reelles Duell gehabt im Jahre 2009. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind schon ein paar Jährchen vergangen, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Und im Jahr 2020 dürfen sie das dann mal auf dem virtuellen Rasen tun. Und dann haben wir aber auch sehr erfahrene Spieler aus der Virtual Bundesliga Club Championship, die wir heute auch noch sehen werden. Und zwar Darmstadt gegen Leverkusen. Da treffen nämlich Gotzeri und Deto aufeinander im ersten Spiel. Die hatten auch schon diese Begegnung in der vergangenen Virtual Bundesliga Club Championship Saison. Wer mitdiskutieren möchte über die Social-Media-Kanäle, wer vielleicht etwas Lobenswertes sagen möchte, mit Sicherheit immer viele, oder Kritik äußern möchte, oder vielleicht, den ihr gerne sehen würdet bei einer solchen Veranstaltung von den Profis oder auch nicht, lasst uns das gerne wissen. Und zwar einfach mit dem Hashtag Bundesliga Home Challenge verwenden auf den Social-Media-Kanälen. Und dann seid ihr mit dabei in der Diskussion. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr rege teilnehmt. Und nochmal, wie gesagt, wir sind gerade, die brauchen dabei eine Connection. Das ist halt zu Hause bleiben und gamen. Für die, die gerade vielleicht reingeschaltet haben und sich fragen, was ist das eigentlich? In der aktuellen fußballfreien Zeit präsentieren wir euch die Bundesliga Home Challenge. Es ist ein Turnier mit 26 Klubs. 26 Klubs nehmen teil. Gestern haben 14 Teams gespielt, also sieben Spiele. Und wir haben heute zwölf Teams, die spielen sechs Spieltage. Zwei davon haben wir bereits durch. Wir sind jetzt im dritten Spiel. Gespielt wird FIFA 20, also digital von zu Hause. Stay home and play. Das ist unser Motto hier. Die Teams bestehen aus je zwei Mitgliedern, wobei in jedem Klub mindestens ein Fußballprofi seine Fähigkeit an der Konsole unter Beweis stellen wird. Die zweite Person kommt aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld. Da haben wir ganz verschiedene Leute gesehen. Vom E-Sportler des Vereins bis hin zu YouTubern, aber auch zu Spielern wie bei Nürnberg. Was ist Nürnberg? Jetzt muss ich mich kurz mal korrigieren. Ich glaube, in Nürnberg war es. Genau. Aus der zweiten Mannschaft. Felix Schimmel, der aus der zweiten Mannschaft kommt, also auch seine Chance hier, bekommt bei der Bundesliga Home Challenge. Gespielt wird im 85er-Modus. Den habe ich, glaube ich, gerade 500 Mal erklärt. Ich mache es aber gerne auch nochmal. Gespielt wird im sogenannten 85er-Modus garantiert, dass alle Teams dieselbe Spielstärke von 85 verfügen und alle Teams entsprechend die gleichen Siegchancen haben. Das heißt, ob ich Erstligist oder Zweitligist bin, ist hier vollkommen egal. Mein Team hat die gleiche Stärke wie das Team des Gegners. So eine Partie dauert in der Regel 25 Minuten mit Connecten, mit Spielen und so weiter. Die Begegnungen werden, es werden je zwei Begegnungen ausgetragen. In diesem Fall werden wir gleich sehen bei Union Berlin und Jan Regensburg. Julius Kade gegen Frederico Palacios und Kevin Schlotterbeck gegen Tom Buck. Das werden die zwei Partien sein. Sie werden zusammen addiert und am Ende zu einem Endergebnis. Das Ganze hat keine Wertung. Also es ist kein Ligasystem, wo wir sagen, da wird einer Erster und der andere eben nicht. Dementsprechend, es ist für uns genauso eine Spaßveranstaltung wie hoffentlich für euch. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran, das zu sehen. Auch die Profis mal, die sonst immer auf dem Rasen sind, am Controller zu sehen, wie sie sich dort schlagen. An diesem Wochenende wäre auch das Grand Final der Virtual Bundesliga gewesen im Einzel. Das ist leider aufgrund der aktuellen Situation abgesagt worden. Dementsprechend ist das hier ein schöner kleiner Ersatz, aber eben auch aktuell Fußballfreizeit, generell Sportfreizeit. Und wir freuen uns, dass wir euch dieses System hier präsentieren dürfen. Wir warten einen Moment. Ich kriege gerade die Info, dass es eben einen Moment dauern wird, dass ihr da abgeholt seid, wie weit wir stehen. Wir haben jetzt im Anschluss dann Bielefeld gegen Holstein Kiel. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte, Bielefeld gegen Holstein Kiel. Bielefeld schickt übrigens, die haben Erfahrung im Bereich E-Sport, schicken aber trotzdem zwei Fußballerbeine ins Rennen. Und zwar Andreas Vogelsammer und Marcel Hartl. Das ist sehr interessant, weil viele, die dann schon einen E-Sportler dabei haben, stecken auch einen E-Sportler mit in diesen Kader hier für die Bundesliga-Home-Challenge. Bielefeld macht das nicht. Und das Coolste daran ist, finde ich, das letzte Ergebnis in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga zwischen Amir Bielefeld und Holstein Kiel, die tatsächlich jetzt auch in derselben Liga sind. Sehr wenige Matches übrigens ligaintern, gestern als auch heute. Und das Ergebnis war 2 zu 1 für Bielefeld. Und Vogelsammer machte in der 73. Minute das 2 zu 1. Da bin ich sehr gespannt, ob er hier auch netzen kann. Insgesamt hat der Kollege 20 Bundesliga-Einsätze hinter sich in dieser Saison und 10 Tore und 5 Torvorlagen. Also man kann sagen, der weiß genauso gut wie Sonny Kittel, wo das Tor steht. Und Sonny Kittel hat seine Partie gewonnen. Das wird interessant werden. Aber auf Seiten von Holstein Kiel wird Benedroveda antreten. Und der ist nämlich seines Zeichens E-Sportler für Holstein Kiel E-Sports. Und das wird er ihm sicherlich nicht so einfach machen. Also Duelle wie diese werden interessant sein. Wir haben aber auch noch interessante Duelle eben wie zwischen zwei E-Sportlern, zwischen Koceri und Deto. Die restlichen Einzelpartien kann ich euch in der Zeit auch mal bringen. Vielleicht können wir auch in der Zeit das Ganze auch mal einblenden. Wir haben jetzt also wieder Union Berlin spielt Julius Kade gegen Federico Palacios und Kevin Schlotterbeck gegen Tom Back. Dann haben wir auf Arminia-Seiten Andreas Vogelsammer, den habe ich schon erwähnt, eben gegen Bennett Roveda. Wir haben Marcel Hartl dabei von Arminia Bielefeld gegen Dominik Schmidt von Holstein Kiel. Auf Seiten des SC Freiburg wird Marc Flecken und Nico Schlotterbeck auflaufen. Wen Wiesbaden schickt E-Sport-Profi Nico Derneck auf den Platz und Sascha Mockenhaupt. Sascha Mockenhaupt übrigens als Fußballprofi hier gemeldet. Aber war auch gemeldet für den Kader der Virtual Bundesliga Club Championship. Und hat da tatsächlich auch drei Spiele absolviert. Davon konnte er einen Sieg holen im Doppel. Also dementsprechend auch hier Erfahrung bei den Kollegen am Game Pit. Darmstadt 98 schickt Yannick de Grot ins Rennen, also ihren E-Sportler und Felix Platte. Und auf der anderen Seite im Bayer Leverkusen Kai Wollin und Adrian Stanilewitsch, die da auflaufen werden. Momentan warten wir. Die Ergebnisse von gestern kann ich euch auch nochmal mitteilen. Wer es verpasst hat, das Ganze haben wir natürlich auch in den VODs bei uns. Gerne auch mal reinschauen. Alle Spiele gestern waren super interessant. Hier haben wir die Ergebnisse. Fürth gegen Hoffenheim. 2 zu 3 in den Einzelnen. 1 zu 0 gewonnen die Fürther. Und dann das 1 zu 3 für die Hoffenheimer. Und damit Endergebnis 2 zu 3. Hertha gewinnt mit 6 zu 3 gegen Paderborn. Mainz und Borussia Dortmund trennen sich mit dem einzigen Unentschieden 3 zu 3. Das Ganze 1 zu 1 und 2 zu 2. St. Pauli gegen Schalke endet 1 zu 4. Schalke gewinnt beide Einzelduelle. Einmal mit 0 zu 1 und einmal mit 1 zu 3. Der 1. FC Köln trennt sich mit 5 zu 3 vom VfB Stuttgart. Das 1. Spiel gewinnen die Kölner mit 5 zu 1 und verlieren das 2. Spiel mit 0 zu 2. Endergebnis 5 zu 3. Sieg für die Kölner. Dynamo Dresden traf auf Eintracht Frankfurt. Und da gab es die erste kleine Klatsche. Und zwar 2 zu 8. Einmal 0 zu 4 und 2 zu 4. In einer sehr, sehr schönen Partie mit vielen Toren. Und das hatte ich dann außer Korn zu meinem persönlichen Favoriten. Außerdem Augsburg gegen Hannover 96. 2 zu 1. Hinspiel 1 zu 0. Und das Rückspiel 1 zu 1. Und damit sicherten sich die Augsburger den Sieg in der Bundesliga-Home-Challenge. Und das dazu. Damit hätten wir, glaube ich, alle Ergebnisse soweit für euch anständig aufbereitet. Heute hatten wir übrigens auch schon Megabit, der mit dem SV Werder Bremen deutscher Meister der Virtual Bundesliga Club Championship geworden ist und amtierender Einzelmeister der Virtual Bundesliga ist. Eine richtig starke Leistung in der vergangenen Saison. Auch da Virtual Bundesliga Club Championship-Sieger geworden. Damals zusammen mit Mo Aubameyang, der dann zusätzlich auch noch Weltmeister wurde. In dieser Saison konnten sie ihren Titel verteidigen. Sofort von einer Saison auf die andere gab es die Titelverteidigung für die Bremer. In diesem Jahr allerdings nicht mehr mit Mo Aubameyang, sondern mit Dr. Erhano, mit Erhan Keimann. 16 Doppelsiege konnten sie in der Saison einfahren. Insgesamt konnte Megabit 30 Siege holen und damit Platz 1 ergattern. Auch im Einzelranking. 78 Tore. Das hat er gleich unter Beweis gestellt im ersten Spiel gegen Felix Schimmel. Da ging das relativ fix. Da stand es plötzlich 3 zu 0. Danach hat er sich, muss man aber auch sagen, Felix Schimmel sehr gut gefangen und in Halbzeit 2 sehr, sehr stark bestritten und dann noch einen reingemacht und die Tore geöffnet für Tim Handwerker hier, diese Partie noch an die Nürnberger zu reißen. Und das war das, was wir bis dato gesehen haben. Wer es verpasst hat, sollte es sich im Nachhinein auf jeden Fall nochmal anschauen. War eine sehr intensive, sehr interessante Partie. Das Spiel RB Leipzig gegen Hamburg haben wir auch gesehen. Das war abgelaufen. Das erste Spiel zwischen Gian und Umut 1 zu 1. Und das zweite Spiel mit 0 zu 1 für Sonny Kittel, der ein wunderschönes Tor gemacht hat. Auch da lohnt es sich nachher mal reinzuschauen. Nicht unbedingt aufgrund der Anzahl der Tore, aber das Tor von Sonny Kittel. Das war richtig klasse gemacht. Ein schöner Chip vorne rein und dann sehr, sehr viel Ruhe. Und das Ding am Ende verwandelt. Was haben wir noch für euch zu bieten, bis es losgeht? Auch hier nochmal, ich bitte euch, das kann schon mal passieren. Ihr dürft da gerne mitdiskutieren, wenn ihr möchtet, unter Hashtag Bundesliga Home Challenge. Aber das sind halt Dinge, wir sind alle von zu Hause. Wir müssen uns alle connecten. Und das ist auf einem Offline-Event natürlich deutlich einfacher, wenn wir da einfach auf die Schulter tippen können und sagen können, auf geht's. Hier müssen wir eben über digitale Wege gehen. Und wenn dann einer ein kleines Problem hat, dann muss das auch zum Teil über das Telefon geklärt werden. Dementsprechend kann es schon mal ein wenig dauern, wie jetzt in diesem Moment, dass wir starten können. Vielen Dank. Wir werden gleich zeigen, Julius Kade gegen Federico Palacios. Und dann im Anschluss Gavin Schlotterbeck versus Tom Wack. Aktuelle Tabellensituation für Union Berlin ist es Platz 10, also in der Bundesliga, nicht in der Virtual Bundesliga CC, sondern in der Bundesliga. 30 Punkte haben sie gesammelt, Union Berlin, Platz 11 in Bundesliga 1 und Regensburg aktuell in der 2. Bundesliga auf Platz 10 mit 32 Punkten. Vielen Dank. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Mache ich aber gerne nochmal. Dann freut sich Xander auch ein bisschen. Er hat mich vorher angeschrieben und gesagt, Peter, ich muss hier nochmal was erzählen. Ich habe mit Tom Wack trainiert. Das heißt, er hat ihn ein bisschen trainiert und hat mir angedroht, nicht mir angedroht, sondern hat Tom Wack angedroht, dass es gegebenenfalls Straftraining gibt, wenn es soweit ist. Also sollte da was passieren. Dementsprechend bin ich gespannt. Also Tom Wack ein bisschen unter Druck momentan. Tom Wack übrigens drei Bundesliga-Einsätze in Liga 2 gehabt, ein Tor geschossen, achtmal in der Bayern-Liga Süd aufgelaufen. Da hat es allerdings nicht für ein Tor gereicht. Ist allerdings auch defensiver Mittelfeldspieler, zum Teil auch in der Innenverteidigung oder auf den Außenverteidiger-Positionen zu finden. Dementsprechend ist es natürlich nicht immer so einfach, ein Tor zu machen. In der Bundesliga, in der Liga 2, hat es auf jeden Fall gereicht. Bei Kevin Schlotterbeck, der Innenverteidiger, der 15 Bundesliga-Einsätze hat, da hat es noch nicht für ein Tor gereicht. Bei Frederico Palacios für ein Tor in neun Bundesliga-Einsätzen. Der hat allerdings vielleicht auch den kürzesten Weg zum gegnerischen Tor, ist nämlich Mittelstürmer. Und wir schauen jetzt rein. Es wird gleich starten. Julius Kade gegen Frederico Palacios. Das ist die Partie, auf die wir jetzt so lange gewartet haben, wo wir uns wahnsinnig drauf freuen. Endlich wieder Fußball. Endlich wieder E-Fußball. Und die Jungs am Controller. Da sehe ich zumindest schon mal die Aufstellung. Ihr kommt gleich dazu. Im 4-4-2. Genau, da seid ihr auch. Im 4-4-2 laufen sie auf. Die Jungs von Union Berlin. Regensburg werden wir dann in-game mitbekommen. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt über die Bundesliga-Home-Challenge, dann benutzt doch gerne einfach im Social-Media-Bereich den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge und teilt uns eure Meinung mit. Teilt uns mit, was ihr davon denkt. Und wen ihr euch vielleicht gerne mal hier auf dem virtuellen Rasen wünschen würdet. Moment, die Einstellungen werden auch gemacht. Regensburg hat natürlich auch die Zeit, sich anständig aufzustellen. Wir sehen hier, bei Union läuft auf. Lenz auf der linken Seite, Trimmel auf der rechten Seite. Schloderbeck und Friedrich in der Innenverteidigung. Gentner zentral-defensiv-Karte im zentral-offensiv-Mittelfeld. Das ist hier der Kollege, den wir auch sehen, der hier auch am Controller sitzen wird. Polter und Flecker vorne im Sturm. Eine enge Raute. Das ist auch eine sehr interessante Formation, weil schnell, wir haben es vorhin gesagt, gesehen, gesagt ist der falsche Ausdruck, wir haben es vorhin gesehen, dass das funktionieren kann. Und zwar im Spiel von Maximilian Eggestein und Tim Handwerker. Als Tim Handwerker irgendwann das Ding auf das 4-4-2 enge Raute umgestellt hat und über die Mitte Druck gemacht hat, da fielen die Tore nur so an hintereinander weg und plötzlich stand es da 1 zu 4 für den Handwerker und er holte für Nürnberg da noch den Sieg, nachdem Felix Schimmel ohne Vorwürfe gegen den E-Sport-Profi und vielleicht momentan im besten Deutschen im 85er-Bereich Michael Bittner mit 3 zu 1 verloren hatte. So, alle Einstellungen sind drauf und wir gehen rein ins Game. Und hier darf Mali sich schon mal warm machen und er hat das Ding zumindest schon mal reingedrückt. Wenn er das auch noch macht ingame, dann kann es was geben. Also, auf geht's! Union Berlin von links nach rechts. Jan Regensburg von rechts nach links. Und für Union Berlin ist Julius Kade auf dem Platz und Federico Palacios für die Jungs von Regensburg. Lecker. Kade. Kade. Ball erstmal weg und die Möglichkeit für Regensburg. Schneider. Mal Schneider. Palacios. Nehmt einen sauberen Aufbau, muss sich natürlich auch ein bisschen Zeit lassen. Rüttner. Und da ist Mali. Und da ist Mali, der gerade eben zumindest schon mal in der Warmmach-Arena das Ding getroffen hatte. Pölter. Nochmal. Polter. Findet Lenz hinten. Auf Kade. Flecker. Sehr schön zurückgezogen. und die erste Möglichkeit macht er richtig gut nimmt den sauber mit und am Ende scheitert da daran das Ding im Tor unterzubringen aber stark gemacht vor allen Dingen auch die Drehung also er nimmt den Ball an und dann zieht er ihn mit der Sohle zurück bekommt dann den Raum wo der Winkel ist etwas zu steil offensichtlich Nipping das ist natürlich jetzt ein langsamer Aufbau schwierig wieder Mali der da im Mittelfeld bei Union Berlin in der ersten Viertelstunde wie ein Staubsauger fungiert der saugt sich da immer wieder die Bälle an den Fuß und dann geht es wieder in die andere Richtung Palacios guter Ball Seidel macht er sauber im Rückraum wäre auch eine Anspielstation die sieht er auch und da ist Palacios und der geht knapp am Tor vorbei und der geht knapp am Tor vorbei die Riesenmöglichkeit Flecker Knipping nochmal rauf Palacios der gerade das Ding am Tor vorbei zimmerte Oko Amos da erstmal wieder zurück weil die Seite dicht ist gibt es nicht so viel Raum Palacios ist wenig Bewegung sehr viele Regensburger bleiben erstmal in der eigenen Hälfte stehen jetzt im Rückraum vielleicht ja findet da auch Friedrich nicht mit dem richtigen Timing da ist er dran ist natürlich jetzt gerade alles nicht so einfach auch für die Jungs zu steuern hier aber da müssen sie jetzt gerade durch nochmal das ganze alles online gespielt da gibt es eben auch mit Dingen zu kämpfen wie einer Firewall die dann eben dazukommen können Knipping sehr viel Druck jetzt gerade auf Seiten von Julius Kade der allerdings da schlecht rein kann muss halt aufpassen weil wenn du da ein Fehltritt machst dann kann es auf einmal ganz schnell gehen in die andere Richtung Polter jetzt im Strafraum wer braucht aber jemanden der mitkommt nein der macht's komplett alleine Er macht es komplett alleine. Ich habe jetzt auf den gewartet, den er da anspielen kann, aber das macht er richtig klasse. Die Ballrolle und dann ganz ruhig, ganz ruhig, da tippelt er den Ball vor sich her und macht hier das 1 zu 0 für Julius Kade. Klasse gemacht. Da ist Julius alle Nerven, die man zusammenhalten kann, zusammengehalten. Die Ballrolle kommt im richtigen Moment und dann merkt er, okay, der Mitte ist niemand, den ich anspielen kann. Bleibt vollkommen ruhig und setzt das Ding dann ins lange Eck. Keine Chance mehr, das zu verteidigen. Überragender Aufbau und dann diese Ruhe vorne im Strafraum. Palacios kommt nicht durch. Gentner, nochmal, Julius Kade. Kade, Messe, Flecker, schönes Kombinationsspiel. Das macht er gut. Nochmal Kade. Erstmal geblockt. Dran bleibt er trotzdem. Gentner, saubere Grätsche. Jetzt läuft sie auch. Vier am Schnürchen. Mahali. Holter, drei, vier Mann vorne mit dabei. Jetzt muss er nur irgendwo die Lücke finden. Flecker. Flecker auf Polter. Aber den kriegt er nicht durch. 40 Minuten gespielt. Fünf Minuten noch in Halbzeit eins zu gehen. Kade ist er wieder dran. Ball in die Mitte. Diesmal spielt er ihn rein. Diesmal spielt er ihn rein und verwandelt ihn wieder. Und wieder ist es Polter. Doppelpack Polter für Julius Kade für Union Berlin. Das macht er richtig gut. Also offensiv gefällt mir das richtig gut, was der Julius Kade hier auf den Platz bringt. Sehr ruhig, sehr gelassen und auch hinten lässt er gerade nichts anbrennen. Wirkt auch konzentriert. Also schon diese leicht geneigte Haltung, die man sich dann eben die Ellenbogen auf die Oberschenkel presst und dann eben noch mehr das Maximum an Konzentration rauszuholen. Und das macht er richtig gut. Ja, jetzt kann man sich auch mal ein bisschen entspannen. Noch mal zurück. Und dann geht es rein in die Halbzeit. Wir sehen es. Absolut verdient momentan diese Führung. Und vielleicht ist dieses 4-4-2 enge Raute so als Taktik. Wir sehen es hier nochmal. Also Viererkette, dann die Raute im Mittelfeld und zwei Stürmer. Vielleicht ist das the way to go hier in diesem 85er-Modus in der Bundesliga-Home-Challenge. Wenn ihr da gerne mitdiskutieren möchtet, dann dürft ihr das immer tun. Verwendet einfach den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge auf den Social-Media-Kanälen und dann seid ihr mit dabei. Schreibt uns, wen ihr vielleicht gerne sehen würdet, wenn es denn noch so eine Home-Challenge geben wird. Oder wen ihr euch gerne heute gewünscht hättet oder gestern vielleicht. Welche Ergebnisse, welche Tore, was war vielleicht euer schönstes Tor, was ihr bisher gesehen habt. Wer, welcher Bundesliga-Profi hat für euch am besten gespielt. Wenn ich das mal so rausgeben darf. War es zumindest in der zweiten Halbzeit momentan mein Favorit, Tim Handwerker, der überragend in der engen Raute dann gespielt hat. Mayam in der Glanztart. All das können wir uns wissen lassen. Einfach den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge verwenden. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit zu gehen. 2-0-Führung momentan. Bioskade, die jetzt hier in Halbzeit 2 von rechts nach links kommt und so ein bisschen da wieder anknüpft. Wo er innerhalb Zeit 1 aufgehört hat und zwar mit Offensivfußball. Da ärgert er sich auch. Also Kleiner, also natürlich. Das ist auch, das ist Kampf, das ist ein Sportler. Wenn die Competition im Raum steht, dann willst du natürlich gewinnen. Das merkst du halt genau in diesen kleinen Gesichtsausdrücken. Wenn ein unnötiger Pass gespielt wird und der Gegner den zu einfach abfängt, dann verzieht sich das Gesicht und auch das löst das sehr gut. Kriegt den Fuß dann auch irgendwie rein. Und spielt ihn zurück zum Torhüter. Mali, genau da ist er wieder, der Staubsauger. Flecker, toller Ball auf Polter und kann Polter hier den Hettrick machen? Nee, kommt er nicht vorbei. Auch hier gut gelöst, auch hier wieder den Torhüter mit ins Spiel eingebunden. Jetzt muss er halt aufpassen. Direkt die druckvolle Phase hier von Julius Kade. Der versucht hier Frederico Palacios direkt anzugehen. Jetzt überspielt hier Frederico zumindest mal das Mittelfeld, aber kann da recht wenig draus machen. Schneider, guter Ball auf Seidel draußen. Aber auch stark verteidigt wieder hier von Julius Kade. Knipping. So langsam aber sicher muss Frederico ein bisschen was machen. Gentner, stark der Zwischengang. Jetzt könnte er mal wieder über kleine, kurze Kombinationen kommen. Polter, Polter und da ist der zweite Mann dran und mit vollem Einsatz. Mit vollem Einsatz verhindert er hier Schlimmeres. Da brauchen sie jetzt schon zwei, um Polter zu stoppen. Also Julius Kade hier wieder mit einer sehr guten Offensive. Der kommt wieder gut. Diesmal ist Flecker, Keeper dran und den zweiten kriegt er nicht. Vor allem aus wird Ecke geben und man merkt es auch an der Fitness. Ihr seht, da gibt es diese grünen, diese orangen oder eben die roten Streifen. So dunkel orange bis hin zu rot. Und die sind schon ganz schön am Ende, weil hier Julius Kade richtig drauf drückt. Der will die Tore machen. Der will vorlegen, damit Kevin Schlotterbeck gegen Tom Barg besser aussieht. Also schon mal mit einer ordentlichen Führung, dass er da nicht muss. Aber wir müssen ja sagen, nochmal, Tom Barg hat trainiert mit Xander. Das heißt, einen schönen Vorsprung hier aufzubauen, das wäre wichtig. Nochmal der Abschluss, denn Xander weiß ja, wie das Spiel funktioniert. Und ich hoffe, das hat der Tom Barg alles hier vernünftig weitergegeben. Wer Xander nicht kennt, der ist Profi vom VfL Bochum E-Sports. Also die beiden kennen sich ganz gut. Der Tom Barg und der Xander. Und Xander hat auch Straftraining ausgerufen. Also sollte Tom da die Partie nicht gewinnen, dann gibt es Straftraining. Vielleicht kriegen wir das dann ja auch noch irgendwo live übertragen. Sollte es zu einer Niederlage kommen. Polter. Guter Ball auf Gogi. Ja, aber da ist er direkt wieder dran. Das macht er gut. Na klar, auch Frederico möchte hier ungerne diese Partie verlieren. Und zwölf Minuten hat er noch. Und vor allen Dingen auch Tom hier diesen 2-0-Rückstand überlassen. Auch wenn Tom natürlich jetzt im Saft sein muss. Ja, absolut trainiert. Ich hatte vorhin auch gesagt, ich wüsste nicht, dass die beiden Vereine, sowohl Union Berlin als auch Regensburg, was mit E-Sport am Hut hätten. Aber da sieht man es. Klasse gemacht. Klasse gemacht. Julius Kade mit dem 3-0. Und das ist einfach richtig gut gespielt. Und verdient momentan die 3-0-Führung. Das muss man ihm auch lassen. Und da ist wieder dieses Gesicht. Dieses verzerrte Gesicht. Ah, da habe ich was falsch gemacht. Und nee, das wollen wir jetzt nicht. Du hast es vielleicht dieses bisschen mehr Biss, dass Julius Kade hier in dieses Spiel wirft. Und da kommt er wieder. Und es könnte wieder gefährlich werden. Hier gibt es ein Foulspiel, aber 5 Minuten noch. Malie. Polter, Polter! Den Hemd hat er da rein. Und jetzt holt er sich den Head-Trick. Jetzt holt er sich den Head-Trick. 29. 42. Und 86. Polter on fire. Wenn er hier von Julius Kade gesteuert wird. Und damit ein ganz, ganz dickes Brett für Tom. Was er hier zu sägen hat. Und da bin ich gespannt, wie Coach Xander damit umgeht. Also das ist jetzt ja die Frage. Reicht es für Tom, sein Einzel zu gewinnen? Oder muss Tom jetzt die gesamte Partie drehen? Xander, teil uns das gerne mit unter dem Hashtag Bundesliga-Home-Challenge. Wenn du das Spiel siehst, wovon ich ausgehe, dass du das sehen wirst. Und nochmal die Möglichkeit für Julius Kade. Gendt nach dem Ball. Und dann ist Schluss. Und ein sattes 4 zu 0. Und nochmal nicht unverdient. Nicht unverdient, das muss man hier Julius Kade einfach sagen. Elf Tor-Abschlüsse. Sechs Schüsse aufs Tor. Bei Regensburg. Bei Frederico. Vielleicht auch ein wenig diese Situation, dass es etwas länger gedauert hat. Auch so etwas nimmt einen natürlich ein Stück weit mit. Hier sehen wir das Zwischenergebnis. Gleich sehen wir das nächste Spiel gegen Kevin Schlotterbeck und Tom Buck. Nochmal, das muss jetzt ein, oder das ist ein ganz, ganz dickes Brett, das Tom Buck hier zu sehen. Natürlich, alle Spiele ohne Wertung, das muss man auch ganz klar sagen. Aber niemand möchte am Ende die Niederlage auf dem Zettel haben. Niemand wird dafür am Ende verurteilt. Aber für einen persönlich. Wenn man Sportler ist, dann wünscht man sich in solchen Situationen eben einen Sieg. Egal, ob es Fußball ist, ob ich in ein Sprintduell gehe gegen irgendwen. Wenn ich ehrgeizig bin, wie eben die meisten Profifußballer sind, dann möchte ich ein solches Spiel gewinnen. Und nicht nur mein Einzel, sondern im besten Fall für mein Team das Spiel gewinnen. Und da wird jetzt vor allen Dingen auch Tom Buck gefragt sein. Denn Kevin Schlotterbeck geht jetzt erstmal mit einem sehr soliden 4 zu 0 in diese Partie. Nichtsdestotrotz wird auch er natürlich alles geben, um hier dieses Ding im Einzel auch zu gewinnen. Schlotterbeck, 15 Bundesliga-Einsätze in dieser Saison. Auf der anderen Seite Tom Buck nur in Anführungsstrichen in drei Bundesliga-Einsätze, in Liga 2 allerdings mit einem Tor bereits. Und acht Bayern-Liga-Süd spielen. Können eine sehr interessante Partie werden. Beide sehr jung, 22 Jahre alt ist der gute Herr Schlotterbeck. Und der Tom Buck ist 21 Jahre jung. Beide mehr so im defensiven Bereich zu finden. Kevin Schlotterbeck, Innenverteidiger. Tom Buck, defensiver Mittelfeldspieler, auch in der Innenverteidigung zu finden. Ab und an auch mal auf den Außenverteidiger-Positionen. Und hier sehen wir schon, die Jungs sind auch bereit. Union wieder von links nach rechts. Regensburg von rechts nach links. Wir sehen ein, ich hätte schon fast gesagt, klassisches 4-2-3-1 hier auf Seiten der Berliner. Und klar, Schlotterbeck muss natürlich dabei sein, ist auch in der Innenverteidigung zu finden. Wen ich übrigens nicht finde, ist der gute Julius Kade, der ihm vielleicht mal auf die Schulter klopfen sollte und ihm mal sagen sollte, dass er ihn einwechseln soll. Denn der hat ja auch die ganze Vorarbeit jetzt gemacht, sich hier das 4-0 erarbeitet im Hinspiel. Vielleicht soll er ja mal sagen hier, Achtung, ich habe auch einen Stammplatz verdient. Aber nein, das ist eiskalt, Herr Schlotterbeck. Lass ruhig stehen. Ja gut, der Julius Kade wird da auch zufrieden sein, wenn er in der zweiten Halbzeit, falls er ihn überhaupt in den Kader nominiert hat. Auch da, auch da, sollte man da, da wird es Gesprächsbedarf geben, würde ich behaupten, bei der Union nach diesem Spieltag. Da wird es Gesprächsbedarf geben. Ja, und auch bei Tom sieht man, dass er sehr fokussiert ist. Wir brauchen einen Moment, auch da lassen wir Ihnen die Zeit. Da wird die Aufstellung noch gemacht. Auch da sind so Momente, wo man sich halt Zeit lassen muss. Jeder hat schon einen exakten Plan. Auch hier muss man sagen, dass vor allen Dingen ja Tom eigentlich schon den Plan vorgegeben haben muss von Trainer Xander. Ja, also ihr könnt, ihr könnt auch gerne Trainer Xander dann den Vorwurf machen, wenn Tom hier nicht wenigstens sein Einzel gewinnt. Ihr könnt aber auch eine Meinung dazu geben, warum überhaupt ein Trainer Xander den guten Tom trainieren darf. Einfach mit dem Hashtag Bundesliga Home Challenge auf den Social Media Kanälen mitdiskutieren. Dann lasst uns eure Meinung da. Wen hättet ihr gerne gesehen am gestrigen Tag oder heute? Welcher Verein fehlt euch vielleicht noch momentan bei der Bundesliga Home Challenge? All das könnt ihr uns mitteilen, bevor wir hier gleich in diese Partie starten. Gerne auch während wir in diese Partie starten. Für die, die gerade reingeschaltet haben, gespielt wird im 85er-Modus. Das heißt, man hat mit seinem Team weder ein Vor- noch einen Nachteil. Egal, wer man ist, ob man Union Berlin heißt oder Regensburg, ob man Werder Bremen heißt oder Bayer 04 Leverkusen. Alle haben die gleichen Wertungen. 26 Klubs sind dabei aus der 1. und 2. Bundesliga. 14 Klubs haben gestern bereits gespielt in sieben Spielen gegeneinander. Zwölf Klubs treten heute gegeneinander an. Davon haben wir bereits zwei Partien hinter uns gebracht. Und zwar Werder Bremen gegen Nürnberg. Das ging mit 4 zu 5 aus. Und Leipzig gegen Hamburg 1 zu 2. Und jetzt sind wir gerade in der dritten Partie des heutigen Tages. im Rückspiel wohlgemerkt. Und zwar Union Berlin gegen Regensburg. Das erste Spiel ging für Julius Kade 4 zu 0 aus gegen Frederico Palacios. Und dementsprechend muss jetzt hier Tom Bark ein wenig Gas geben. Zwei Minuten gespielt. Erster Aufbau für die Regensburger. Und ja, Tom muss jetzt auf jeden Fall was tun. Nochmal, ich erinnere, das werde ich glaube ich jetzt immer und immer wieder erklären. Frank Sender hat hier seine Finger im Spiel. Und der weiß, wie man das Spiel macht. Und er sagte, sie sind im Saft. Sie haben trainiert. Dementsprechend erwartet er natürlich von Tom einen Sieg. Aber erstmal gibt es die Möglichkeit für Union Berlin. Und das 1 zu 0 für Kevin Schlotterbeck. Und ich sehe schon dieses Straftraining in einem Livestream. Ich sehe schon dieses Straftraining in einem Livestream. 1 zu 0 frühe Führung hier für Kevin Schlotterbeck. Und damit ist dieses dicke Brett, das Tom zu sägen hat, noch ein bisschen dicker geworden. Aber es ist auch noch reichlich Zeit. Ja, gibt ein bisschen Raum jetzt beim Halbfeld. Andrich, und wo geht's hin? Stark gespielt. Versuchst du mal aus der zweiten Reihe. Da ist allerdings sehr viel los in der Verteidigung. Und jetzt kommt er. Jetzt ist Tom unterwegs. Mit Palacios, Tom mit Palacios. Und da ist der Ausgleich. Und das war ein ganz toller Ball in die Spitze. Schnell gespielt, die gesamte Abwehr stehen gelassen. Und damit eben den 1 zu 1 Ausgleich ergattert. Und das ist der erste gute Schritt. In die richtige Richtung. In dieser Partie. Keine 20 Minuten gespielt. Zwei Tore bereits gefallen. Und gerne mehr davon. Noch mal der Chip in die Spitze. Da kommt er nicht ran. Lenz. Über die linke Seite. Noch mal Lenz. Und gut hier von Grüttner. Grüttner über den Flügel mit dem Dragback abgebrochen. Dann den Ball in Rückraum. Aber da ist Union konzentriert. Das kriegt Kevin Schlotterbeck hier sehr gut unter Kontrolle. Nach anfänglichem Problem in der Defensive auf beiden Seiten sind die jetzt allerdings wieder sehr stabil. Und dementsprechend gibt es nicht allzu viele Chancen. Und das ist gut gespielt. Poltert, der vorhin den Hedrick geschossen hat. Hier jetzt am Tor unterscheidet. Aber trotzdem der Ball noch heiß. Glück hier für Regensburg, dass der nächste Versuch nicht hart genug kommt. Das ist kein Problem dann für Meier, das Ding zu holen. Wieder der Versuch über Grüttner. Über die rechte Seite. Kommen wir in den Dragback. Gimba oben. Grüttner. Sieht schön aus. Gutes Kombinationsspiel. Aber der letzte Pass, der kommt nicht. Andrich. Palacios kommt mit dem Dragback. Koro Seidel in Rückraum wieder. Er will es immer wieder über den zweiten Mann lösen. Da hast du noch Platz. Schieß ihn doch mal drauf, Junge. Komm. Das sind genau diese Situationen, die man sich nicht verbauen darf. 5 zu 1. Aktuell der Stand über beide Ergebnisse hinweg. Weil Julius Kade gegen Frederico Palacios 4 zu 0 gewonnen hatte im Hinspiel. Und jetzt ist die Frage, schafft Tom hier das Unmögliche? Seidel. Und jetzt in der Mitte zwei Mann. Vielleicht mal Richtung Tor. Wird hier einfach weggedrängt. Kriegt ihn doch noch irgendwie in die Mitte. Aber dann mit vollem Einsatz. Die Verteidiger, die sich da reinschmeißen, den Ball erstmal klären. Das Spiel ist jetzt im Strafraum, schließt ab. Aber zu zentral. Und Schlotterbeck bleibt spielbestimmend. Die gefährlichen Aktionen gehören ihm. Röhmel. Ah, ist er jetzt wieder im Strafraum. Sehr eng. Und jetzt könnte Tom hier wieder versuchen, den schnellen Angriff in die Spitze. Denn das waren so ein bisschen so seine Ansätze. Hinten erstmal defensiv stehen. Und dann den schnellen Konter nach vorne treiben. 45 Minuten rum. Zwei Minuten nach Spielzeit. Einen Angriff könnte es noch geben. Brüttner. Das dauert alles zu lange. Da gibt es den Halbzeitpfiff. Und es bleibt beim 1 zu 1. Und wir sehen auch in der Statistik. Also, lieber Xander, was machen wir momentan nicht richtig? Du kannst uns das gerne über die Socials mitteilen. Hashtag Bundesliga-Home-Challenge. Da könnt ihr gerne auch alle mitdiskutieren. Wie ihr die Aktion findet. Wer euch vielleicht fehlt. Welcher Spieler. Welchen Spieler hättet ihr gern gesehen. Welchen Verein hättet ihr gern gesehen. Einfach den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge. Und verwenden. Ihr seid mit dabei in der Diskussion. Palacios. All in die Mitte. Kommt nicht. Regensburg jetzt. Mit Back von links nach rechts. Und Schlotterbeck mit Union Berlin. Von rechts nach links. Becker. Nochmal Becker. Kriegt ihn hier auf Polter. Hier kommt er nicht durch. Polter im ersten Spiel. Mit Julius Kade. Eine richtig klasse Partie gehabt. Drei Tore. gemacht. Ein Großteil zu diesem 4 zu 0 mit beigetragen. Natürlich hat Julius Kade ihn gesteuert. Aber der Name liest sich doch gut. Beziehungsweise das Ergebnis liest sich am Ende gut. Das letzte Ergebnis. Das letzte Aufeinandertreffen. Der war zwei Fußballvereine. War im Jahr 2019. Da gab es ein 2 zu 2 Unentschieden. Hier sieht es nach einem deutlichen Sieg für Union Berlin aus. Da versucht es hier mit einem langen Ball. Keeper kommt. Per Kopf. Das ist gefährlich, wenn er direkt wiederkommt. Aber das bekommen sie Kontrolle. 60 Minuten gespielt. 30 Minuten noch zu gehen. 1-1 hier. Insgesamt muss Tom Buck irgendwann die Reißleine ziehen und muss nach vorne. Ansonsten wird er hier den Sieg nicht einfahren. Zahidel über die linke Seite. Oh, viel Platz. Da macht er einen Fehler. Da macht er einen Fehler. Ball in die Mitte. Aber den kriegt er noch geklärt. Nochmal. Seidel. Seidel. Wo kommt er hin? In der Mitte waren ein, zwei Anspielstationen. Aber einfach noch nicht genug. zu viele Berliner im Strafraum. Und da ärgert sich Tom natürlich. Klar. Du willst hier den Sieg, aber das weiß natürlich auch Herr Schlotterbeck ganz genau. Wenn ich das Ding hier nach Hause fahre, dann holen wir den Sieg. Selbst wenn ich noch einen irgendwie bekomme, dann muss Tom hier noch einige schießen. Ansonsten fühlen wir aktuell mit vier Toren. Und da sieht ein Unentschieden doch gar nicht so schlecht aus. 18 Minuten noch nicht gut rausgespielt. Wieder die Möglichkeit hier für Schlotterbeck nach vorne zu kommen. Macht er gut. Versucht es auch mit dem Abschluss. Wird allerdings entscheidend gestört. Da gibt es dann nachträglich noch mal Schimpfe vom Schiedsrichter. Und die taktische Veränderung. Frische Leute kommen rein. Schneider vorne in die Spitze. Der soll noch mal für Tempo sorgen. auch Mäß kommt rein. Und Böter gut durchlaufen lassen. Einmal, zweimal jetzt quergelegt. Prömel. Aber die Gretsche kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Gretsche kommt zum richtigen Zeitpunkt. Böter. Böter. Der ist frisch. Versucht es mal aus dem Spitzenwinkel. Warum nicht? Warum nicht? Wenn er drin ist, nimmt man den mit. Wenn nicht, soll es sein Schaden nicht sein. Andrich noch mal. Macht hier noch einer den Siegtreffer. Zehn Minuten noch. Er ist im Strafraum. Nur noch wegmachen. Die Ballrolle. Irgendwas. Irgendwie. Ein bisschen an diesem Torhüter vorbei. Polter. Polter. Und er wird geblockt vom eigenen Mann. Nee, war noch ein anderer. Ecke gibt es noch mal. Und Union ist dran. Kevin. Schlotterbeck. Ist auf dem Weg hier zum 2 zu 1. Sie muss dranbleiben. Erstmal wieder Tom Beck. Ein Wurf. Böter. Fünf Minuten. Wieder im Strafraum. Die Möglichkeit für Schlotterbeck. Und wieder gut gehalten. Lang und weit bringt Sicherheit. Aber sorgt nicht für Tore. Erneut darf Union. Jetzt wieder von Minute zu Minute. Stärker werden. Miss. Und dann wieder ein Verteidiger dran. So dieser letzte kongeniale Moment fehlt momentan. Das, was Julius Kade des Öfteren richtig gut gemacht hat und damit vier Tore erzielt hat. Das fehlt hier auf beiden Seiten. So dieser kleine kongeniale Moment, um die Defensive des Gegners aufzureißen. Sie mühen sich, aber am Ende ist die Defensive immer stärker. Jetzt vielleicht. Schneider Ball in die Mitte und da ist wieder genau diese Situation. Zwei Minuten Nachspielzeit sind vergangen und dann gibt es hier den Schlusspfiff und das 1 zu 1. Und da bin ich sehr gespannt auf das Statement von Coach Xander an dieser Stelle. Insgesamt damit 5 zu 1 die Partie für Union Berlin zu Ende gegangen. 4 zu 0 im Hinspiel für Julius Kade gegen Frederico Palacios und Kevin Schlotterbeck gewinnt bzw. spielt 1 zu 1 gegen Tom Bach und damit eben das Gesamtergebnis 5 zu 1. Das also das Ergebnis der beiden Vereine, die bis dato mit E-Sport noch nicht so wirklich die Berührungen hatten. Und als nächstes denn der Tag ist lange noch nicht vorbei haben wir für euch Arminia Bielefeld gegen Holstein Key und da hatte ich schon die ein oder anderen kleinen Facts einmal für an euch weitergegeben und zwar gab es das letzte Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das ist das einzige liga-interne Spiel am heutigen Tag. Beide in der zweiten Bundesliga vertreten momentan Arminia Bielefeld auf Platz 1, Holstein Kiel auf Platz 7 und da gab es schon bereits ein Spiel in dieser Saison. Das ging 2 zu 1 für die Arminia aus und Vogelsammer sorgte für das 2 zu 1 in der 73. Spielminute. Wir können sehr gespannt sein, ob der auch gleich in dieser Partie netzen kann, denn der wird als erstes antreten, Andreas Vogelsammer gegen Bennett Rohweder. Man muss ganz klar sagen, der Vorteil liegt bei Bennett, denn der ist E-Sportler, hat auch an der Virtual Bundesliga Club Championship teilgenommen und konnte da Platz 21 belegen. 49 Punkte haben sie geholt, 6 Siege konnte er einfahren, 49 Tore in diesen ganzen Partien hat er geschossen, davon dann eben auch noch 3 Doppelsiege, das ist ein bisschen die Statistik. Also am Controller kann er was, wer es geschafft hat in die Virtual Bundesliga Club Championship, wer Holstein Kiel vertreten darf, der ist auf jeden Fall schon mal trainiert, der weiß, wie man den Controller zu halten hat und da bin ich sehr gespannt, wie sich hier Andreas Vogelsammer schlagen wird. Wo das Tor steht, das weiß der Vogelsammer auf jeden Fall, 20 Bundesliga Einsätze in der zweiten Bundesliga in dieser Saison aus 25 Partien, die gespielt wurden, 10 Tore, 5 Torvorlagen und wir sehen auf Seiten von Rohwedder, von Bennett momentan ein 4-4-2 und das werden die Jungs von Holstein Kiel so spielen und auch das wird eine interessante Partie werden. In der Virtual Bundesliga Club Championship gab es dieses Duell zwischen Arminia Bielefeld und Holstein Kiel auch allerdings stellt Arminia Bielefeld am heutigen Tage in der Bundesliga Home Challenge keinen der E-Sportler bereit. Auch auch eine sehr interessante Entscheidung das machen die meisten hier zwei Fußball Profis die eben auf den Platz geschickt werden deshalb im Rande so ein bisschen das Ergebnis der Club Championship ist 4-4 ausgegangen 0-2 auf der Playstation 0-0 auf der Xbox 3-1 auf der ähm im 2 gegen 2 Roveda konnte da einen Sieg auf der Playstation einfahren und so gehen wir rein Arminia gegen Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel Andreas Vogelsammer gegen Dominik äh gegen Bennett Roveda Roveda von rechts nach links Vogelsammer von links nach rechts Vogelsammer natürlich mit Bielefeld in blau und Roveda von rechts nach links mit Kiel in rot und all das was der gute Herr Vogelsammer auf dem reellen Fußballplatz an Scorer punkten hat wird ihm erstmal nicht weiter bringen wenn er das nicht mit dem Controller umgesetzt bekommt aber die ersten Ansätze waren jetzt gar nicht so verkehrt schön den Körper reingestellt man versucht natürlich so ein bisschen am Anfang zu erkennen wie gut ist Andreas Vogelsammer am Gamepad und so die ersten Bewegungen scheinen zumindest mal den Eindruck zu machen das 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 Patch schon mal in der Hand gehabt hat Hüling Riedel Schiplock jetzt gibt es mal die Möglichkeit bis dato konnte übrigens in all den Spielen die wir gehabt haben wo es einen eSportler auf einen Fußballprofi getroffen ist der Fußballprofi nicht schaffen den eSportler zu schlagen und hier gibt es den kleinen Fehler und Roweda macht das Ding rein zum 0 zu 1 und der Ansatz war eigentlich wirklich nicht schlecht aber dann gibt es diese kleinen Fehler und plötzlich ist der Ball drin 0 1 Kiel in Führung da wird spannend wo wir da über die rechte Seite zu wenig Anspielstation muss noch zurück als kann Mühling Klasse gemacht guter Trackback aber der kommt da nicht richtig durch Klos Klos mit dem Versuch Schiplock einzusetzen gelingt ihm nicht Vogelstammer müht sich hatte sehr gute Ansätze am Anfang seit dem Gegentreffer tut er sich ein bisschen schwerer versucht sehr straight vorne rein zu kommen und gibt damit dann Rohwedder eben genau solche Möglichkeiten aber nochmal das ist eben der Unterschied E-Sportler und Fußballprofi wenn wir die beiden jetzt wahrscheinlich in ein Sprintduell schicken würden gebe es nur einen Sieger das zeichnet sich eben auch hier in der Bundesliga Home Challenge ab dass die E-Sportler schon ihren Job verstehen und den nicht zu Unrecht machen Klasse gespielt richtig gut gemacht per Hacke und dann ist Gelifi da und haut das Ding rein zum 0 zu 2 ganz toller Angriff macht er richtig gut lässt sich viel Zeit und dann kontrolliert und tricky per Hacke wo Vogelsammer mit dem Versuch nach dem Anstoß direkt zum Erfolg zu kommen Schiblock auf Prietl Klos Klos auch der weiß wo das Tor steht aber die Anspielstation findet er hier nicht jetzt kann treibt nochmal voran oben gibt es auch nochmal den Mitspieler und da ist Rove wieder mit ein bisschen Raum dabei versucht wieder in die Mitte zu gehen aber gut antizipiert hier von Vogelsammer bleibt ruhig lässt er den Innenverteidiger zwischen gehen genau so einen darfst du nicht machen so einen darfst du nicht machen Lauber Bach Lauber Bach deutlich drüber deutlich drüber Karbo Schäplock, noch mal auf Klos Schäplock, Hartl Wieder Platz Immer wieder Platz über die rechte Seite für Roveda Der Eigentlich Zu viel Raum da über die Seite bekommt Und Vogelsamer müht sich Klar, das ist ein ungleiches Duell Das muss man ganz klar sagen Das ist eben die Schwierigkeit Aber damit müssen sie Erleben Und wir haben dann immer mal wieder Auch einen Bruch in der zweiten Halbzeit gesehen Ich erinnere nur noch mal An das Spiel zwischen Werder Bremen Und dem 1. FC Nürnberg Da gab es dieses vermeintlich deutliche 3 zu 1 Von Megabit gegen Felix Schimmel Da hatte Megabit in der ersten Halbzeit Alle drei Tore gemacht Und dann kam Felix Schimmel aus der Kabine Und spielte richtig gutes FIFA Lies hinten kaum noch was anbrennen Machte vorne seinen Treffer Und dieser Treffer sollte am Ende wahnsinnig wichtig werden Denn Dem Handwerker Nahm Maximilian Eggestein Wird 1 zu 4 auseinander Und das wird hier das Ziel Von Andreas Vogelsamer sein Erstmal Jetzt zusehen Dass man die Defensive unter Kontrolle bekommt Und dann vielleicht noch vorne irgendwie Einen über die Linie drücken Und das sieht man auch Bei Vogelsamer überlegt sich Okay, was mache ich? Was kann ich machen hier In der Halbzeitpause Um besser in Halbzeit 2 reinzukommen Viel Zeit hat er auf jeden Fall nicht gebraucht Aber manchmal sind es kleine Hebel Die so ein Spiel verändern können Jetzt kann Ja, nochmal dazwischen Ah, irgendwie unglücklich Und dann ist Rohwedder wieder da 0 zu 3 Und das hat sich Vogelsamer mit Sicherheit anders vorgestellt Das hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt In der Halbzeit noch ein paar Dinge umgestellt Und dann knallt es sofort zu Beginn Nochmal der Ball auf Geliefi Der ist zu weit Wo geht es hin? In welche Richtung geht es? Gibt es hier noch mehr Tore für Rohwedder? Oder macht Vogelsamer das Ding? Nochmal Bennett ist der E-Sportler von Holstein Kiel E-Sports Das ist keine leichte Aufgabe Für Andreas Der mit Sicherheit hier aus der Kabine kommen wollte Und das Ding gerne etwas besser unter Kontrolle bekommen wollte Aber der junge Benet Rohwedder weiß genau Benet Rohwedder weiß genau Was er zu tun hat Wo er gegebenenfalls ansetzen muss Wenn er gerade nicht so gut klarkommt Und wenn er klarkommt, kann er auch die Tore machen Nichtsdestotrotz gibt es danach nochmal das Duell Zwischen Marcel Hartl und Dominik Schmidt Und da kann das Platz sich wenden Da sollte also Andreas Vogelsamer hier aufpassen Dass er nicht noch mehr kassiert Und wie gesagt irgendwie versuchen Das Ding dann noch über die Linie zu boxieren Um seinen Teamkameraden Marcel Hartl Hier in eine bessere In eine etwas einfachere Situation Zu manövrieren 30 Minuten Ingame noch Bis jetzt fehlt mir so ein richtiger Gefährlicher Angriff Vom Vogelsamer Rohwedder erstmal Kommt mit dem Übersteigern Rückraum Dragback Und da ist der Ball wieder weg Schiplock Hartl Nochmal Schiplock Nochmal Hartl Schönes Kombinationsspiel Jetzt mal hier vom Vogelsamer Dann scheitert er wieder An diesem letzten Pass Der wirklich für Raum hätte sorgen können Das ist nicht gut gespielt Zu einfach Dem Ball an Rohwerder abgegeben Und der immer wieder Über diese rechte Seite Und ein Tor Wäre so wichtig Auch natürlich für das Gefühl Selbst wenn es am Ende Trotzdem nicht langt Aber irgendwie Diesen Treffer machen Wieder über rechts Vogelsamer treibt Jetzt hat er mal richtig Platz Jetzt hat er mal richtig Platz Ball in die Mitte Der kommt nicht an Der Torschütze zum 0 zu 1 Hat hier die Tore geöffnet Auch wenn da Vogelsamer sich Selbst vorwerfen muss Lauberbach Ach und das 0 zu 4 Klasse gespielt Wieder gut durchkombiniert Und schwer hier für Vogelsamer Zwischen zu kommen Und damit ein Ergebnis Das Ein Stück weit zu erwarten war Vielleicht nicht unbedingt in der Höhe Weil auch Vogelsamer Sehr gut Begonnen hat Mit sauberen Ansätzen Auch vorne Die ein oder andere Spielidee Schon Hat aber den letzten Pass Das halt einfach nicht Rüber bekommt Und dann muss man sagen Ist Rohwedder heute auch In Torlaune Also das was er bekommt Macht er auch schon fast rein Hatel Hatel auf Klos Aber der erstmal ohne Möglichkeit Viel schönes Kombinationsspiel Schwierig hier für Vogelsamer Dazwischen zu kommen Jetzt vielleicht Das Dribbling Musste nicht unbedingt sein Ab und zu mal das Tempo rausnehmen Aber das sind halt so Dinge Die sind dann Recht schwer Wenn man es gewohnt ist Das Tempo zu machen Dann das Tempo raus Zu Nebeln Und Rohwedder Wieder Hat ein bisschen länger Für den Aufbau gebracht Ja Aber da kriegt der Laubermach Erneut in Position Und dann Kriegst du es nicht mehr verteidigt Der Angriff Sauber und ordentlich Mit viel Aufwand Aber es hat sich gelohnt Es hat sich gelohnt 0 zu 5 Und das könnte Das höchste Einzelergebnis sein Das wir Bis dato sehen 5 zu 1 5 zu 1 war es bisher Und zwar Stranger gegen Diesen Schubech Jetzt steht es hier 5 zu 0 Nochmal in die Mitte Und noch ein Oben drauf 0 zu 6 0 zu 6 Und Vogelsamer Weiß nicht genau Wie er das unter Kontrolle Kriegen soll Nochmal Kein Vorwurf hier Kein Vorwurf hier Ich sag's nochmal Wenn wir jetzt die beiden In ein Sprintduell Schicken würden Auf den reellen Platz Dann geht's halt Wahrscheinlich Andersrum aus Aber hier ist der Profi Eben Drohwäder Und der Macht das richtig gut Und arbeitet Unerbittlich Auf das Tor Von Vogelsamer Und dann gibt's den Schlusspfiff Und ein Verdientensieg Für die Kieler In dem Spiel Mit 0 zu 6 Und das ist dann Wohl das härteste Brett Das du sehen kannst Für Marcel Hartl Nichtsdestotrotz Wird der Versuchen Das Einzelmatch Irgendwie An sich zu reißen Gegen Dominik Schmidt Das ist nämlich Die nächste Partie Die wir gleich Sehen werden Amiga Bielefeld Gegen Ordnungschein Kieler In dem Spiel Haben wir Hinter uns 0 zu 6 Ein sattes Brett Das Bennett da Gegen Andreas Vogelsamer Aufgebracht hat Und jetzt sind gleich Marcel Hartl Gegen Dominik Schmidt Dran Und da Muss Marcel Hartl Alles aus sich Rausholen Was irgendwie Geht Marcel Hartl In dieser Saison 24 Zweitliga Einsätze Neun Torvorlagen Also da wird Vielleicht auch Die eine oder Andere Dabei gewesen Sein Für Vogelsamer Dementsprechend Kennen die beiden Sich ganz gut Und der Hartl Wird da mit Sicherheit Nicht glücklich Drüber sein Was er hier Jetzt aufholen Muss Aber So ist das In dem Team Da fängt es Nicht an zu meckern Sondern da arbeitet System mit Und da bin ich gespannt Wie hart Marcel Hartl Hier Darauf arbeiten Wird Das Ergebnis Irgendwie wieder Gerade zu Zurück Es scheint Unmöglich Aber man hat Auch schon Pferde kotzen Sehen Hab ich gehört Auf der anderen Seite Dominik Schmidt Seines Zeichen Ebenfalls Fußballprofi Innenverteidiger 32 Jahre jung Und dennoch Wahrscheinlich Am heutigen Tag Vielleicht auch Über beide Tage Der älteste Spieler Hier auf dem Feld Auf dem digitalen Feld Oder an dem Controller 14 Bundesliga Einsätze In der zweiten Liga In dieser Saison Eine Torvorlage Als Innenverteidiger Absolut In Ordnung Die Vorbereitungen Laufen Und dann geht's Gleich los Nach diesem Spiel Zwischen Arminia Bielefeld Und Holstein Kiel Geht's übrigens weiter In zwei weitere Spiele Noch Und zwar SC Freiburg Gegen den SV Wehen Wiesbaden Das ist eine Partie Die hat man Seit 2009 Nicht mehr gesehen Da sind sie das letzte Mal Aufeinander getroffen Im reellen Fußball Wir bringen diese Partie Die jetzt digital mal Und hoffen auf ein Schöne Auf eine schöne Partie Und im Anschluss Noch mal mitmachen Sollte es noch mal Eine solche Bundesliga Home Challenge Geben Einfach Hashtag Bundesliga Home Challenge Verwenden Und eure Meinung Da lassen Mitdiskutieren Und wir starten Regensburg Und sechs Tore Und sechs Tore Das ist Schon mal Ein feiner Vorsprung Da kann sich Dominik Schmidt Vielleicht auch mal Ein bisschen ausruhen Wir sehen Er sitzt hier Sehr entspannt Vor der Couch Er ist also Erstmal Nicht so Angespannt Der erste Versuch Der Bielefeld Der erste Versuch Hier Von Hartl Werer Bühling Jetzt kann Erstmal wieder Schmidt Er kommt dann nicht Durch Gut verteidigt Von Bielefelder Hartl Beres Biba Findet Bruna Und jetzt heißt es Suchen Defensive Von Schmidt Steht gut Und da ist er auch Direkt wieder zwischen Lauberbach Lauberbach Jetzt könnte er noch Einen draufsetzen Lauberbach Den macht er Den macht er Und Hartl Klar Hey was soll denn das Ich bin nur im Zweikampf Drinne Aber das interessiert Schmidt hier nicht Das macht er gut Er schiebt ihn zur Seite Mit Lauberbach Und haut das Ding rein Und so kann es gehen Da willst du vielleicht kämpfen Und kriegst gleich wieder Den Gegentreffer Und direkt der nächste Angriff Kelifi Der hat er auch schon Einen auf dem Konto Kelifi Im Rückraum Ist nochmal Lauberbach Ach und eine riesen Tat Vom Keeper Eine riesen Tat Vom Keeper Und Dominik Schmidt Hat hier richtig Spaß An dieser Partie Keine 10 Minuten Gespielt 1-0 Führung Und jetzt kommt Schon die nächste Großchance Versucht das mit Kombination Spielen in die Mitte Aber diesmal Ist die Zentrale Der Bielefelder dicht Und hat er mal selbst Mit der Möglichkeit Ja Aber Hartherz Hartl Auf Klos Der mit dem Versuch Der hat einige Versuche Gehabt heute Aber so eine richtig Freie Schussbahn Die fehlte ihm noch Und nochmal die Kieler Aber da bleiben sie hängen 20 Minuten gespielt 0-1 Führung Insgesamt 0-7 Also die Das Spiel wird den Kielern wohl keiner mehr nehmen Aber vielleicht diese Partie hier Vielleicht kann Hartl hier diese Partie Doch noch an sich reißen Aber erst mal Schmidt über Kelifi Flank in die Mitte Der kommt auch an Und wieder Und wieder Eine gute Aktion Und wieder Wird der Ball geblockt Und wieder gibt's Eckball Ganz hinten Gibt's eine Anspielstation Ja Aber der Ball lässt noch wieder raus Aus dem Strafraum Wahl Kommt da nicht durch Ja boh Das fällt hier Hartl noch ein Kann er da entgegenwirken Zumindest dieses Einzel für sich entscheiden Oh der ist stark Und das Aluminium Und nochmal die Möglichkeit Und wieder Aluminium Aber diesmal Rollt er rein Kogelsummer Selbst hat er keins gemacht Aber hier digital Für Hartl Da drückt er ihn über die Linie Einmal Pfosten Nochmal Pfosten Aber beim zweiten Mal Geht er über die Linie Guter Angriff Von Hartl Und ein wichtiger Treffer Auch fürs Gefühl Auch um mutiger Nach vorne spielen zu können Klaus Klaus Und die kommen da nicht richtig dran Und jetzt Rüber Kelefi Bleibt das Bild Moment hängen Kann schon mal vorkommen Auch hier Und mal der Hinweis Alle sind Von zu Hause Miteinander verbunden Da kann schon mal So ein kleiner Sprung In der Schüssel Vorkommen Aber nichts passiert 1-1 weiterhin 37 Minuten gespielt Ja Da findet er Vandenberg Vandenberg Mit viel Platz Ball in die Mitte Und dann Klasse Pariert wieder Also hier darf Hartl sich bei seinem Torhüter bedanken Dass es Nur 1-1 steht Und wieder Direkt Druck Von Schmidt Einwurf in der eigenen Hälfte Ist auch immer nicht so einfach Wenn du den falsch einwirfst Dann gibt es direkt eine Möglichkeit Für den Gegner 5 Minuten Noch in Halbzeit 1 Und wenn das sich mal für Dominik Schmidt Nicht recht Dass er diese dicken Dinger hat liegen lassen Die er bisher gehabt hat Klar auf dem echten Rasen Muss er nicht unbedingt immer treffen Als Innenverteidiger Trotzdem hat er ein Und hier kommt die Antwort Von Hartl 2-1 Erst Vogelsammer Jetzt Klos Aus und aus dem Nichts Und ich habe es gerade angesprochen Wenn sich das mal nicht recht Schmidt mit riesen Möglichkeiten hier Den Deckel komplett dicht zu machen Lässt eine Möglichkeit nach der anderen liegen Und dann lässt sich Hartl nicht zweimal bitten Und versenkt zum 2-1 Und Schmidt absolut emotionslos Vor seinem Sofa Aber gut Wir haben vorher ja mit 0-6 gewonnen Aber Hartl Wer weiß Wer weiß 45 Minuten hat er noch 45 Minuten hat er noch Wir haben in der Halbzeit Viele Spiele kippen sehen Wir haben in der Halbzeit Viele Spiele kippen sehen Kippen sehen Kippen sehen Und Schmidt jetzt erstmal Im Hintertreffen Nochmal Möglichkeiten hat er gehabt Die er da machen können Hat er nicht gemacht Und dann Macht es der Hartl eben Jetzt von links nach rechts Schmidt von links nach rechts Giel In Rot Wielfeld In Blau Und 45 Minuten 5 Tore Es ist sehr viel Aber unmöglich Ist es nicht Hartherz Wielfeld Versucht Vogelsammer einzusetzen Klappt nicht Dann bleibt er hier im Mittelfeld Wieder hängen Und Schmidt löst das sauber Erstmal durch die Viererkette Und dann den Seitenwechsel Macht insgesamt eine sehr ordentliche Partie Beide wohlgemerkt Schmidt mit den etwas zwingenderen Chancen Bielefeld Und Hartl Eben Mit den Toren So kann es manchmal laufen Wenn du nicht eiskalt vom Tor bist Dann wird dich der Gegner irgendwann bestrafen Und das macht Hartl momentan Oh und der ist gut Aber der Pass Zu langsam Da war nicht genug Druck hinter Wenn er den da richtig durchgeschoben bekommt Dann wird es hier nochmal richtig gefährlich Aber jetzt Geliefi Und wieder Und wieder scheitert er am Torhüter Und da rutscht selbst Hartl ein Lächeln übers Gesicht Denn er weiß genau Bei wem er sich zu bedanken hat Dass er hier die 2-1-Führung inne hat Und da kommt er mit Vogelsammer Kommt nicht durch Bittl Nochmal Kloos Heieiei Kloos mit der nächsten Möglichkeit Und jetzt gibt es auch taktische Veränderungen Und Hartl geht volles Risiko Zumindest mal vorbereitend Die Frage ist Was macht Schmidt? Danke kommt Richtig nicht Vogelsammer Auf Perez Pipa Irgendwie da raus Mühling Lauberbach Der Torschütze Zum zwischenzeitlichen 1-0 Für die Kieler in dieser Partie Die dann aber erstmal wieder gekippt ist Klaus Klaus Mit der Grätsche Der scheint aber vom eigenen Mann zu kommen Und dann so ein Ding So ein Vogelsammer Eiskalt Doppelpack Und Hartl hebt erstmal die Hände Entschuldigt sich Entschuldigt sich Aber das muss er nicht Aber das muss er nicht Das muss er nicht Den hat er ja nicht irgendwie weggepackt Nein Der Fehler kam ganz klar von Schmidt Und nochmal Vogelsammer Bostel Und steht euch vor Das Ding ist drinnen Dann steht hier 4-1 Und dann sind es nur noch 3 Tore Und das wäre definitiv möglich gewesen In 25 Minuten Hartl also mit kleinen Aber feinen Umstellungen Und mit den Möglichkeiten Hier auf einmal in dieser Partie Wird es hier nochmal richtig spannend Klaus Klaus Wieder aufs Tor Diesmal zu Langsam Wieder Aluminium Wieder Aluminium Und da schüttelt Hartl den Kopf Und wenn du jetzt 2 gemacht hättest Wird es hier 5-1 stehen Und dann wäre es richtig knackig Also Hartl stemmt sich Gegen diese Niederlage Also sein Einzel Wird er wohl gewinnen Wenn er so weitermacht Aber er möchte natürlich auch gerne Seinen Teamkollegen Vogelsdammer Aus der Bedrüll hier holen Der gegen den E-Sport Klarow Wer da 0 zu 6 Am Anfang Mitgenommen hatte Und das ist Team Spirit Staude Arte Versuch Vogelsdammer Wieder einzusetzen Geht nicht Und die Frage ist Was macht Schmidt Aus der Situation Der ist da ziemlich entspannt Er sitzt vor seinem Sofa Und denkt sich Okay Wenn die Bielefelder Das Aluminium so gern haben Dann sollen sie doch draufschießen Ich kann mein Einzel verlieren Momentan sind wir Immer noch vorne Und das noch deutlich 15 Minuten noch Das wird schwer für Hartl Aber er hat alles gegeben Bis hierhin Jetzt nochmal die Möglichkeit Für Schmidt Und das Tor 3-2 Und jetzt könnte es vielleicht Auch nochmal wackeln Das Ergebnis für Hartl Im Einzel 13 Minuten noch Also das Gesamtergebnis Werden sie hier nicht mehr verändern Aber vielleicht schafft Schmidt Hier ja Nochmal den Ausgleich Und ärgert Hartl dann komplett Und das ist eine ähnliche Situation Wie in Halbzeit 1 Nur Dass eben Schmidt in Halbzeit 1 Die richtig guten Möglichkeiten hatte Und Hartl die Tore machte Und jetzt hat Hartl Die richtig guten Möglichkeiten Und vielleicht macht Schmidt Ja noch ein 9 Minuten noch Plus gegebenenfalls Nachspielzeit Klos Und er läuft Glaub ich Vogelsammer durch Nochmal Klos Vogelsammer Vogelsammer Und was für den Direktabnahme Und den haut er da rein In die Maschen Was für ein Treffer Klasse Pass Und dann die Direktabnahme Von Vogelsammer Aus der Luft 4-2 Schönes Ding Nochmal Das Gesamtergebnis Über beide Spiele Beeinflusst es nicht Die Kieler werden es gewinnen Aber Hartl sichert sich hier Das Einzel In einer Wirklich starken Partie Vor allen Dingen In Halbzeit 2 In Halbzeit 1 Fehlt ihm so ein bisschen Die defensive Stabilität In Halbzeit 2 Macht er das gut Und vorne Mit den richtig Großen Chancen Und mit ein bisschen Mehr Glück Hätte er das hier Nochmal richtig Spannend machen können Zweimal Rettete das Aluminium Den Kieler Schmidt Hier Und dann Ist es natürlich Nicht mehr so einfach Auf die letzten Minuten Den vollen Fokus Vielleicht auch mal zu haben Aber den Einzelsieg Den wollte er unbedingt Dafür hat er noch Das 4-2 gemacht Und Schmidt Verliert hier zwar Das Einzel Gewinnt aber Im Team Mit Benedro Weder Tolle Partie Tolles Comeback Hier Von Marcel Hartl Der Erst 1-0 Hinten lag Dann Das Ganze Auf 3-1 gedreht hat Das 3-2 Noch kassierte Das 4-2 Macht um die Partie Zu schließen Insgesamt Geht das Spiel mit 4-8 zu Ende Und das heißt Dass die Kieler sich Zusammenschließen Mit Eintracht Frankfurt Und momentan Die meisten Tore geschossen Und das ist für mich Die persönliche Spaßfaktor So Da Also Kiel gewinnt Mit 4-8 Gegen Arminia Bielefeld Zwei richtig Tolle Zwei richtig Torreiche Spiele Je 6 Tore Pro Spiel So darf es Gerne Weitergehen Und zwar Geht es weiter Mit dem Spiel SC Freiburg Gegen Wehn Wiesbaden Und das hatte ich Vorher schon mal Gesagt Diese Partie Gab es zuletzt Auf dem Reellenrasen Als auch virtuell Im Jahre 2009 Also auch virtuell Gab es zumindest Mal kein offizielles Aufeinandertreffen Denn die Freiburger Stellen kein VBL Club Championship Team Die Jungs Von Wehn Wiesbaden Auf jeden Fall Schon Und wir Leben jetzt mal Auf die Partie Freiburg Gegen Wehn Wiesbaden Seit 2009 Das erste Aufeinandertreffen Dieser beiden Vereine Mal wieder Es wird Antreten Im ersten Spiel Marc Flecken Gegen Nico Derneck Gegen Juice Juice Der E-Sportler An dieser Stelle Von Wehn Wiesbaden Aber auch In der nächsten Partie Nico Schlotterbeck Gegen Sascha Mockenhaupt Sascha Mockenhaupt Übrigens nicht nur Profi Auf dem Reellenrasen Bei Wehn Wiesbaden Ja Auch Gemeldet Für den Virtual Bundesliga Club Championship Kader Marc Flecken Marc Flecken Marc Flecken Der Erste Marc Flecken Torhüter Bei Freiburg Neun Bundesliga Einsätze Zweimal Zu Null Vielleicht Schafft er es ja auch Heute Seinen Kasten Sauber Drei Drei Im Doppel 24 Tore Sind ihm Gelungen Mal schauen Was er uns Hier jetzt Gegen Marc Flecken Auf den Platz Bringt Die Freiburger Von links Nach Rechts Wiesbadener Von rechts Nach Links Und das Übrigens Der Vorletzte Spiel Und es ist gut Gemacht Und schon Heißt es 1 zu 0 Da bin Ich noch nicht So richtig Wach In dieser Partie Und Die Jungs Von Freiburg Aber schon Namentlich Marc Flecken Zum 1 zu 0 Mit Nils Pedersen War es glaube ich So kann es gehen Anstoß Und plötzlich Der Treffer Und so können wir Gerne in diese Partie Starten Schäffler Jetzt ist hier Der gute Nico gefragt Übrigens auch Vermutlich Nach Stark gemacht Aigner Mit einer schönen Kombination Und dann Aigner Aus der Distanz Und was Für eine Wucht 1 zu 1 Sieben Minuten Nächster Treffer Kann man Kann man mal so machen Wir nehmen gerne Eine torreiche Partie Nico übrigens wollte ich sagen Mit seinen Mittlerweile 30 Jahren Auch nicht mehr der jüngste E-Sportler Gemeinsam mit Deto Beide übrigens hier Mit am Start Nico Eben jetzt hier Und Deto Dann später gleich Bei Bayern 04 Leverkusen Sie sind also Die alte Garde Hier auf dem Platz Auf der E-Sportler Seite Wenn man die mal nimmt Vorhin haben wir gesehen Auf Seiten der Fußballer Dominik Schmidt Mit 32 Jahre jung Und hier eben Auf E-Sportseite Ein starkes Spiel Schwede Und Flecken Da ist das Ding Flecken mit der Riesentag Den hat er nicht unbedingt gesteuert Aber Für seine Werte Ist er am Ende verantwortlich Und sichert sich hier Erstmal Das Unentschieden Nochmal Schwede Piez Piez Nochmal zurück Auf Schwede Wo kann er hin? Oben ist Schäffler Schöne fällt Schäffler Und dann ist er Mit dem Fuß dazwischen Und jetzt die Möglichkeit Hier Für Flecken Mal rauszukommen Und selbst wieder Ein Angriff Zu Start Nach einem richtig Guten Start In diese Partie Gleich zu Beginn Mal ein Ausrufezeichen Gesetzt Das 1 zu 0 Musste sich eigentlich Das 1 zu 1 Mal wieder sehr früh fangen Da können wir gespannt sein Ob vielleicht Flecken Der erste Fußballprofi ist Der hier einen E-Sportler Schlagen kann Oder zumindest mal Ein Unentschieden Rausholen kann Niemal Ja der Ball Etwas überhastet Rausgeschlagen Gefährliches Ding Günther braucht Da ein bisschen Lang für die Verarbeitung Aber es stört Keiner Und ungestört Den Ball So rauszuschlagen Das muss er Unbedingt verhindern Solche Aussätze Hier gute Mark Flecken Und das kann Gegen einen Juice Extrem wehtun Jetzt kommt er Borello Borello Und Lindner Ich sag's immer wieder Flanken sind eigentlich Nicht the way to go In diesem FIFA Aber ab und an Kann das auch mal gut gehen Guter Ball Jetzt ist er da Borello Die Flanke war nicht gut Aber den macht er Sauber rein Den macht er Sauber rein Und Mark Flecken Wieder in Führung Und so kann's gehen Jetzt muss er Seine Kiste hinten Nur noch sauber halten Und dann wäre Der erste hier Der einen Der E-Sportler Bezwungen bekommt Schäffler Ajani kommt gut durch Aber sehr gut aufgepasst Hier Von Mark Flecken Auf der linken Seite Und er kommt wieder nach vorne Eindruck Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Dass der Mark Flecken Nicht auf den Fuß Nicht auf den Fuß legen Petersen Und Schönfeld Dazwischen Drei Minuten noch In Halbzeit Eins Piez Schwede Schönfeld Was geht hier noch für Juice Oder wird hier wirklich Mark Flecken Der erste sein Einen E-Sportler Niederringt Höhler dran Und wieder die Möglichkeit Für die Freiburger Nochmal eine Möglichkeit Vor der Halbzeit Das sind immer diese gefährlichen Möglichkeiten Crunchtime nenne ich das immer Aber er bekommt die nicht An den Mann Heikner Schäffler Nochmal zurück Und dann Gibt's hier mal den Halbzeitpfiff Und eine extrem interessante Partie Das erste Mal Ich weiß gar nicht Ob es eine Führung gab Jemals für einen Profi Gegen einen E-Sportler Jetzt ist es soweit Und das zweimal Mark Flecken Mit 1 zu 0 In Führung gegangen Petersen Und dann Gab's erstmal den Ausgleich Und wieder die Führung Für Flecken Jetzt ist die Frage Was macht Juice Ja Überleg's dir gut Er hatte schon das Pausenmenü Da Wird sich an den Kopf gefasst Ja ja Doch mal überlegt Gehe ich jetzt schon rein Ins Game Oder atme ich doch noch mal durch Okay Rein da Taktisch erstmal nichts verändert Zumindest nichts Was ich jetzt auf die Schnelle gesehen habe Bleibt also Bei der gewohnten Taktik Und Flecken verzieht Keine Mimik Der ist konzentriert Der ist fokussiert Der will diesen Sieg Und das nenne ich Kampfgeist Nicht nur Auf dem reellen Raden Sondern auch virtuell Aber erstmal die Möglichkeit Für Juice Über Tietz Hinten ist Lorch Chato Ayani Und jetzt suchen Suchen wo man hin kann Schwede Schwede Richtung Grundlinie Aber Günther ist da Gut verteidigt hier Von Flecken Allerdings jetzt Zwei gegen eins Und wieder Günther Ja er lässt da nicht zu Lässt da nicht zu Und weiterhin fokussiert Flanke kommt Kopfball Aber nochmal Kopfbälle sind nicht so effektiv Jetzt muss er hier aufpassen Dass er sich den Ball von Aigner Nicht wegnehmen lässt Lässt er allerdings Und jetzt muss er erstmal Wieder verteidigen Und Juice Zieht die Zügel an Nochmal Der will sich hier mit Sicherheit Nicht die Blöße geben Aber vielleicht Hat er die ersten 45 Minuten Etwas zu leichtfertig angegangen Jetzt die Möglichkeit Ausgleich 2-2 Nein Abseits Abseits Und da muss auch Juice lachen Ja Noch lacht er Noch hat er auch Zeit Aber was ist wenn der Nächste Auch nicht drin ist Und der Nächste auch nicht Und plötzlich steht da Wieder ein Flecken Vor seiner Kiste Und macht das Ding rein Jetzt die Möglichkeit Und jetzt hat er ihn 2-2 Aigner Und Flecken erstmal Unzufrieden Na klar Du willst hier die 2-1 Führung gerne mitnehmen Aber Juice Gerade mit einer Sehr druckvollen Phase Und das macht er gut Schönes Zusammenspiel Da klasse Doppelpass Und dann der Pass auf Aigner Und der mit dem Doppelpack Aber trotzdem immer noch Unentschieden Und auch das ist noch Keinem gelungen Und da kann Flecken Weiterhin mit breiter Brust In diese Partie In dieser Partie bleiben Gart Nicht gut gemacht Schäffler Jetzt muss er halt Genau sowas aufpassen 2-2 Besser das Unentschieden Mitnehmen Das ist gut gemacht Pedersen dazwischen Und dann diese Päschen Ein bisschen den Ball annehmen Ein bisschen kurz drüber nachdenken Wo ich hin muss Damit er eben Juice Nicht zu oft den Ball geht Das hat er bisher Recht gut hinbekommen Vor allem in Halbzeit 1 In Halbzeit 2 Macht Juice natürlich Deutlich mehr Druck Findet jetzt auch Schwede Und damit dreht er die Partie Wiesbaden's Juice Dreht die Partie Die gegen Flecke Und Flecke schüttelt den Kopf Da komme ich nicht zwischen Denkt er sich Aber es ist auch sehr gut Gespielt von Juice Nochmal Vielleicht hat er es ein bisschen Leichtfertig genommen In Halbzeit 1 Das sah noch nicht so sauber aus Aber hier setzt er Flecken Richtig unter Druck Und dann wird schwer für ihn Hier gegen zu halten Trotzdem tolle Partie hier Von Marc Flecken Muss man sagen Eine richtig gute Erste Halbzeit Eine überraschend schöne 2 zu 1 Führung Und auch jetzt ist es nichts Schlimmes Es war vorher ein Stück weit zu erwarten Aber er hat noch Also bevor ich hier Den Teufel an die Wand male Er hat noch 24 Minuten Wer weiß was kommt Erstmal Chato Für Juice dazwischen Hintner 22 Minuten Werken Und das ist natürlich auch Ein schönes Ergebnis Dann auch für Die kommende Partie Zwischen Nico Schlotterbeck Und Sascha Mockenhaupt Auch das wird nochmal Richtig interessant Wenn es denn so eng bleibt Schönfeld Schwede Aigner Aigner Guter Ball hier auf Schönfeld Ah da ist Lorch Ein bisschen Uneinigkeit Da kommen sie nicht richtig zwischen Aber jetzt hat er ihn Nur raus kommt er wieder nicht Also jetzt gerade übernimmt Juice Ja absolut das Ruder Und er will gerne vorlegen Für seinen Kollegen Und kommt wieder über den Flügel Und die Grätsche War so wichtig Und vom Timing so gut Dickes Lob Hier an Mark Flecken Der hier Ganz ganz Toll reagiert hat Mit dieser Grätsche Ansonsten kriegt er den Ball rein Dann wird es wahrscheinlich Der nächste Treffer So gibt es in Anführungsstrichen Nur Ecke für Juice Nur Ecke für wen Wiesbaden Übrigens Freunde der Sonne Ihr könnt gerne mitdiskutieren Unter Hashtag Home Challenge In den Social Media Kanälen Wenn ihr möchtet Und ich stelle euch eine Frage Ich weiß es nämlich Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben Aber das letzte Duell Habe ich euch gesagt Gab es im Februar 2009 Ging 1 zu 0 Für die Freiburger aus Zwischen Freiburg und Wien Wiesbaden Nutzt den Hashtag Bundesliga Home Challenge Und sagt mir mal Wer war der Torschütze Ja Wer war der Torschütze Im Februar 2009 Beim letzten Aufeinandertreffen Zwischen Freiburg und Wien Wiesbaden Auf dem reellen Platz Hashtag Bundesliga Home Challenge Wir bringen diese Begegnung Heute für euch Nach knapp elf Jahren Wieder auf den Rasen Allerdings auf den digitalen Und momentan Liegen die Wiesbaden Da vorne Da hilft auch der damalige Sieg Mit 1 zu 0 Der Freiburger nicht Ich löse es übrigens dann auf Am Ende Aber gerne den Hashtag Bundesliga Challenge Bundesliga Home Challenge Nutzen Und mir das Ganze mal In den Social Medias Rübergeben Wer weiß es Ohne googeln Ohne googeln Freunde Googeln ist nicht Setz den Hashtag Ohne googeln Noch dahinter Knoll Nochmal nach vorne Loch Gut gespielt Juice Und Flecken Mit im Fuß Uiuiuiuiui Und das war wichtig Um hier wirklich Sich noch einzubekommen Sieben Minuten noch Und jetzt gibt es noch Die Möglichkeit zu kontern 5 gegen 4 6 gegen 4 Guter Ball Auf Haberer In der Mitte Höhler Höhler Und er macht ihn Er macht ihn 3-3 3-3 Das ist richtig stark gemacht Erstmal Flecken mit der Topparade Mit dem Fuß Irgendwie Und dann dieser Konter Alle Mann Alle Mann nach vorne Und er spielt es wunderbar aus 87. Spielminute Der helle Wahnsinn Und Juice will natürlich noch mal Den kriegt er allerdings nicht Gibt Abstoß Für Flecken Für Marc Flecken Der hier Als erster Vielleicht Keine Niederlage Einfährt gegen einen E-Sportler Lange ist nicht mehr zu gehen Er muss halt aufpassen Die darf er nicht hergeben Haberer Und bekommt sogar noch Eine Möglichkeit Höhler der Torschütze Zum 3-3 Nicht gut rausgespielt Zwei Minuten Nachspielzeit Juice unter Druck Schafft das hier noch einen Treffer zu machen Erstmal nicht Erstmal wieder Flecken Auf Haberer Was ist wichtiger Der Sieg Oder Nimmt er hier das Unentschieden Mit Willen nach vorne Verliert den Ball Aber Juice bekommt keinen Angriff Und er sieht unzufrieden aus Er sieht Marc Flecken sieht unzufrieden aus Aber muss er nicht sein Er hat hier einen Punkt Beziehungsweise einen Unentschieden Gegen den E-Sportler Niko Dernek Juice geholt Und das ist mit Sicherheit Nichts worüber man unzufrieden sein muss Natürlich will man immer gewinnen Und mit Sicherheit hat er ein ganz tolles Spiel gemacht Und hätte vielleicht auch Mit ein bisschen Glück den Sieg Holen können Aber einen Punkt zu holen Gegen einen Niko Dernek Aka Juice Ist schon ein ganzer Schritt nach vorne Und er übergibt an seinen Mitspielern Niko Schlotterbeck Ein richtig gutes Ergebnis Gegen Sascha Mockenhaupt Der übrigens auch Bei der Virtual Bundesliga Club Championship mitgemacht hat Und das wird Sehr sehr interessant werden Wie die beiden sich jetzt schlagen Sascha Mockenhaupt Hashtag Mocki Hat insgesamt drei Virtual Bundesliga Club Championship Einsätze gehabt Konnte einen Sieg holen Den allerdings im Doppel Und konnte ein Tor erzielen Also keine Keine allzu schlechte Statistik Deiner Club Championship Außerdem 24 Zweit-Bundesliga-Einsätze Auf dem reellen Rasen Und vier Torvorlagen Als Innenverteidiger Auch das Ist eine Hausnummer Eine Ansage Niko Schlotterbeck Elf Bundesliga-Einsätze Kein Tor Keine Torvorlage Ist als Außenverteidiger Auch nicht immer so einfach Ab und zu auch mal Als Flügelspieler da Ja, aber 20 Jahre jung Der hat noch Einiges Vor sich Das also die Partie Die da Gleich auf uns Zu kommt Momentan Die beiden Teams Auf Platz Also Ja, bei Freiburg momentan In der ersten Bundesliga Auf Platz 8 Mit 36 Punkten Nach 25 Spieltagen Wiesbaden In der zweiten Liga Auf Platz 16 Ebenfalls Mit 25 Punkten Genau 36 Punkte Freiburg 25 Punkte Wiesbaden Dieses wahnsinnige Spiel Hat mich immer noch Im Bann Muss ich sagen Und das wird noch mal Sehr interessant werden Denn Nochmal Wir haben Schlotterbeck Gegen Mockenhaupt Noch nicht spielen gesehen Schlotterbeck Haben wir noch Gar nicht spielen gesehen Mockenhaupt Wiederum schon FIFA Kanner Und hat auch Bei der Bundesliga Club Championship Mitgemacht Dort haben sie den 22. Platz erreicht Die Jungs von WM Wiesbaden Konnten 41 Punkte holen Wir haben danach Übrigens im Anschluss Dann Das letzte Match Das wir Für euch haben Bei der Bundesliga Home Challenge An diesem Wochenende Und zwar SV Darmstadt Gegen Bayer 04 Leverkusen Namentlich treten da an Yannick A.K.A. Gotzeri De Groot Und Kai Wollin A.K.A. Deto Also Yannick De Groot A.K.A. Kozeri Und Kai Wollin A.K.A. Deto Außerdem Felix Platte Gegen Adrian Staninlewitsch Das Die Partien Die wir dann Noch Zeigen Werden Aber jetzt Wollen wir Natürlich Erstmal Einen Sieger Haben Hier In der Partie Zwischen dem SC Freiburg Und Wien Wiesbaden Seit 2009 Wurde Zwischen Den Beiden Nichts mehr Ausgespielt Heute bei uns Und dann Gleich so ein richtig tolles 3 zu 3 Zwischen Mark Flecken Und Deuce Für die Die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben Habe ich natürlich noch Die restlichen Ergebnisse Vom heutigen Tag Es haben gespielt Werder Bremen Gegen Nürnberg Das Endergebnis 4 zu 5 Die Einzelergebnisse 3 zu 1 Und 1 zu 4 Leipzig Traf auf Hamburg Das Endergebnis 1 zu 2 In den Einzelnen 1 zu 1 Und 0 zu 1 Union Berlin Hat gewonnen Mit 5 zu 1 Gegen Jan Regensburg 4 zu 0 Gab es das erste Spiel Und 1 zu 1 Im Rückspiel Außerdem Arminia Bielefeld Und Holstein Kiel Die trennten sich mit 4 zu 8 0 zu 6 Und 4 zu 2 Eine vielleicht Negativstatistik Jetzt aktuell Sind wir beim Spiel SC Freiburg Gegen Wehen Wiesbaden Wer die Spiele alle verpasst hat Kann sie natürlich Gerne im Nachhinein Nochmal anschauen haben Sehr viel Freude gemacht Auch den letzten Tag Könnt ihr Gerne Nochmal Durchscrollen Und euch anschauen Waren auch dort Sehr viele tolle Portien Tolle Tore Und ein paar kleine Überraschungen mit dabei Die größte Vielleicht hier Gerade eben schon Mit dem 3 zu 3 Zwischen Mark Flecken Dem Torhüter Vom FC Freiburg Gegen den E-Sportler Niko Dernik Das ist schon Eine Leistung Er hat sich trotzdem Ärgert Also auch da Merkt man Hey Die wollen Die wollen Auch wenn es nicht Der reelle Rasen ist Wenn es nicht Gerade im Stadion ist Sie wollen Sie wollen auch Home-Challenge Ein Fußball Profi Ergebnis Ergebnis Was wir Am heutigen Tage haben So Aber genug Gequatscht Wollen wir rein Ins Spiel Zwischen Freiburg Und Wiesbaden Nach dem Jahr 2009 Die in das nächste Aufeinandertreffen Dieser zwei Vereine Und das hier Live Bei Uns Vertreten Durch Nico Schlotterbeck Und Sascha Mockenhaupt Und die Werden Ein Ergebnis Sicher hergeben Ob es ein Sieg Oder ein Unentschieden Nachher wird Das stellt sich Gleich heraus Momentan Eben kein Vorteil Für Kein Vorteil Für einen von beiden Es steht 3 zu 3 Nach dem Hinspiel Zwischen Mark Flecken Und Nico Dernik Juice Aufstellungen Werden gemacht Sascha Mockenhaupt Muss sich da schon Auskennen Der weiß Wie das geht 85er Modus Hat er auch schon Mitgemacht Dementsprechend Nichts Neues Für ihn Er wird auch Einen Plan Haben Wie er hier rangeht Interessant Hier zu sehen Sein Wie Nico Schlotterbeck Das ganze Offen 20 Jahre Jung Auch ein Spieler Wo ich sage Man kann natürlich FIFA In jedem Alter Spielen Auch ich spiele Noch FIFA Mit meinen Knackigen 33 Jahren Aber mit 20 War ich natürlich Deutlich besser So Und Dieses Alter Hat eben Nico Schlotterbeck Und vielleicht hat er auch Mal die ein oder andere Minute Neben seinem Fußballprofi Dasein Um mir Das Pad zu schwingen Und da bin ich Gespannt drauf Wir sehen hier auch nochmal Detaillierte Einstellungen Da nimmt er sich die Zeit Der Sascha Mockenhaupt Um wirklich auch Alles perfekt Einzustellen Hat mit Sicherheit Ein paar Anweisungen Von seinem E-Sport Coach Auch mitgenommen Vielleicht Hat er ihm da gesagt Wie er aufzutreten hat Der gute Alexander Rauch A.K.A. Bono Und dann Rein ins Spiel Die Steuerung Sollte man natürlich auch Vernünftig anpassen Das war jetzt nicht so viel Hauen wir mal rein Freiburg von links Nach rechts Wehen Wiesbaden Von rechts Nach links Und Aigner Erstmal mit dem Ballgewinn Schönfeld Schönfeld Findet Lorch Eigner Niemeyer Treibt den Ball Nach vorne Möglichkeit Direkt mal hier Für Mockenhaupt Richtig was Nach vorne zu treiben Der passt nicht Schwede Nochmal Auf den Weg nach vorne Richtung Grundlinie Gut verteidigt hier Mit Schmidt Schlotterbeck Ist Für mich persönlich Auf dem virtuellen Rasen Erstmal die Unbekannte Wie gut ist der Was kann er hier Auf der Playstation In FIFA 20 Also Ballrollen Und Schussantäuschung Geht schon mal Das sind schon mal Gute Indizien dafür Dass er Ab und an mal In das Patch Schwingt Burello Hockenhaupt und jetzt in die Mitte nochmal, der Tipp kommt, ja, aber auch der Keeper ist da. Den hätte er vielleicht besser in den Rückraum legen müssen, aber das sagt sich so leicht hier aus der Kommentatorenkabine. Guter Ball auf die linke Seite und im Rückraum kommt Höhler, Höhler nochmal in die Mitte. Die Idee war gut, die Idee war gut, aber vielleicht hätte er den auch selbst abschließen können. Der erste ordentliche Versuch hier von Schlotterbeck und der sah richtig gut aus. Am Ende die letzte kleine Entscheidung, die nicht passte. Und ich wiederhole es gerne nochmal, beim letzten Aufeinandertreffen 2009, Februar 2009, das ist über 10 Jahre her, dieser zwei Vereine. Gab es den Sieg für Freiburg, das wird sich den Wiesbaden hier mit aller Macht erkämpfen wollen, nach 10 Jahren diesmal als Sieger dazustehen. Übrigens 1 zu 0 war das Ergebnis, erstmal hier nochmal, Mockenhaupt, Aigner, Aigner, immer noch, kriegt er nicht durch, Schlotterbeck. Übrigens 1 zu 0 und wer den Torschützen kennt, ohne zu googeln, darf gerne den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge verwenden und mir mal sagen, wer der Torschützen war. Aber ich weiß es, ich werde es nachher auch nochmal auflösen, aber macht gerne mit, ihr könnt auch mitdiskutieren, euren Senf dazugehen. Und Petersen, klasse gemacht, klasse gemacht, schön den Drag-Back und dann das Ding reingezimmert. Junge, Junge. Und da ist Freiburg wieder vorne. Tolles Ding, den spielt er richtig gut raus und dann eben in diesem letzten Moment, da reagiert er richtig. Das ist dann ganz schwer für Mockenhaupt, das zu verteidigen. Und denkt dran, ihr könnt mitdiskutieren, sagen, welcher Verein euch vielleicht an diesem Wochenende gefehlt hat, welchen Spieler ihr vielleicht gerne gesehen habt, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, einfach Hashtag Bundesliga-Home-Challenge verwenden und mitdiskutieren. Und nicht vergessen, mir den Torschützen zu nennen. Löhler, Abara, Petersen, Petersen, schön angehalten und hinten ist nochmal im Rückraum Burello. Klasse gespielt, klasse gespielt und Mockenhaupt schwingt. Schlotterbeck ist am Drücker. Die 1-0-Führung verdient er sich hier langsam, aber sicher. Neuch ist erstmal dran und dann Aigner, unsauber und Schlotterbeck mit seinem eigenen Spieler, nicht gut gemacht. Und dann die Ballrolle und das Tor zum 1-1. Und das nimmt Schlotterbeck erstmal emotionslos hin. Und dann Mockenhaupt freut sich natürlich, aber den darfst du so nicht zurückspielen. Und dann auch noch, wenn man seine eigene digitale Version da am Fuß hat. Ei, 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 ei. Eine so gute erste Halbzeit. Hätte er sich veredeln können, wenn er dieses 1-0 mit in die Halbzeit genommen hätte. Hier war es allerdings nichts. Und kommt vielleicht nochmal Mockenhaupt zu einem weiteren Treffer. Schönfeld. Schönfeld sah nicht schlecht aus, aber da wollte er mit dem Kopf durch die Wand. Und nochmal die Möglichkeit, Schlotterbeck. Schwede, kein gutes Tackling. Höhler, guter Ball und wieder in Richtung Strafraum. Und drüben, was ein klasse Pass. Ein klasse Pass, dass er den da hinten sieht, aber er bekommt ihn nicht unter Kontrolle. Und dann kann Mockenhaupt das Ding erstmal wieder klären. Höhler ist dran. Wieder der Versuch. Nein. Der Schiedsrichter sagt, das war von hinten zu scharf drauf gegangen. Gibt Freistoß. Gut, hörl. Oh Mann, die würde schön fällt. Und jetzt über die linke Seite gibt es ein bisschen Platz. 45 Minuten um, zwei Minuten Nachspielzeit hier im Rückspiel zwischen Freiburg und Wiesbaden. 3-3 ging das erste Spiel auch zwischen Marc Flecken und Nico Dernek. Und jetzt müssen hier Nico Schlotterbeck und Sascha Mockenhaupt das Ding beenden im Rückraum. Nein, hier gibt es den Halbzeitpfiff. Und somit gehen wir mit diesem Unentschieden in die Halbzeit. Und wir haben es gesehen, wer gerade ein bisschen das Auge drauf geworfen hatte, Mockenhaupt hat ein schönes Handtuch neben sich liegen. Ja, also die Hände schwitzen. Man sagt so schön im E-Sport, man schwitzt sich auf einen bestimmten Rang oder man schwitzt sich zu einem Sieg. Und das scheint Mockenhaupt hier verinnerlicht zu haben. Er schwitzt hier in dieser Partie, er will unbedingt. Und da gehört dann eben auch so ein kleines Handtuch dazu. Ihr kennt es, wenn der Controller dann einen Grip verliert, weil man so ein bisschen schwitzige Hände bekommt von Neurosität oder eben warum auch immer. Und dann nimmt man kurz das Handtuch, trocknet die Hände und wieder ran am Controller. Also, Mockenhaupt hat Bock. Leuch. Tempelmann. Jetzt die Möglichkeit wieder für die Freiburger, wieder für Schlotterbeck. Ohne. Noch mal zurück. Eta. Jetzt heißt es suchen. Mockenhaupt in einer sehr statischen Defensive jetzt gerade. Die Möglichkeit über Mockenhaupt. Mockenhaupt. Und was für ein Ding. Und was für ein Ding. 2-1. Freiburg wieder in Führung. Mockenhaupt in Hintertreffen. Das war richtig schön gespielt. Und dann drückt er das Ding über die Linie. Also, Habera bringt die Freiburger wieder in Führung und könnten wir nach über zehn Jahren beim Wiederaufeinandertreffen von Freiburg und WM Wiesbaden denselben Sieger haben. 2009, Februar 2009 haben die Freiburger 1 zu 0 gewonnen gehabt. Jetzt führen sie hier auf dem virtuellen Rasen mit 2 zu 1 beziehungsweise 5 zu 4. Über zehn Jahre ist es her. Schafft Wiesbaden auch hier nicht den Sieg. Schwede. Noch mal zurück. Cato. Cato per Hacke. Auf Schwede. Aber Morello ist mit dabei. Und ich glaube, Schwede kam da aus dem Abseits. Jawohl. So ist es. Abara. Gart. Petersen, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1 zu 0. Hier kommt er nicht durch. Gut aufgepasst von Mockenhaupt. Aigner. Schöner Chip. Wenn er den jetzt verarbeiten kann. Schwede braucht sehr lange für die Verarbeitung. Und dann ist es ein einfaches hier für Schlotterbeck, das Ding sich zurück zu erobern. 30 Minuten noch. Knappe Ein-Tore-Führung hier für die Freiburger. Und der sieht gut aus. Schöner Konter im Rückraum. Kommt noch einer mit. Da braucht er zu lange. Und dann ist Mockenhaupt da und verteidigt das. Itaki Genkuhn. Kommt da nicht richtig ran. Oehler. Schlussantäuschung. Jetzt sucht er die Anspielstation. Im Rückraum hat er einen. Haber war der Torschütze zum 2 zu 1. Impelmann. Morello. Chato. War alles erstmal weg. Weil aus dem Abseits kommend. Und dann gehen wir ins Pausenmenü. Hau Mockenhaupt schüttelt den Kopf. Also er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden. Na klar. Kann auch sein. Er will hier natürlich den Sieg. Natürlich. Niko Dernäck konnte nur in Anführungsstrichen gegen Mark Flecken ein 3 zu 3 rausholen. Ich sage einfach nur, weil Jus der einzige E-Sportler in der Partie war. Mark Flecken, der Torhüter von SC Freiburg. Neuen Bundesliga-Einsätze zweimal zu 0. Und hier am Gamepad ein 3 zu 3 gegen Jus. Den E-Sportler von WN Wiesbaden E-Sports. Jetzt liegen sie hier hinten. Und das möchte Sascha Mockenhaupt mit Sicherheit verhindern, dass sie diese Partie verlieren. Schwede. Leuch. Nochmal nach oben sucht jetzt. Also jetzt wird es eine schwierige Angelegenheit. 20 In-Game-Minuten noch. Leuch. Auf Aigner. Irgendwie vorbei an Schlotterbeck. Und dann ist er drin. Da kommt er irgendwie vorbei an Schlotterbeck. Und dann ist der Ball drin. 2-2. Ausgleich. Und alles wieder auf 0 gestellt. Und Schlotterbeck mit seinem eigenen Spieler. Da hat er ein bisschen Probleme. Wir erinnern uns, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, dieser Rückpass vom Innenverteidiger. Der musste nicht sein. Und hier verliert er das Zweikampfduell. Da wird er mit EA schimpfen, was sie da aus ihm gemacht haben. Und er war in die Spitze. Und er war in die Spitze. Schäffler. In Rückraum Schwede. Das wird knackig. Immer noch Schwede. Mockenhaupt sucht. Schäffler. 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 Kein schlechter Versuch. Kein schlechter Versuch. Kein schlechter Versuch, aber die Distanz hier zu groß. Und jetzt noch mal ins Pausenmenü und frische Leute. Tietz kommt rein. Knöll kommt rein. So kann es gehen. 2-2. 13 Minuten noch. Könnte das das erste Unentschieden sein? Könnte es das erste Unentschieden sein? Was kommt hier raus? Nach zehn Jahren kein Aufeinandertreffen. Freiburg-Wen. Wiesbaden. Kann es sein, dass wir hier mit einem Unentschieden rausgehen? Erstmal noch mal Wien. Wiesbaden mit Schwede. Lorsch. Schönfeld. Schwede. Schönfeld. Den kriegt er an den Mann. Der Eigner. Noch mal zurück auf Schwede. Dann ist der Fuß zwischen. Und Flecken ist da. Haut das Ding lang und weit. War nicht gut. Niemeyer ist da. Schönfeld. Noch mal das Kombinationsspiel. Tietz ist frisch. Kommt mit dem abgebrochenen Dragpack jetzt Richtung Grundlinie. Irgendwie. Und dann kratzt er ihn von der Linie. Er kratzt ihn von der Linie. Und das war so wichtig. Das war so wichtig. Und Mockenau verzieht. Keine Miene. Er bleibt konzentriert. Er ärgert sich nicht über die Situation. Schon weiß. Er kann es nicht ändern. Aber jetzt erstmal die Freiburger. Schlotterbeck. Ball in Rückraum. Ballschmidt. Petersen. Und Chateau reingeschmissen. Fünf Minuten. Beide wollen den Sieg. Man merkt, es ist offensiv. Es ist temporeich. Knöll. Auch der ist frisch. Und nochmal auf Knöll. Aber der kommt nicht an. Drei Minuten noch. Drei Minuten noch. Plus gegebenenfalls Nachspielzeit. Ita gegen Knöll. Das ist gefährlich. Genau sowas darf er sich nicht erlauben. Maltschmidt. Nochmal. Tempelmann. Petersen. Petersen. Links wäre so viel Platz gewesen. Den kriegt er nicht durch. Und jetzt nochmal ein Angriff. Für Mockenhaupt. Für Wiesbaden. Über Knöll. Zwei Minuten Nachspielzeit. Geht da noch was? Schwede. Auf Aigner. Aigner. Schwede im Rückraum. Kriegt er den da hin? Schwede im Rückraum. Nein. Schlotterbeck ist da. Zwei Minuten Nachspielzeit sind gleich oben. Aber einen bekommt er noch. Schwede. Nochmal da. Und er geht drüber. Die Rieselmöglichkeit. Und dann schüttelt er den Kopf. Und das war's an dieser Stelle. 2-2 nach dem 3-3 zwischen Marc Flecken und Nico Deneck. Geht auch dieses Spiel unentschieden aus. Die Punkteteilung nach über 10 Jahren. Ohne Aufeinandertreffen von Freiburg und Wien. Wiesbaden. Damals noch. Der 1-0-Sieg für die Freiburger heute. Das Unentschieden im digitalen Aufeinandertreffen mit 3-3 und 2-2. 5-5 insgesamt. Übrigens der Torschütze zum 1-0 für Freiburg und zum Siegtreffer im Februar 2009 bei Julian Schuster. Nur um euch da mal abzuholen zu haben. Vielen Dank an die, die über den Hashtag Bundesliga Home Challenge die Frage beantwortet haben. Und wer natürlich Lust hat zu diskutieren, darf das gerne tun und den Hashtag Bundesliga Home Challenge gerne verwenden und mitdiskutieren. Welcher Spieler hat euch gefehlt heute oder gestern sogar? Welchen Verein hättet ihr noch gerne gesehen bei der Bundesliga Home Challenge? Denn wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende an diesem Wochenende bei der Bundesliga Home Challenge. SV Darmstadt 98 gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ist unser letztes Spiel am heutigen Abend. Beziehungsweise unsere letzten zwei Spiele. Das letzte Spiel, zwei Matches, so rum, um euch da vernünftig abzuholen. Yannick de Groot aka Gozeri trifft auf Kai, Wollin aka Deto. Die zwei E-Sportler haben auch schon ein Spiel gespielt und zwar in der Virtual Bundesliga Club Championship. Insgesamt gewann dort Bayer 04 Leverkusen mit 0 zu 9. Wer das System noch nicht kennt, gespielt werden dort drei einzelne Matches. Einmal ein 1 gegen 1 auf der Playstation, einmal ein 1 gegen 1 auf der Xbox und eben ein 2 gegen 2. Dort konnte Leverkusen alle Spiele für sich entscheiden. Das letzte Duell der beiden in der Liga war 2017. Und auch da konnte Leverkusen das Spiel für sich entscheiden und zwar mit 0 zu 2. Und jetzt ist die Frage, was macht Darmstadt aus dieser Situation? Gozeri in der laufenden Saison momentan in der VBL Club Championship, die ja mittlerweile abgelaufen ist, ist auf Platz 17 gelandet mit seinen Teamkollegen Luca Bernhard und Marc Horle. Insgesamt elf Siege hat er holen können, sechs Doppelsiege, davon 31 Tore hat er gemacht. Kai Deto Wollin auf der anderen Seite eine richtig starke Saison in der VBL Club Championship gespielt. Sie hat Platz 3 erreicht mit seinem Kollegen Fabian Deke, mit dem Doppelsiege, insgesamt 15 Siege eingefahren, acht im Doppel und 44 Tore erzielt. Also die beiden werden gleich für uns das Match als erstes bestreiten. Und dann im Anschluss, dass wirklich die wirklich letzte Partie am heutigen Abend Felix Platte gegen Adrian Stanilewitz, das ist die Partie, die dann folgt zwischen den Bundesliga-Profis. Felix Platte, sechs Bundesliga-Einsätze, ein Tor und Adrian Stanilewitz, sechs Bundesliga-Einsätze, allerdings ohne Tor. Ich möchte mich jetzt gerade nicht festlegen, es sieht ein bisschen sehr ähnlich aus. Vielleicht habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Ich nehme das erstmal wieder zurück in der Statistik. Auf jeden Fall Felix Platte, 24 Jahre jung, Mittelfeldspieler bei Darmstadt und Adrian Stanilewitz, zentral defensiver Mittelfeldspieler, kann auch als Innenverteidiger und als Außenverteidiger fungieren. 20 Jahre jung. Das, die Ergebnisse. Ich muss ganz kurz gucken, dass ich da die richtigen Infos durchgegeben habe. Bevor ich etwas Falsches kenne, wir haben die Möglichkeit zu korrigieren. Ich glaube, ich habe sogar einen kleinen Fehler dann drin hier in meinen Notizen. Aber das korrigieren wir eben. Wir haben den Moment. Da muss ja alles seine Richtigkeit haben, ne? Ja. Also zumindest mit 20 Jahren jung habe ich noch nicht gelogen. Das ist korrekt. Und sechs. Stimmt nicht. Keine Bundesliga-Einsätze. Sechsmal in der UEFA Youth League eingesetzt worden in diesem Jahr. Aber kein Tor und keine Torvorlage momentan. So. Wir können euch nochmal alle Ergebnisse des heutigen Tages präsentieren. Das machen wir auch auf jeden Fall. Wir beginnen bei Werder Bremen gegen Nürnberg. 4 zu 5. Insgesamt 3 zu 1 und 1 zu 4 in den Einzelnen. Leipzig gegen den Hamburger SV. 1 zu 1 und 0 zu 1. Insgesamt also 1 zu 2 der Sieg für die Hamburger. Union Berlin traf auf Jan Regensburg. Insgesamt 5 zu 1. Das Ergebnis 4 zu 0 und 1 zu 1 in den Einzelnen. Arminia Bielefeld verliert mit 4 zu 8 gegen Holstein Kiel. 0 zu 6 und 4 zu 2 in den Einzelnen. Und Freiburg und Wien Wiesbaden trennen sich unentschieden 5 zu 5 mit 3 zu 3 und 2 zu 2 in den Einzelnen. Das sind die Spiele, die heute waren. Und jetzt kommen wir zum letzten Spieltag. Darmstadt gegen Bayer 04 Leverkusen. Als erstes treten wir an, wie vorhin schon erwähnt, Yannick de Groot gegen Kai Wollin. In der Liga gab es eben das 0 zu 2 in der Virtual Bundesliga Club Championship. Das 0 zu 2 für Kai Wollin. Es wird jetzt die Möglichkeit geben für Yannick, das Ganze wieder ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das wird er mit Sicherheit versuchen zu tun in diesem letzten Spiel des Tages. Kai Wollin, einer mit der ältesten mir bekannten E-Sportler, die auf diesem hohen Niveau noch mithalten können. Mittlerweile auch 30 Jahre jung und trotzdem auch international auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Dieses Jahr auch wieder beim ersten FAT Champions Cup dabei gewesen in Bukarest. Also auch international die Leverkusener vertreten im Bereich E-Sport. Ansonsten, wie gesagt, eine ganz tolle Saison der Leverkusener bei der Virtual Bundesliga Club Championship. Genauso wie eben auch in der Bundesliga. Da belegen sie momentan Platz 5 nach 25 Spieltagen. 47 Punkte auf dem Konto. Bei der Club Championship hat es sogar für Platz 3 gereicht. Insgesamt 110 Punkte konnten sie da sammeln. Waren noch bis zum letzten Spieltag im Meisterschaftsrennen mit vertreten. Bei Yannick de Groth ging es am Ende darum, irgendwie noch die Playoffs zu erreichen. Das reichte dann für Darmstadt tatsächlich nicht mehr. Platz 17 wurde es bei der Virtual Bundesliga Club Championship. 67 Punkte konnten die Jungs um Gotzeri, Luca Berner und Schwitzkopf Mark ergattern beim SV Darmstadt 98. Und jetzt geht es hier gleich in die Bundesliga-Home-Challenge. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr eine Meinung habt, welcher Spieler euch vielleicht gefehlt hat oder welcher Verein euch komplett gefehlt hat an diesem Wochenende, dann dürft ihr das gerne tun. Nutzt den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge, um eben mitzudiskutieren auf Social Media. Im Anschluss dann Felix Platte gegen Adrian Stanelewitsch. Die Partie der zwei Profis, sowohl von Darmstadt als auch von Leverkusen. Eine Partie, wo ich immer sage, ja, wenn die Profis aufeinandertreffen, dann wird es schwierig einzuschätzen. Beide sind noch recht jung. Felix Platte 24, Stanelewitsch ist 20 Jahre jung. Die können auch eine Runde FIFA zocken. FIFA gab es übrigens auch gestern. Und zwar insgesamt sieben Partien. Insgesamt haben 26 Vereine teilgenommen heute. Und wir kommen zu den letzten beiden. Hier zwischen Darmstadt und Bayer Leverkusen. Gestern traf Fürth auf Hoffenheim. Da gewann Hoffenheim mit 2 zu 3. Die Hertha traf auf Paderborn. 6 zu 3. Das Ergebnis dort. Mainz und Dortmund trennten sich 3 zu 3. Pauli und Schalke 1 zu 4. Der 1. FC Köln gewann mit 5 zu 3 gegen Stuttgart. Dynamo Dresden verlor mit 2 zu 8 gegen Eintracht Frankfurt. Augsburg gewann mit 2 zu 1 gegen Hannover. Das die Ergebnisse des gestrigen Tages. Und ich sehe, wir sind in den Vorbereitungen zum Spiel. Jannik Dirk Roth gegen Kai Wollin. Und beide sind heiß für den letzten Tag. Und ich bin heiß. Und ich hoffe, ihr seid auch heiß, dieses Spiel hier mit mir gemeinsam schauen zu können. 4, 2, 3, 1 zur Taktik. Brauche ich nicht viel sagen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, das ist die Formation, die die meisten E-Sportler verwenden, einfach um einen guten Mix aus Defensive und Offensive herzustellen. Mit 2 zentral-defensiven Mittelfeldspielern hat man da immer sehr viel Sicherheit vor der Viererkette. Dann hat man vorne mit 3 zentral-offensiven Mittelfeldspielern immer sehr viele Optionen, um die Wege zu gehen. Das ist die Formation, die verhältnismäßig am einfachsten und der Meter geschuldet auch mit die beliebteste ist. Was dann am Ende Kai Wollin aka Ardeto auf den Platz stellt, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Aber ich würde mal vermuten, 1, 4, 2, 3, 1. Obwohl er tatsächlich auch ein Spieler ist, der gerne mit einem 4, 3, 3 in die Partie geht, immer wieder dann ein Spieler, der das Spiel beherrscht, der versucht, über Ballbesitz Fußball zu kommen. Das schon über Jahre und das schon über Jahre auch erfolgreich im internationalen Bereich. Wurde vor, ich glaube, zwei Jahren Vize-Weltmeister oder Dritter, nagelt mich jetzt nicht fest. Alles aufgeschrieben, nur das, ja, und die genaue Platzierung, ich will vergessen. Auf jeden Fall eine sehr gute, auf jeden Fall eine sehr gute Saison gespielt. Gefährliches Halbwissen, würde da jemand sagen, in einem gewissen Podcast, den ich ganz gerne höre. Auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Zu dem Zeit, auch in dieser Saison nochmal im ersten FAT Champions Cup dabei gewesen in Bukarest und ansonsten eine grandiose Virtual-Bundesliga-Club-Championship-Saison gespielt. Koceri mit einer anständigen Saison, nichts Überragendes, aber die letzten zwei Jahre auf jeden Fall ein Name, den man auf dem Zettel haben muss. und hier mit der ersten Möglichkeit, aber Palacios ist da. Nochmal Palacios. Weiser. Ta. Havertz. Bendel, nicht gut rausgespielt. Erstmal wieder Koceri am Ball. Pfeiffer. Rapp. Koceri versucht hier einen sauberen Aufbau hinzukriegen, aber direkt die druckvolle oder das Gegenpressing von Deto. Bendel. Auch Koceri versucht da reinzukommen, aber Deto löst das bis hierhin richtig gut. Schönes Kombinationsspiel, schwer dazwischen zu kommen. Findet jetzt auch in der Mitte Havertz, der mit dem Jackpack, der findet Palacios. Und wenn der durchgekommen wäre, dann wäre es richtig gefährlich gewesen. Aber Koceri kommt da in allerletzter Sekunde nochmal ran. Und wenn du den nicht erwischst, dann klingelst. Und jetzt hat er selbst die Möglichkeit, wieder aufzubauen. Über Bader. Ocegovic. Nochmal Bader. Stark. Gut gemacht. Ocegovic kommt da nicht ran. Und dann ist Deto wieder im Ballbesitz und darf erstmal aufbauen. Aber Koceri mit direktem Gegenpressing. Und den Ball kommt er nicht. Da muss er halt aufpassen. Er muss einen guten Mix draus finden, dass er versucht, Deto hier unter Druck zu setzen, ohne dann zu weit aufzureißen wie hier. Wenn du nämlich da mit dem Außenverteidiger zu sehr draufdrückst, dann hast du ein Problem. Wenn er schafft, den zu überspielen. Platte. Durso und Manu. Stark. Und Koceri sucht. Und Koceri findet in der Mitte. Allerdings dauert die Verarbeitung des Balls zu lange. Und Deto mit kleinen Schwierigkeiten. Aber am Ende kriegt er es gelöst. Gefährlich, gefährlich. Lieber Kai, den muss man besser ausspielen. Und oben ist Weiser. Balassius. Bellarabi. Kommt nicht durch. Wieder der Ballgewinn für Koceri. 23 Minuten gespielt. So die ganz großen Offensivaktionen. Die wollten es noch nicht sein. Wendel, Ball im Aus. Flanke kommt. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon gefühlt 100 Mal in der letzten Übertragung angesprochen. Ecken werden in der Regel kurz gespielt. Man kann es immer mal wieder versuchen, eine hohe Flanke auf den kurzen Pfosten zu bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man den reinköpft, ist aber deutlich geringer als noch in FIFA 19 oder in FIFA 20. Nichtsdestotrotz kann man im 85er-Modus, da hat man eben auch die Kopfballwerte, das durchaus mal probieren. Und das hat hier Koceri versucht. Das ist nicht gelungen. Und jetzt darf Deto wieder. Havertz. Palacios. Nochmal Havertz. Paisa. Sehr viel Ruhe. Sehr viel Ruhe lässt sich da überhaupt nicht irgendwie drängen, in Richtung Strafraum zu gehen. Rapp mit einer riesen Tat. Aber es geht weiter in Richtung Tor von Darmstadt. Und jetzt ist er erstmal weg. War wichtig, dass Pfeiffer da das Ding bekommt. Und jetzt geht es mal schnell in die andere Richtung, aber nicht mit Deto. Stanilevic, das ist der Spieler, der dann gleich hier von den Fußballprofis bei Bayern 04 Leverkusen im Rückspiel antreten wird gegen Felix Platte, den Profi der Darmstädter Havertz. Bayley. Stanilevic, guter Ball. Bayley im Rückraum. Da ist er. Kai Havertz. Gutes Ding. Mit links direkt abgenommen. Kurz mit der Brust. Und dann aus der Luft. Und der wäre auch noch richtig schick gewesen, wenn der drin gewesen wäre. diese ganz wilden Tore, die fehlen heute noch. Vielleicht kriegen wir noch einen zu sehen. Ich erinnere mich an den Fallrückzieher gestern. Platte. Platte! Und das ist eiskalt. Das ist eiskalt. Eigentlich die Situation, wo du denkst, ist okay, der muss den noch in Rückraum spielen. Und das sieht man auch bei Kai an der Gangart. Er versucht, den Rückraum zuzumachen. Und was macht? Gottseri. Eiskalt das Ding ins Kurze. Und was für ein Ding. Was für ein Ding. Damit hätte ich nicht gerechnet. Im Leben nicht. Da guckt der Keeper nur noch hinterher. Mit voller Wucht aufs Kurze. Überraschend und eiskalt. Und damit jetzt die Führung für die Darmstädter hier. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch haben wir 45 Minuten hier zu gehen. Und dann natürlich 45 Minuten im Rückspiel. 90 Minuten im Rückspiel. Der Tag war wieder mal lang. Weiser. Stark ist da. Manu. Und oben nochmal stark. Guter Ball. Platte. Man kann so die 45. nochmal nutzen. Issac bekommt er ihn. Ja. Aber Wendell auch. Und dann ist der Ball erstmal raus. Und ich hätte schon fast gesagt, es ist Halbzeit. Aber nein. Der Schiedsrichter sagt nichts. Da mein Freund nochmal Freistoß. Und die Situation ist nicht schlecht. Und Gottseri scheint zu wissen, wie man die machen kann. Und er war gut. Der war gut. Ein bisschen zu weit nach links. Aber ansonsten ein toller Freistoß. Direkt ausgeführt. Felix Platte. Der Torschütze. Felix Platte. Der Mann, der gleich auch im Rückspiel antreten wird. zwischen den Profis gegen Adrian Stanilevic. Man sieht's. Dettow mit mehr Ballbesitz. Und das hatte ich vorher angekündigt. Der ist der Mann, der das Spiel gerne beherrscht. 95% Passgenauigkeit. 95% Passgenauigkeit. Das ist ein richtig guter Wert. Und wir sehen's auch. Er spielt tatsächlich im 4-3-3. Also das, was ich mir vorher gedacht habe. Er macht's auch sehr gut. Gut, aber es fehlen ihm eben die ganz klaren Chancen. Er hat hinten auch gut gestanden. Nichtsdestotrotz hat dann Yannick das Ganze richtig gut gemacht. Gott sei Dank. Vor allen Dingen in der einen Situation. Nochmal. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er da aus der Situation schießt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch Dettow da nicht von ausgegangen ist. Aber Yannick tut's einfach. Nagelt das Ding ins Kurze. Da kann der Keeper nur noch hinterher schauen. Und somit steht's hier eben 1-0. Und so gehen wir auch in Halbzeit 2. Der erste Angriff gehört den Darmstädtern. Nicht gut ausgespielt. Palacios ohne Probleme. Ja, und auch Dettow jetzt vielleicht mit einem kleinen Stockfehler weiß natürlich, den darf ich so nicht machen. Das sieht man ihm im Gesicht an. Und auch Yannick ärgert sich, dass er dann wieder ins Ausläuft. Also eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände. Havertz. Beiser. Da ist Platte dran. Da hat nochmal kurz gespielt. Palacios. Schönes Kombinationsspiel. Volland immer gut für ein Tor. Auch hier im 85er-Modus ist das nicht anders. Versucht da vorbeizukommen, aber Manu bekommt den Ball. Bader. Und da gibt es Raum auf der rechten Seite. Gut gemacht. Manu gerade hinten den Ball erobert. Jetzt vorne schon wieder im Aufbauspiel mit dabei. Richtig Tempo kann er nicht aufnehmen. Und Dettow will direkt ins Pausen. Offensichtlich will er da was verändern. Guter Ball in die Spitze. Muss er aufpassen. So was darfst du dir nicht erlauben. Per Hacke da im eigenen Strafraum. Das ist brandgefährlich. Yannick stellt das wieder sehr gut zu. Bailey ist auf dem Weg, aber er hat das immer wieder unter Kontrolle, indem er eben genau diese Pässe abläuft. 30 Minuten noch. Knappe 1-0-Führung. Ich erinnere nochmal dran, bei der Virtual Bundesliga Club Championship konnte Kai konnte Dettow gegen Gotzeri mit 2-0 gewinnen. Jetzt liegt er mit 1-0 hinten. Das wird das Ziel des SV Darmstadt 98 sein, hier Punkte mitzunehmen. Beziehungsweise hier den Sieg einzufahren. So muss man es sagen. Denn das letzte Duell der beiden im Jahre 2017 konnte bereits Leverkusen für sich entscheiden auf dem reellen Rasen. In der abgelaufenen VBL Club Championship Saison konnte Leverkusen ein sehr deutliches 0 zu 9 einfahren, wobei man da beachten muss, dass das nach Punkten geratet ist. Drei Spiele werden gespielt und da wurden alle drei von Leverkusen gewonnen. Und jetzt geht es hier vielleicht auch darum, ein bisschen wieder Gutmachung zu betreiben bei Gotzeri und er führt mit 1-0. Ist auf einem guten Weg. Honsack macht das gut. Schöne Ballrolle. Bekommt jetzt auch Raum. Ist die Frage... Ah, der weiß ja nicht, was er macht. Also er wollte vermutlich mit einer Schussantäuschung stehenbleiben. Er wollte vermutlich mit einer Schussantäuschung stehenbleiben. Das Ganze ausgeführt aus der eigenen Hälfte. Wenn du dann das mit dem Schuss ausführst, dann wird es schwierig. Vorland. Palacios. Wendel. Nochmal Weiser. Stanilevic. Rapp. Nimmt den Seitenwechsel. Muss er jetzt auch. Irgendwie. So ein bisschen zerfahren gerade die Partie. Fällt schwer, hier richtig durchzukommen. Tarno mal rein. Aber der Seitenwechsel. Bellarabi. Bellarabi. Viel Platz über die rechte Seite. Nochmal gestoppt das Ding. Und dann ist Stark da. Viertelstunde noch. Also hinten lässt Guterri gar nichts zu. Vor allen Dingen in Halbzeit zwei. Da verteidigt der wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite auch Deto mit einer sehr ordentlichen Defensive. Schwierig vorne immer wieder was Gefährliches zu kreieren. Aber irgendwann muss Deto halt auch mal aufmachen. Irgendwann muss Deto halt auch mal was verändern. Alario. Guter Ball auf voller Hand. Vollhand im Strafraum. Aber wo ihm jetzt die Anspielstationen fehlen, muss in Rückraum. die Anspielstationen fehlen. Und dann ist das die Anspielung. sieben Minuten Daneliewicz Volland wieder nicht vernünftig eingesetzt startet zwar gut durch, aber es gelingt nicht Dito hier den Ball entscheidend durchzustecken und die Ecke gönnt es ihm dann auch nicht fünf Minuten noch Leipz hier beim 1 zu 0 bekommt Darmstadt zumindest mal den ersten Teil einer kleinen Revan Stursohn nochmal ein Rückraum vielleicht nein, der ist nicht gut gespielt, den muss er anders ausspielen und da ist es natürlich ja, es ist gut, dass Gott sei denn da noch Lächeln drauf bekommt aber ärgern wird er sich innerlich bestimmt schon denn hier ein 2 zu 0 an seinen Teamkollegen Felix Platte weiterzugeben das wäre auf jeden Fall eine komfortable Führung da hat Dito allerdings noch was gegen 90. Minute angebrochen 2 Minuten Nachspielzeit da kriegt Dito noch ein oder spielt hier Gotzeri das Ding jetzt sauber zu Ende schon lang raus und das war wichtig und das müsste es gewesen sein nochmal bei Besitz Leverkusen der Schiedsrichter lässt noch ein bisschen spielen der hat noch Lust offensichtlich Pfeiffer und Gotzeri wollte sich gerade schon zurücklehnen und dann gibt es doch nochmal den Angriff aber jetzt gibt es den Abpfiff und einen Teilerfolg für Darmstadt 98 1 zu 0 damit haben sie zumindest mal die Niederlage in der VBL Club Championship wieder gerade gestellt zumindest die auf der Playstation aber wir haben noch ein Spiel und zwar das Duell zwischen Felix Platte und Adrian Stanilewitsch das ist die Partie die uns heute noch bevorsteht die letzte Partie wohl gemerkt da sehen wir nochmal das Zwischenergebnis 1 zu 0 der aktuelle Stand Spiel 2 haben wir allerdings noch vor uns das wird kommen Felix Platte Mittelstürmer bei Darmstadt 98 24 Jahre jung 6 Bundesliga-Einsätze in der 2. Bundesliga ein Tor ist ihm dabei gelungen wir können gespannt sein ob ihm auch das Tor in FIFA 20 gelingt oder ob Adrian Stanilewitsch ihm da einen Strich durch die Rechnung macht in dieser Saison noch kein Bundesliga-Einsatz aber ist jetzt heiß hier digital Bayern 04 Leverkusen vertreten zu dürfen und er liegt 0-1 hinten beziehungsweise 1-0 hinten heißt er braucht Minimum einen Treffer um hier einen Unentschieden rauszuholen zwei Treffer um hier diese Partie bei der Bundesliga-Home-Challenge zu gewinnen wenn ihr noch mitdiskutieren wollt das könnt ihr gerne tun benutzt einfach den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge auf den Social-Media-Kanälen dann seid ihr da auf jeden Fall mit dabei in der Diskussion sagt uns welchen Spieler ihr vielleicht gerne gesehen hättet oder welchen Verein ihr vermisst habt oder ob ihr es gut fandet gerne her damit und wir freuen uns über jeden der sich an der Diskussion beteiligt so und dann würde ich sagen gehen wir langsam aber sicher rein das letzte Spiel des Tages hier ist Felix Platte gegen Adrian Stanilewitsch das die Partie die wir jetzt zu sehen bekommen Adrian rechts und Felix links Adrian etwas unter Druck natürlich es ist alles außer der Wertung es soll hier auch Spaß machen aber jeder der hier das Gamepad in die Hand nimmt will am Ende auch dieses Spiel gewinnen das ist ganz klar und dann gehen wir rein das letzte Spiel einmal noch Anstoß einmal noch einen Sieger festlegen momentan führt Darmstadt mit 1 zu 0 rein in die letzte Partie in die letzten 90 Minuten dieser Bundesliga-Home-Challenge an diesem Wochenende von links nach rechts Darmstadt von links nach rechts Felix Platte und von rechts nach links Bayer 0-4 Leverkusen und die kommen mit Belarabi Belarabi auf Volland und Umic ist da und Leverkusen legt gleich los Adrian will unbedingt und Sekovic nochmal raus und Felix muss aufpassen dass er die vorgelegte Führung von Godziri nicht weggibt ja man stark manu guter Ball auf Dursohn und so kann es gehen und so kann es gehen Stadilewitsch mit der ersten Möglichkeit aber Felix Platte mit dem ersten Tor und das überragend gespielt aus der Drehung heraus aufs kurze also das kurze Eck das ist ein beliebtes Eck bei den Jungs von SV Darmstadt 98 gerade einmal zehn Minuten auf der Uhr und der erste Treffer sitzt Kempe auf Mahnung und was macht Stadilewitsch hier das macht Adrian in den nächsten 80 Minuten wird er das erstmal über sich eine Zeit lang ergehen lassen oder wird er versuchen direkt Druck drauf zu machen hat er einen guten ersten Ansatz vergibt seine gute Möglichkeit und Felix lässt sich da nicht zweimal bitten Holland Alario Diaby naja man ist da stark manu du manu klasse ball platte platte deutlich vorbei und da huscht ihm ein über die Lippen glaube ich ihn hätte er gerne aufs Tor bekommen aber der ging deutlich drüber Felix Platte Mahnung haben wir gut gespielt Dursun und Stadilewitsch gut dazwischen gegangen jetzt war die Möglichkeit für die Leverkusener vielleicht mal ein bisschen Tempo aufzunehmen und Stadilewitsch immer wieder eine beliebte Anspielstation voller Hand auf Stadilewitsch aber der Ball ist weg Warte der Rabi kommt da nicht zwischen da haben wir das Gefühl dass die Jungs ein bisschen länger für den Angriff brauchen ja aber dann plötzlich geht es mit Tempo in den 16er oder in Richtung 16er dann wird schwierig abzuschätzen ob die das Ding hier reinkriegen oder nicht Mahnung der kommt gut der kommt richtig gut Platte Platte da ist er drin und da kommt die Faust na klar 2-0 sauberes Ergebnis jetzt sind wir schon mit 3 vorne Felix Platte und das jetzt auch mit seinem eigenen Charakter so kann es gehen Leverkusen im Hintertreffen Stadilewitsch gibt sich Mühe aber ihm fällt schwer das seit der ersten guten Aktion nach dem Anstoß durch die kompakte Defensive von Platte durchzubrechen Dursun Platte wieder auf dem Weg nach vorne Hermann nochmal auf Dursun geht nicht durch Ball im Haus müsste Eckball geben gibt es auch Kempe Kopfball kommt nicht Volland nochmal auf Diaby Diaby gegen Hermann da ist das sehr solid also Platte muss man sagen spielt das sehr sehr gut steht in der Defensive gut hat vorne seine Optionen jetzt kommt er hier mit Kempe und dem Heel to Heel und dann etwas mit sehr viel Druck nach vorne in die Spitze dadurch kommt er nicht an und jetzt gibt es den Konter für Leverkusen Alario guter Dragback Alario Alario gegen Hermann und beide in dieser typischen Gamer Haltung beide die Hände auf den Knien Volland Volland und Alario Anschluss 2-1 also da muss er aufpassen Steinlewitsch auch noch da und das war so wichtig vor der Halbzeit und hält ihn hier noch am Leben 5 Minuten noch in Halbzeit 1 3 Tore haben wir bereits gesehen und es gab schon Spiele da haben wir höhere Ergebnisse gedreht bekommen gesehen als nur ein in Anführungsstrichen 1 zu 0 und auch wenn hier Platte jetzt mit 2 Toren in Führung war kam Stanilewitsch wieder und wenn er noch einen frühzeitig macht dann hat er noch genügend Zeit um auch das Tor von Guzzeri mit auszugleichen jetzt kommt er mit Bellarabi über die rechte Seite Bellarabi guter Ball auf Volland noch mal Bellarabi schön Alario den nimmt er nicht direkt und dann Volland glaube ich war es nee Volland war es nicht es war glaube ich Stanilewitsch selbst der da aus der zweiten Reihe versucht das Ding drauf zu bringen und auch Platte atmet durch erstmal die Führung mit in die Halbzeit genommen viel verändert wird nicht rein in Halbzeit 2 da ist Stanilewitsch mit Leverkusen und mit seinem eigenen Charakter 46. Spielminute Zeit hat er noch Zeit hat er noch Alario auf Volland Alario auf Volland also die ersten Minuten im Spiel die liegen ihm Stanilewitsch das macht er richtig gut stark Hermann guter Ball auf ja nee eher so abseits aber die Idee gut in den Ansätzen passt es wieder Platte hat so ein bisschen nachgelassen seit dem 2 zu 0 Stanilewitsch versucht dem Spiel hier sein Stempel aufzudrücken und Zegovic diesmal kein Abseits aber er kann ihn nicht festmachen er kommt zu steil noch mal Manu Zegovic Flanke kommt Flanken sind wie gesagt nicht unbedingt das Ding das du brauchst Belarabi Palacios auf Diaby Diaby macht er gut da ist Hermann direkt wieder dran nur so 2 1 Führung in dieser Partie für Darmstadt insgesamt aktuell 3 zu 1 also Stanilewitsch hat noch ein bisschen was vor sich wenn er hier denn noch das Ruder umreißen will aber erst mal Platte über Manu da kommt er nicht durch Stanilewitsch jetzt noch mal jetzt gibt es vorne mal ein paar Anspielstitionen das ist zu einfach hergegeben er hatte so eine gute Phase er hatte so eine gute Phase sodass er dran war hier Platte vor Probleme zu stellen und jetzt scheint das alles ein bisschen schnell zu gehen der kommt nicht schlecht aber ich glaube er kommt auch wieder beim Verteidiger ja er wird gerade nicht zwingend genug und dann hat Platte nicht die Schwierigkeiten das zu verteidigen und selbst kleine Fehler wie hier bleiben grundsätzlich unbestraft klar das ist noch in der Hälfte der Leverkusener aber da muss Stanilewitsch jetzt ein bisschen draufpacken mehr Mut zeigen vielleicht noch ins Pausenmenü freund frische Leute wenn du mich hast Adrian bringt frische Leute das bringt noch mal deutlich mehr Tempo ins letzte Spiel Berko mit rein Wurz mit rein und Mehle Zygovic soll im zentralen Mittelfeld aushelfen wahrscheinlich um da einfach die Stamina die ihm fehlt auf den Flügel dann zu kompensieren Berko guter Ball Melen der ist frisch und nochmal Berko da ist da Palacios Volland mit dem Blackback stark zwischen Zygovic nicht gut ausgeführt sie das Spiel ist so ein bisschen zerfahren in den letzten Minuten aber das kann sich alles ändern durch einen einzigen Treffer und zwar den Treffer von Stanilewitsch und dann wird sie nochmal richtig heiß Bayley Palacios Bayley startet durch versucht es mit einem langen Ball aber dafür ist die Defensive von Platte viel zu abgeklärt sie sind beide hoch konzentriert also sie wollen und dementsprechend ist es natürlich auch nicht so einfach durch die Defensive da durchzudringen niemand möchte hier verlieren nochmal zurück Wurz auch der ist frisch Wurz mit dem Heel to Heel das ist klasse gemacht Wurz und eine Riesentat von Yedeki und jetzt Alario 10 Minuten noch ein Trefferchen für Stanilewitsch und dann brennt hier nochmal die Bude Zingraven kommt nicht durch Wurz Wurz und Platte könnte den Deckel drauf machen und wieder am Tor vorbei nochmal Ballbesitz Leverkusen Zingraven hat und erzwungen hat mit einer ordentlichen defensive aber vorne war es dann zu wenig und vor allen dingen auch den rückstand von kate tovolin wieder aufzuholen platte setzt noch ein vielleicht drauf nein hier ist redecki noch mal da würde jetzt am gesamtergebnis nichts mehr ändern wäre nur noch ergebniskorrektur volland volland auf alario der hatte schon ein alario 3 2 man soll den tag nicht vor dem abend loben es könnte noch was passieren aber wenn platte jetzt nicht hier komplett die nerven verliert dann sollte es das gewesen sein noch mal bei besitzt leverkusen zwei minuten sind gleich um je nachdem wie lange der schiedsrichter noch laufen lässt holland ist dran pfeiffer und dann gibt es den pfeife und platte die faust und den sieg für die darmstädter 3 2 und 1 zu 0 vorher zwischen gotzeri und deto das macht nach adam riese 4 zu 2 der sieg für eben die darmstädter tolle partie hier auch wahnsinnig eng und richtig gut gespielt also da muss ich sagen chapeau felix platte richtig richtig sauber toll kombiniert wunderbar runter gespielt tolle tore und verdient gewonnen und damit kommen wir zum ende der bundesliga home challenge vielleicht kriegen wir noch mal alle ergebnisse kurz rein dann gehen wir sie einmal durch am heutigen tag das wäre auch noch mal perfekt zu beginn hatten wir gesehen werder bremen gegen okay ich höre gerade wir kriegen sie moment ja ansonsten darmstadt konnte sich revanchieren für das 0 2 gegen leverkusen im letzten duel 2017 und für das ergebnis bei der virtual bundesliga club championship mit 0 zu 9 gewinnen hier beim bundesliga home challenge bei der bundesliga home challenge und wenn ihr da mal mit diskutieren wollt wenn ihr eure meinung loslassen wollt zum thema bundesliga home challenge nutzt gerne auf den social media kanälen den hashtag bundesliga home challenge wie es euch gefallen hat welcher verein euch vielleicht gefehlt hat welchen spieler ihr gern gesehen hättet immer ran einfach hashtag bundesliga home challenge so da haben wir sie die ergebnisse des heutigen tages werder bremen verliert gegen nürnberg mit 4 zu 5 3 zu 1 und 1 zu 4 die einzelnergebnisse leipzig verliert gegen den hamburgersv mit 1 zu 2 1 zu 1 und 0 zu 1 die einzelnergebnisse der erste erste fc union berlin gewinnt mit 5 zu 1 gegen den ssv jan regensburg 4 zu 0 und 1 zu 1 in den einzelmatches armenia bielefeld unterliegt holstein kiel mit 4 zu 8 einmal 0 zu 6 und 4 zu 2 der sc freiburg und wehen wiesbaden trennen sich 5 zu 5 3 zu 3 im ersten spiel im zweiten spiel 2 zu 2 und darmstadt 98 bezwingt bayern 04 leverkusen mit 4 zu 2 1 zu 0 und 3 zu 2 in den einzelnen das der heutige tag meine damen und herren ich hoffe euch hat die bundesliga home challenge so gut gefallen wie sie mir gefallen hat denkt noch mal dran hashtag bundesliga home challenge da könnt ihr mit uns mit diskutieren wir bedanken uns fürs zuschauen wünschen euch noch einen schönen rest sonntag und hoffen dass ihr das nächste mal auch dabei seid bis dahin und tschüss das ja bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020